Bewegtbild-Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Ein frohes neues Jahr. Jep, happy fucking 2021, Bitches. Von dem Bewegtbild-Banausen. Aber hallo. Seid ihr noch alle da oder haben uns schon einige verlassen? Ach Quatsch, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Bewegtbild-Banausen, jetzt erst recht. Das ist echt ein ungewohntes Gefühl. Wir müssen ja sagen, dass das Neujahr heute ist. Der erste Januar. Und normalerweise an diesem Tag wache ich auf dem Bürgersteig auf in irgendeiner Gegend, von der ich noch nie gehört habe. Mit sieben Geschlechtskrankheiten, von denen ich noch nie gehört habe. Ah ja. Das ist diesmal alles ein bisschen anders. Ich bin ausgeschlafen, fit. Alter, jetzt hast du neulich erzählt, dass du immer an Silvester arbeitest. Ja. Jetzt sagt das ja so ein bisschen was über deinen Job aus. Wenn du normalerweise am 1.1. morgens völlig verschallert irgendwo aufwachst. Ich arbeite nicht in einem Büro, das ist richtig. Ja. Wirst du da den Klischees eines DJs gerecht? Ne, eigentlich bin ich eher ein vorbildliches Modell, weil ich trinke ja seit sechs Jahren so gut wie gar nichts mehr. Und war eigentlich immer Herr meiner Sinne die letzten Male. und bin sowieso auf Arbeit, wenn ich alleine auflege, erst recht, was Silvester meistens der Fall ist oder meine Freundin vielleicht maximal bei ist, dann halte ich mich da eben meistens zurück und bin da relativ brav unterwegs im Gegensatz zu manchen anderen Genossen aus meinem Berufskreis. Ja, eben. Das heißt, du hast da eine Zeit angesprochen, die weiter zurückliegt. Nein, das war natürlich, wollte einfach nur witzig sein. Ach so. Keine Geschlechtskrankheiten bei mir, keine Angst, ja. Falls man einer mal die Hand geben will, wenn er uns mal sieht auf irgendeinem Event. Ja, wird noch eine Weile dauern, bis es soweit ist, glaube ich. Kann sein, ja. Also nicht mit den Geschlechtskrankheiten, aber mit dem wieder die Hand schütteln. Ja, die, also mit den Geschlechtskrankheiten ist wahrscheinlich realistischer, dass die früher eintritt. Vor allem jetzt so zu Pandemiezeiten, naja. Social distancing meinst du und so, ja? Ja, nee, da könnte man jetzt auch wieder Rückschlüsse ziehen dann über die Leute, mit denen du dann engeren Kontakt hast und so. Allerdings, ja. Diss du gerade meine Freundin. Ey, das hast du ganz selbst erledigt, Alter. Das hast du ganz selbst erledigt. Ja. Ich hoffe, ihr seid spektakulär ins Neujahr gerutscht. Also bei mir war es sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr gechillt diesmal. Aber ey, dafür, dass Böllern verboten war, ging bei mir hier mal kurz die Welt unter. Ja, das kenne ich. Also Wedding ist ja eh immer so ein bisschen ein Gaza-Streifen rund um Silvester. Ja. Aber Alter, da war mal, also von Verbot habe ich nicht so viel mitbekommen. Das war bei mir, da ging es genauso. Das ging bis vier Uhr, wurde da geknallt und ich dachte so, okay, alles klar, ihr habt es nicht mitbekommen auf jeden Fall. Naja, das war hier tatsächlich, die haben früher aufgehört, tendenziell, als die Jahre davor. Doch, ja. Ja, ja. Nee, das hatte ich hier nicht. Ja, weil sonst habe ich das auch immer hier bis vier, fünf morgens Vollgas durch. Ja. Und ich denke mir dann auch immer so, ich bin eh kein Fan von Feuerwerk. Ich finde das hammer ätzend, auch vor allem für Haustiere, die drehen halt alle durch. Ja. Was ich aber nie verstehe, ist einfach nur diese lauten Böller. Ich habe früher auch voll gerne damit irgendwelche Sachen in die Luft gesprengt, so. Hundescheiße besonders? Nee, Briefkästen war ein Highlight. Ah, Briefkästen, okay. Ja. Hundescheiße macht auch Bock, das Ganze so ein bisschen explodieren zu lassen, wie so ein Franz Ford Coppola Apocalypse Now jetzt nachstellen, so irgendeine Szene. Da musst du aber echt gucken, dass du weit genug weg bist. Weit genug weg sein und dann möchtest du eine Zeitlupe filmen auf jeden Fall, das hat schon was. Ja. Aber eben, wenn dann jetzt heutzutage die Leute einfach so diese mörderlauten Böller ablassen, da denke ich mir, und das halt bis 5 Uhr morgens, da denke ich mir so, du siehst, also optisch bietet das überhaupt nichts, das ist halt einfach nur Lärm machen, die ganze Nacht durch. So, das finde ich irgendwie enorm sinnfrei. Okay, sind wir wieder bei meiner Freundin? Okay. Die macht auch oft sinnfrei Lärm die ganze Nacht? Nein, natürlich nicht. Jetzt aber, wir starten lustig ins neue Jahr. Wir starten lustig, ja. Nee, nee, das hält sich meistens auf 4 Minuten begrenzt, das ist okay. Der Lärm deiner Freundin? Das ist noch im Rahmen, die Böller, ja, das zieht sich mehr in die Länge auf jeden Fall. Nee, aber hast du recht, ja, die machen nur Lärm, aber ich weiß, was du meinst, diese Westerraketen und so, die am Himmel da ihre Farben entfalten, das sieht ja noch geil aus. Eben, dann sieht man ja was. Da hast du ein bisschen was zu gucken, aber einfach nur, weil irgendwas jetzt irgendwie Krach macht und so auseinanderfliegt, ist jetzt medium unterhaltsam, finde ich auch. Ja. Und gerade jetzt irgendwie ist es so, klar, die meisten wurden gezwungen, drinnen abzuhängen und wenn dann die Alternative ist, in der Kälte einfach irgendwie laute Böller anzuzünden, ich weiß es nicht. Ich fand's ganz cool, drin zu sein. Ja, fand ich auch. Wenn man schon nicht feiern kann. Wenn man schon nicht feiern kann, kann man sich ein paar Filme und Serien reinziehen, über die wir heute auch reden. Ja, und weil wir eben nicht gefeiert haben, sitzen wir jetzt hier am 1.1. Original zum Neujahr und machen einen Podcast. Wir haben nicht nur Heiligabend aufgenommen, sondern wir starten auch produktiv ins neue Jahr und nehmen am 1. Januar einen Neujahrstag ebenfalls auf. Wir konzentrieren uns auf die Feiertage. Ja, irgendwie schon, genau. Wir sind wirklich arbeitslos, meine Fresse. Ja, hart. Aber gut, ich glaube, ansonsten würden die Leute heute auch nicht viel arbeiten. Nee, denke ich auch. Heute ist ein gechillter Tag, ein guter Tag für Podcast. Insofern hoffen wir, dass ihr euch die letzte Episode noch reinzieht. Und für diejenigen, die Nachschub brauchen, heute ist Freitag. Heute kommt ja schon die nächste Patreon- und Steady-Episode. Und da haben wir ja auch immerhin zwei Stunden Stoff gebracht. Ja, aber die ist doch schon längst draußen eben, wenn das jetzt hier rauskommt. Wenn das hier rauskommt, ist die schon raus, ja. Aber ich rede ja jetzt wirklich nicht von der Zukunftsform, sondern von der Form, während wir hier gerade aufnehmen. Verstehst du? Ah, aber das ist jetzt verwirrend für viele? Wenn ihr zurück in die Zukunft verstanden habt, dann werdet ihr hier wahrscheinlich auch durchsteigen. Genau. Aber damit wir es nicht mehr verkomplizieren. Boah, das wäre so krass, Alter. Wenn wir jetzt irgendwie, also wenn wir das wirklich so zurück in die Zukunft mäßig machen, wir erzählen jetzt irgendwas, was völlig sinnfrei ist. Und in fünf Episoden referieren wir darauf und sagen, jetzt müsst ihr stoppen und an diese Stelle zurückspringen. Da ist so ein Stefan doch schon voraus gewesen mit seinem Geburtstag. Ja. Der hat doch schon so einen ähnlichen Move gebracht. Da habe ich gesagt, ah, okay. Tricky Motherfucker. Jetzt habe ich es verstanden mit dem Geburtstag, ja. Dass wir ihm nicht gratuliert haben, weil er hatte noch gar nicht Geburtstag. Aber wenn die Folge dann gesendet wurde, dann hatte er Geburtstag und so. Das hat er schon ganz schlau gemacht. Der Fuchs. Du meinst so, wie so eine Time-Kapsel im College, wo die die eingraben und dann irgendwie 30 Jahre später wieder ausgraben und gucken, was sie da geschrieben haben. Können jetzt wild irgendwelche Prophezeiungen in die Welt hinaushauen. Und Jahre später kommen wir dann drauf zurück und sagen, siehste, wer hat es gesagt? Two men and a microphone. Lass uns ein paar Verschwörungstheorien hier loslassen. Der Präsident! Ja, genau. Wir sagen einfach, der und der Schauspieler wird der nächste Präsident. Ja. Und dann in drei Wochen müssen wir den Podcast aus irgendeiner Garage von irgendeinem Farm-Mitarbeiter irgendwie bringen, weil die uns alle jagen und weil das FBI uns auf dem Hals ist. Genau. Wir sagen, Seth MacFarlane wird der nächste Präsident. Das wäre ein Highlight, Alter. Guter Plan. Das wäre ein Highlight, sagst du ja. Ey, ja, bitte. Oder Adam Sandler. Ja, oder so. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, ich traue ja jetzt so aus dem Stehgreif Herrn MacFarlane ein bisschen mehr zu, aber ich kenne die natürlich beide nicht. Vielleicht wären es ja beides Präsidenten. Und wir haben zum ersten Mal ein Präsidenten-Couple. Ach so. An der Spitze. Noch besser. Siehst du? Aber dann haben wir jetzt schon mal die Stelle, auf die wir dann irgendwann zurückkommen können. Ja, siehst du? Wunderbar. Herrlich. Wer hat's gesagt? Ja. Ein Schweizer natürlich. Wer hat's gesagt? Ja. Wer hat's gefunden, ha? Bevor wir loslegen hier. Greetings. And welcome. I wanna play a game. Wir haben uns jetzt mal die Regeln ein bisschen auseinanderklabüsert, nachdem wir in der Patreon- und Steady-Episode ein bisschen gefreestylt haben. Mhm. Und passenderweise, okay, wir verraten das Ergebnis nicht. Aber, ähm... Ach so. Wie das erste... Genau, wie das erste Punkte-Raten ausgegangen ist. Aber damit ihr da nicht durcheinander kommt und euch nicht fragt, warum wir jetzt auf einmal zwei Punkte ineinander übersprungen haben und so weiter und so fort. Wir trennen jetzt die Supporter-Episoden von den regulären Episoden, was das Punkte-Raten angeht. Das heißt, wir haben da eine Wette und wir haben hier eine Wette und es läuft alles chronologisch. Genau. Und lieber Lee, jetzt haben wir uns auch ein bisschen überlegt, was wir als Wetteinsatz hier präsentieren. Ja, wir haben uns ja schon ansatzweise darauf geeinigt oder haben das jetzt fix gemacht, dass wir das quartalsmäßig abrechnen. Ja. Heißt, es geht nicht mehr über das ganze Jahr, sondern jetzt eben pro Quartal gilt die Wette und die Punkte, die bis dahin gesammelt wurden, die entscheiden dann eben über den Quartalssieg und der wiederum entspricht 40 Euro. Genau. 40 Euro pro Quartal und dann nochmal 40 Euro pro Quartal für die Supporter-Episoden. Das heißt, wir haben insgesamt acht Punkte-Abrechnungen im Jahr. Vier hier und vier da. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Naja, alle drei Monate. Achso, insgesamt mal zwei, ja. Okay, korrekt. Oh Gott. Und was kann ich gewinnen? So gut, wie es gerade läuft? Wie? So gut, wie es gerade läuft? Naja, was ist der Preis? Der Einsatz? Na, die 40 Euro. Ja, aber die 40 Euro sind ja nicht in Bar, Freundchen. Wir haben ja nicht gesagt, die werden jetzt um 40 Euro, die packst du jetzt auf den Tisch. Nee. Sondern halt, damit kannst du machen, was du willst. Also du wirst dir Blu-Rays mitkaufen. Ja. Also wir haben gesagt, wir legen das jetzt nicht fest mit irgendwelchen Wetteinsätzen, weil wir wissen nicht, ob die Kinos da noch stehen. Wir hoffen es natürlich. Und wir wissen nicht, ob es noch Blu-Rays gibt oder sonst was. Und derjenige kann sich für die 40 Euro kaufen, was er will, der kriegt dann von dem anderen Geschenk oder kriegt ihm Essen ausgegeben bei dem Videoabend oder was auch immer. Du glaubst echt, die schaffen jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr Blu-Rays ab? Hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt nicht mehr ins Kino gehen können? Nee, nee, ich sag ja klar, es ist alles möglich. Deswegen? Das wäre mal heftig, Alter. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also bei mir wird es definitiv auf Filme hinauslaufen. Du bist ja nicht so ein Sammler. Aber wir haben gesagt, wir können das Ganze auch sammeln. Das heißt, wenn man sagt, ich gewinne jetzt mal ein Quartal, aber reicht noch nicht für die Steelbook-Edition 99 Euro, die ich mehr kaufen will? Dann kann ich auch aufs nächste und übernächste Quartal noch hoffen und kann mir dann am Ende des Jahres irgendwas Größeres kaufen. Richtig. Also, wir machen am Ende des Jahres fette Bescherungen. Mal gucken, wer was macht und wir rechnen es nicht gegeneinander auf. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne und du gewinnst viermal, ich gewinne viermal, dann heißt das nicht, dass wir gar nichts kriegen, sondern wir kaufen uns natürlich trotzdem gegenseitig irgendwas Geiles. Ach so, okay. Ja, das haben wir gesagt. Damit irgendwie gar nichts rauskommt. Nein, nein, das wäre ja affig, wenn es dann am Ende des Jahres unentschieden ausgeht. Also, ich starte motiviert ins neue Jahr, auch wenn das letzte Jahr sehr ausbaufähig lief. Ja, da gab es Raum für Verbesserungen. Das Schöne ist jetzt aber an diesem neuen System, dass das leichter ist, mitzuverfolgen für die, die sich das anhören. Ja, genau. Jetzt hat man nicht mehr diese Sprünge dadurch, dass wir mal zwei Support-Episoden hintereinander aufgenommen haben, weil einer mal irgendwie in Urlaub gefahren ist oder irgendwo arbeiten musste und dann eine reguläre dazwischen. Und dadurch sind wir mit den Punkten immer ein bisschen hin und her gesprungen. Das haben wir jetzt. Jetzt ist es ein bisschen übersichtlicher geworden. Jetzt verläuft es ganz chronologisch, numerisch. Jedes Jahr eine kleine Verbesserung. Ja, hoffentlich nicht nur jahresweise. Also, wir sind auch nach wie vor immer noch offen für jegliches Feedback. Deswegen dürft ihr uns gerne bewerten bei iTunes und Co. Ja. Gerne auch positiv. Und wenn ihr wirklich ernstzunehmendes Feedback habt oder also wirklich Kritik, dann auch gerne her damit, solange das konstruktiv ist. Immer wieder fleißig kommentieren natürlich. Also, wer Bock hat, Lee Manchester by the Seed zu erklären, kann das auch gerne in die Kommentare packen. Darauf warten wir auch immer noch. Ja. Oder The Notebook. Ja, bitte. Ich glaube, da bin ich nicht alleine mit der Meinung. Wer auch The Notebook als Meisterwerk ansieht, der soll mir doch bitte eine E-Mail schreiben. Hör mal auf. Wir gründen eine Gruppe. Irgendwann steht dann hier bei Amazon Podcasts oder so, steht dann, Kunden, die diesen Podcast mochten, mochten auch The Notebook, Alter. Und dann ist es vorbei. Viel geiler ist, wenn du bei Amazon bei der Blu-Ray, wenn du die kaufst, da steht so. Wenn sie diese Blu-Ray kaufen, und dann hören sie auch die Bewegtbild-Banausen. Das wäre doch eine starke Referenz. Gott, ey, dann habe ich alles falsch gemacht, wirklich. Das ist so ein toller Film. Ich weiß nicht, was du hast. Ich werde den hier irgendwann mal rezensieren, auf jeden Fall. Der fehlt noch. Oh Gott, stimmt. Den muss ich mal bringen. Ich habe ja gesagt, dass ich mal sehr ans Herz gewachsene Filme, dass ich die mal wieder rewatche mehr als zuvor. Ja. Fürs neue Jahr. Und das habe ich mir vorgenommen. Vielleicht ist ja The Notebook dabei, wer weiß es. Okay, also der 10-Punkte-Film mit Ryan Gosling. Oder er kackt halt ab, weil das ist schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Kann natürlich auch sein. Ach so. Wäre nicht das erste Mal, dass wir Filme abstrafen, die nach außen in Meisterwerke sind. Naja, aber du hast den ja schon mal als Meisterwerk empfunden. Also du, subjektiv. Das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber... Okay. Jein. Na gut. Wir schauen mal. Ich bin gespannt drauf. Es ist immer Platz für eine Korrektur da bei dem Bewegtbild-Banausen. So ist es nicht. Mhm. Mal gucken, was wir heute mitgebracht haben. Soweit ich es mitgekriegt habe, hast du so ein bisschen Themaamt vor dir. Ja. Also thematisch verrannte Filme. Ich habe zwei Themen heute. Du hast zwei Themen. Mhm. Einmal Syphilis. Genau. Und das zweite... Hepatitis. Tischtennis. Hepatitis. Tischtennis-Filme und Syphilis-Filme. Genau. So startet Lien ins Neujahr. Bei mir ist thematisch gar nichts verrannt. Ich habe komplett verschiedene Filme, aber jetzt auch nichts übermäßig Großes, Überkrasses, wo ich jetzt anderthalb Stunden an einem Film hänge. Okay. Das habe ich heute auf jeden Fall nicht im Gepäck. Hast du ein paar Klopper dabei? Ja, auch nicht wirklich. Nee. Nicht so richtig. Mhm. Trifft sich ganz gut, weil wir haben ja immerhin 13 Projekte heute auf der Ruhr. Mhm. Sechs ich, sechs du und dann noch ein gemeinsames Ding, was wir auch zuvor so in der FV noch nie gemacht haben. Und wir wollen unser Los-Thema heute machen. Das 13. ist das gemeinsame Ding. Das 13. ist das gemeinsame Ding. Und dann noch Los-Thema. Also haben wir einiges auf dem Schirm. Deswegen würde ich sagen, springen wir mal in den Pool und legen los für dieses Jahr. Mhm. Habe ich die Ehre für die erste Rezension? Natürlich. Willst du los? Nein, natürlich hast du die Ehre. Das ist toll. Gut. Womit fange ich denn hier an? Gut. Dann starte ich jetzt ins neue Jahr mit etwas, Episch. Also doch? Ja, aber nicht episch vom Film, sondern eher episch vom Genre und von der Thematik. Denn ich habe einen Monumentalfilm. Okay. Hat man ja nicht so oft. Spartakus, glaube ich, fällt mir gerade ein. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie du einen Monumentalfilm definierst. Wie würdest du es denn? Man sagt ja immer so ein bisschen abfällig Sandalenfilm. Wie würdest du es denn empfassen? Ach so, siehst du, Monumentalfilme müssen für dich in einer Zeit spielen, wo Menschen Sandalen getragen haben? Man nennt ja Monumentalfilme Sandalenfilme so abfällig. Das ist ja eigentlich so das Thema. Also Monumentalfilme sind ja nicht so, nur weil sie jetzt geschichtlich irgendwie spielen. Also Wege des Ruhens ist jetzt kein Monumentalfilm, weil er jetzt einfach nur in der Geschichte irgendwie im Weltkrieg spielt. Ganz ehrlich, ich könnte das für mich nicht definieren. Du könntest es nicht definieren. Gut. Ich definiere es mal so. Ähm. Look, I'm not proud of it, but yeah. Okay. Definieren wir so Monumentalfilme. Also ein klassischer Monumentalfilm ist für mich... Im Ernst? Hang on, let me get a pencil. This is gold. Muss ich aufschreiben, Alter. Schreibt ihr das auf, ja. Ein Monumentalfilm ist für mich ein Film wie zum Beispiel Der Untergang des Römischen Reiches aus dem Jahre 1964. The Fall of the Roman Empire. Inszeniert von Anthony Mann. Von dem ist 1964 unter anderem auch The Glenn Miller Story. Sind wir wieder bei Jimmy Stewart. Den haben wir ganz schön oft in letzter Zeit. Und das Drehbuch von Ben Basman, der hat einen Film inszeniert, der ist ganz, ganz frisch in meiner Filmsammlung gelandet. Ganz kurz, es ist witzig, dass du eben Spartakus angesprochen hast, weil Anthony Mann war doch kurz für Spartakus verantwortlich, bis Herr Kubrick dazu kam. Siehst du, das war der Vorgänger von Kubrick, richtig. Drehbuch Ben Basman, der hat inszeniert den Film Z, Anatomie eines politischen Mordes. Inszeniert oder geschrieben? Geschrieben, Entschuldigung, ja. Genau, wir reden von Drehbuchautant. Der hat auch das Drehbuch von Z, Anatomie eines politischen Mordes geschrieben. Der ist ganz frisch in meiner Sammlung gelandet. Und der Untergang des Römischen Reiches hat auch eine Oscar-Nominierung kassiert für den besten Score. Okay. Das Music. Die hat wer gemacht? Alter. Nee, entschuldige, ich dachte jetzt, weil du gerade meinst, das hat so krass... Keine Ahnung, das hab ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Entschuldige. Ich hab jetzt nur die Oscar-Nominierung rausgeschrieben. Hey, der hat sein können, dass jetzt eben einer der großen Namen ist und deswegen die Oscar-Nominierung gab. Nein. Okay. Ich wollte dich damit nicht... Mann. Ach, Gess. Because I'm a sleepy, middle-aged man and I fall asleep a lot. Richtig. Fall asleep a lot. See for custom. Es bleibt spannend. Music. Dimitri Tjomkin. Oscar-Nominiert. Ja. Wissen wir das auch. Schön. Hilft uns das weiter? Nein. Okay, alles klar. Glückwunsch nochmal, Dimitri, für die Oscar-Nominierung im Jahre 1965. Liebt er denn noch? Keine Ahnung. Aber falls du das hörst, good job, man. Keep it up. Dicke Props, ja. Dicke Props von uns. Jetzt erzählen wir mal von dem Film. Also, ein Kaiser namens Aurelius, Markus Aurelius hieß der damals, der hat das Römische Reich zum größten Imperium überhaupt gemacht und der hat nur noch zwei Feinde gehabt auf der Welt, nämlich das waren die Perser und die Barbaren im Norden. Ansonsten hat er das Römische Reich so vereint, dass er relativ friedlich mit den anderen Völkern zusammengelebt hat. Und er hat einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter wird gespielt von Sophia Loren, Lucilla. Und der Sohn wird gespielt von einem Jungen, jetzt haben wir wieder Inspector Clouseau, Christopher Plummer. Der spielt den Commodus. Okay. Und als Markus Aurelius im Sterben liegt, denen geht's nämlich gar nicht gut. Entschuldige, wer spielt denn? Der wird gespielt von Alec Guinness. Okay. Den großartigen Alec Guinness. Und er hält aber den besonnenen Livius, der sozusagen sein Ziehsohn ist, der wird wiederum gespielt von Stephen Boyd, hält er für einen besseren Nachfolger als Herrscher des Römischen Reiches, als seinen hitzköpfigen leiblichen Sohn Commodus. Bevor der Kaiser diesen Plan aber publik machen kann, dass er lieber den Livius irgendwie als Nachfolger haben will, wird er vergiftet. Und sein Sohn reißt dann die Macht als Nachfolger an sich und macht sich fortan halt viele Feinde mit seiner selbstherrlichen Art. Und der Sprecher am Anfang des Films, der lässt schon nicht Böses ahnen, weil er sagt, der Zerfall des Römischen Reiches ist kein Moment, sondern ist ein Prozess. Und das Ganze hat sich über 300 Jahre hingezogen. Der Film bricht das runter auf circa zwölf Jahre, wo der spielt. Heißt das das Ende davon, oder? Das ist so ziemlich das Ende und man weiß ungefähr, wo das Ganze landen wird. Stephen Boyd, der diesen Livius spielt, der machte den Film tatsächlich verantwortlich für das Ende seiner Karriere, weil das war 1964 der größte Flop für Paramount Pictures, hat 20 Millionen Budget gekostet. Das Forum Romanum, was dafür gebaut worden ist, ist das größte Outdoor-Set für einen Film, das jemals gebaut worden ist, bis heute. Wow. Das hält einen Rekord, also ist wirklich riesig. Ich hab mir jetzt nicht die Maße aufgeschrieben, aber ist mega groß. Nebenrollen haben wir noch James Mason, der spielt den Timonides, der ist sozusagen die gute Seele und der Berater und der Schlichter von Markus Aurelius. Und Omar Sharif spielt eine kleine Rolle. Witzig. Also gut besetzt, so ein typischer Monumentalschenken von damals, Alec Guinness, Sophia Loren, Christopher Plummer, James Mason, Omar Sharif, große Namen. Und kann sich definitiv so von einer Inszenierung sehen lassen, weil es gibt richtig aufwändige Schlachten. Es gibt ein großartiges Wagenrennen, was niemals dabei nicht in so einer Arena stattfindet, sondern was ein direktes Duell ist, was durch den Wald führt. Und super inszeniert. Also die springen da teilweise über Baumstämme rüber und dann so querfeldein so, weißt du, vom Weg ab und so. Und es war der Stunt-Koordinator von Ben Hur, der das Ganze auch in Szene gesetzt hat und der dafür gesorgt hat. Das sorgt natürlich für einen richtig guten Action-Moment und insgesamt sind da schon coole Schlachten und coole Momente drin, wo du sagst, okay, hier geht's schon gut ab. Es gibt so eine Szene, wo Commodus halt zeigt, was für ein Arschloch er ist. Es gibt so eine Szene, wo sie sich so mit so einer Nutte begnügen oder mit mehreren. Und dann schiebt er so diese Nutte zu seinem Kumpel Livius. Also der gespielt von Stephen Boyd, der seinen Nachfolger antreten soll. Und die sind ja gut befreundet seit klein auf. Das heißt, die kennen sich und sind Best Friends. Ja. Und sagt dann zu ihr so, die kann denken, die ist für dich. Das gefällt dir. Als er sie zu ihm schickt. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Also wirklich die einzige starke Frauenrolle ist tatsächlich Sophia Loren in diesem Film. Alles andere ist halt nur so Beiwerk. Ja gut, aber das ist für die Zeit halt jetzt auch nicht so weit hergeholt. Nee, ist nicht so untypisch. Und sie ist halt schauspielerisch tatsächlich in dem Film nicht besonders doll. Also spielt diese Lucila tatsächlich ein bisschen peinlich. Also ein bisschen overacted und hat mir nicht so gefallen. Also schauspielerisch gibt es hier auf jeden Fall so ein paar Ausreißer. Es ist natürlich alles sehr pathetisch mit viel Pathos inszeniert und es gibt einige Unstimmigkeiten im Pacing, weil das Ganze geht 188 Minuten. Oh shit. Du hast natürlich wieder diesen Epilog dazwischen, du hast den Prolog und bei Nachspann hast du natürlich auch nochmal so ein bisschen so eine Melodie zum Ausklingen. Aber diese 188 Minuten funktionieren halt nicht an jeder Stelle. Also es ist zu Recht keins der ganz großen Werke des Monumentalfilms, muss ich an der Stelle sagen. The Fall of the Roman Empire ist aber ein Ding, was man sich definitiv mal angucken kann. Also wenn man Fan von dem Genre ist, aber es kommt jetzt nicht an die ganz großen Filme ran. Selbst Gladiate, also von den neueren Sachen oder halt damals Spartakus oder die 10 Gebote und wie sie alle heißen, sind auf jeden Fall bessere Filme. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den kenne. Ist das der Film, in dem die auch diese Shakespeare-Rede von Marc Aurel, Bürger Roms, wo er hier vor der versammelten, vor dem Volk spricht? Haben die die Rede auch inszeniert? Es gibt eine Ansprache, aber die ist jetzt nicht allzu lang oder besonders bemerkenswert jetzt. Aber es gibt unheimlich viel von diesen, klar, der Herrscher Roms tritt halt vor das Volk und so mit urich vielen Statisten auf jeden Fall davor im Volk. Also das hat man... Ja, da gibt es schon eine sehr bekannte Rede, weil eben Shakespeare hat da ja auch ein ganzes Stück draus gemacht. Also, okay, wie auch immer. Sophia Loren als Lucilla hat übrigens eine Beziehung mit Livius, mit dem besten Freund von dem Sohn, also von Commodus. Ja. Und Commodus schickt sie dann weg, wo er die Macht dann an sich reißt und schickt sie dann weg, damit sie diesen Perser-Anführer heiratet, gespielt von Omar Sharif. Ja. Damit er sie praktisch, weil sie ist immer so ein bisschen, sie hat immer so ein bisschen rebelliert und war für Frieden und so und er ist halt so der Aufwiegler so, der halt Rom über alles so, weißt du, alles andere scheißegal und dafür geht halt auch über Leichen. Und seine moralische Schwester stand ihm da am Weg und deswegen hat er sie halt verheiratet mit diesem Perser und hat sie dann halt fortgeschickt. Das heißt, man hat auch so einen Bruder-Schwester-Konflikt, weil die haben sich noch nie so richtig gut verstanden, haben sich immer so ein bisschen gekabbelt, hat man schon am Anfang gemerkt. Und Livius wiederum hat eine Beziehung mit dieser besagten Lucilla, was noch so intern für so ein paar Beziehungsgeflechte sorgt. Und es gibt, naja gut, ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber es gibt auch einen ziemlich coolen Endkampf am Ende. Okay. Mano e Mano, sag ich nur. Also. Ich glaube, ich kenne den Film, ich bin mir nicht sicher. Also wenn es da auch nicht klingelt, dann weiß ich nicht, ob du ihn gesehen hast, aber. Naja, der ist ja nun wirklich auch alt. Der ist alt, aber so ein paar Sachen müsst du dir, also gerade dieses Wagenrennen durch den Wald und so, das ist schon geil inszeniert, das hätte ich mir wahrscheinlich gemerkt, wenn ich den schon irgendwie gesehen hätte. Und es gibt halt viele Schlachten zwischen diesen Barbaren und den Römern und so und siehst halt irgendwelche Pferde da umfallen und von links und rechts wird da. Wird da gekämpft und das Blut fließt. Und warum war das so ein Flop? Kann ich dir nicht sagen. Wie viel hat er denn gemacht aus diesen 20 Millionen? Das habe ich auch nicht gefunden. Okay. Das ist zu lange her. Ist ja komisch, ne? Mit dem Line-Up und dem Regisseur, den Studios und der Größe, alles. Definitiv. Und wo er noch einen Rekord gebrochen hat, Sophia Loren hat nach Elisabeth Taylor für Cleopatra, ist das erst die zweite Frau in der Filmgeschichte, die eine Million Gage gekriegt hat. Ach. Ja. Das hat man zuvor wirklich nur bei Elisabeth Taylor gehabt. Im Jahr 1964. Und dann kam Sophia Loren. Und dann auch noch in einer Performance, die du dann hinterher nicht gut findest. Ne. Also es war jetzt keine Millionen wert, Mäuschen. Vielleicht ein Zehntel davon. Also ist das gute Loren hier nicht so dissen. Das gute Loren. Ne, wir wollen das gute Loren natürlich nicht. Die Grand Dame, Alter. Die Loren. Also bitte. Ja, die Grand Dame hat ja auch ein paar Filme gedreht, wo ich sage, hier ist es absolut erwähnenswert und legitim. Aber der Untergang des Römischen Reiches gehört nicht dazu. Das war jetzt keine Glanzleistung. Fand ich. Okay. Ja, aber trotzdem. Ich habe mir diese 188 Minuten mal angetan. Und es ist definitiv ein guter Vertreter seines Monumental-Genres. Was würdest du denn unter einem Monumentalfilm so ein... Wie gesagt, ich kann dir das nicht definieren. Könntest du nicht. Auch nicht so anhand von Beispielen, dass du sagst, okay... Ne, also klar würde ich da eben sowas wie die Zehn Gebote und Ben Hur und sowas mit reinnehmen, ja. Aber ich könnte es dir nicht definieren. Okay. Nein, ich habe dann, ja genau, die Filme, die du gerade genannt hast, das sind halt so diese klassischen, die ich dann auch im Kopf hätte, wo ich sage, das ist für mich ein Monumentalfilm. Okay, aber das heißt, du hast jetzt hier auszusetzen so ein paar schauspielerische Sachen und die Länge, die dir dann eben nicht wirklich dazu beiträgt, dass das Pacing stimmt? Ja, plus ein bisschen viel Pathos. Okay. So an der einen oder anderen Stelle kann man verkraften, aber ist natürlich, hätte man ein bisschen, hätte man ein bisschen cooler inszenieren können. Aber Alec Guinness und so eine Leute sind natürlich große Namen, also es ist natürlich toll, die zu sehen, Christopher Plummer macht einen guten Job. Weil der ist nicht so ein komplettes Abziehbild von Antagonist, von böser Stiefsohn, sondern er hat auch ein paar Seiten, wo du sagst, okay, man kann es ein bisschen nachvollziehen. Weil der ist halt so, der ist halt noch jung, der ist in seinen jungen Jahren und Alec Guinness als Max Aurelius sagt ja am Anfang so, der hat gerade mehr zu tun, seine Gladiatorenkämpfe dann rum zu veranstalten, anstatt hier irgendwie über Politik zu reden. Das heißt, es ist halt so, wenn man heute sagt, so ja, mein Kind geht ja lieber Party machen, anstatt irgendwie seine Ausbildung zu machen. Da war es halt so, okay, der hat halt Gladiatorenmatches organisiert und das ist so. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind halt nachvollziehbar, dass der so in dieser Sturm- und Drangzeit ist. Der spielt nicht jetzt so ein komplettes Abziehbild, fand ich auch sehr gut, den Christopher Plummer auf jeden Fall. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie so jung in dem Film gesehen, also an Inspektor Clouseau konnte ich mich ja nicht mehr erinnern, das ist zu lange her, also da hatte ich ihn nicht mehr auf dem Schirm. Man kennt ihn ja quasi nur als alt, so wie du auch gesagt hast, glaube ich, in einer Rezension. International ist der, glaube ich, wirklich erst alt, in den älteren Jahren groß geworden. Er ist erst alt zur Welt gekommen. Ich komme mal zu den Zahlen, okay? IMDb ist bei einer 6,7, Rotten Tomato 7,4 und 3,7. Es gibt keinen Metascore. Aber 7,4 von der Kritik ist gar nicht schlecht. Das ist nicht so schlecht, ne. Und es gibt eine Letterboxd-Bewertung von 3,3. The Fall of the Roman Empire, der Untergang des Römischen Reiches. Okay. Von 1964. Nicht wirklich leicht, finde ich. 188 Minuten. Ich glaube, du bist bei 6,5. Bei 7. Ah! Das war mein erster Impuls. Fuck. Na gut. 7 Punkte sind es dann doch noch geworden von mir. Jetzt gebe ich weiter an dich. Was ist deine erste offizielle Rezension in dieser Episode 62? Ne, 61, sorry. Ich mache das so ein bisschen übergreifend mit Dingen aus dem letzten Jahr. Weil wir haben ja in der letzten Episode Citizen Kane besprochen. Und im Zuge dessen hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen auf Mike, wie wir das mit Filmen, die da so in dem Kontext jetzt gerade rauskamen oder schon länger existieren, wie es damit aussieht, ob wir das nicht irgendwie kombinieren sollen. Und haben wir ja nicht gemacht. Aber wir haben über Citizen Kane gesprochen. Und deswegen möchte ich jetzt den Rest besprechen. Der Rest? Ja, der Rest. Alle Filme? Ne, aber es gibt da so ein paar Filme, die echt in dem Kontext für mich noch da mit reingehören. Oder die halt zumindest nur existieren, weil Citizen Kane existiert. Und allen voran jetzt natürlich erstmal der neue Film von David Fincher, Mank. Den du ja auch gesehen hast. Den habe ich mir auch angeguckt, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie du den gefunden hast. Ich auch, weil der Film wird sehr divers aufgenommen auf jeden Fall von verschiedenen Leuten. Also da heißt es auch von langweilig bis genial ist da alles dabei von den Stimmen, die ich bisher gehört habe. Ja, ist abgefahren. Ist natürlich kein, also der macht es einem nicht leicht, so was die Rangehensweise angeht. Also man muss glaube ich schon so ein bisschen zumindest Hobby-Cineast sein, um sich da überhaupt dran zu trauen. Also ich glaube auch, so für das Durchschnitts-Netflix-Publikum ist das erstmal nichts. Also weil das dann wirklich nichts ist, was du ohne jegliches Vorwissen einfach mal so nebenbei streamen kannst, glaube ich. Also da bleibt einfach viel zu viel auf der Strecke, denke ich. So, bei Mank von David Fincher geht es um Herman J. Mankiewicz. Der, das ist eben schon das Vorwissen, was man braucht, der Co-Autor von Citizen Kane war. Und der Vater von David Fincher hat dieses Drehbuch geschrieben, was Fincher auch schon Ende der 90er machen wollte. Das sollte eigentlich der Film werden, den er nach The Game macht. Da wollte er ihn ursprünglich machen. Da hatten aber die Studios was dagegen, weil da schon der Plan war, das in Schwarz-Weiß zu drehen. Und Polygram damals wollte das nicht. Also wurde das ein bisschen auf Eis gelegt. Interessanterweise sollten damals Herman J. Mankiewicz Kevin Spacey spielen und Marion Davis, die weibliche Hauptrolle hier, sollte von Joey Foster gespielt werden. Okay. Wäre also auch nicht uninteressant gewesen. Hier ist es jetzt Gary Oldman geworden als die Titelfigur und Amanda Seyfried spielt den weiblichen Hauptpart Marion Davis. Und es geht um die Zeit unmittelbar vor der Produktion von Citizen Kane. Heißt, es ist so die Endphase der Vorproduktion. Die sind in den Endzügen des Drehbuchs und Mank, also so wird Mankiewicz kurz genannt, wird von Orson Welles weggeschickt, also auf so eine Ranch in Victorville, Kalifornien. Und dort sollen ein paar Leute auf ihn aufpassen, damit er da in Ruhe das Drehbuch zu Ende schreiben kann. Prämisse ist, es gibt dort kein Alkohol, weil wir erfahren relativ schnell, Mank ist hochgradig alkoholabhängig und aber funktioniert dann trotzdem relativ gut, auch eigentlich unter Alkoholeinfluss, aber das war so der Deal, den er mit Orson Welles gemacht hat. Er schreibt das Drehbuch zu Ende, darf währenddessen aber nichts trinken. Hinterher darf er dann wieder Vollgas geben, aber so ist erstmal der Deal. Also hat er einen festgegebenen Zeitraum, in dem er das Drehbuch zu Ende schreiben soll. Das sind glaube ich, was waren das, 60 Tage? 60 Tage, zwei Monate genau. Von den ursprünglich 90 Tagen glaube ich auch nochmal reduziert. Also er hat eben verhältnismäßig wenig Zeit, das Drehbuch zu Ende zu bringen. Und so sehen wir also Gary Oldman als Mank in dieser Ranch überwiegend im Bett abhängen und parallel schreibend, er hat eine Assistentin, die ihm da hingestellt wird, die wird von Lily Collins gespielt, heißt Rita Alexander und die sorgt halt so ein bisschen dafür, die schreibt seine Sachen auf, also er diktiert ihr auch einfach oft, was er schreiben möchte und sie bringt das später via Schreibmaschine zu Papier. Ist halt eine Stenografin und auch gleichzeitig so ein bisschen persönliche Assistentin und dann gibt es da noch eine andere Dame, die auch im Haus aufpasst und hin und wieder kommt eben der Producer Houseman auch vorbei, der auch Orson Welles unterstellt ist, um so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen und immer den aktuellen Stand auch zu erfragen. Immer wieder gibt es auch Telefongespräche mit Orson Welles, der dann sich eben auch nach dem Status Quo erkundigt. Und ansonsten sehen wir auch viele Rückblenden. Es wird so ein bisschen Teile des Lebens von Mankiewicz werden so aufgedröselt, die so ein bisschen seinen Werdegang andeuten und vor allem auch die Verhältnisse weiter etablieren sollen oder so ein bisschen durchleuchten sollen, weil hier natürlich Figuren wie eben Marion Davis und allen voran natürlich auch William Randolph Hearst, die Verhältnisse zu den Figuren werden mit diesen Rückblenden auch so ein bisschen klarer. Und vor allem eben auch, wenn es um das Standing geht, was Mank in Hollywood hatte, weil er im Gegensatz zu Orson Welles eben ein sehr etablierter Autor war, der hat schon eine Menge gemacht davor und war eben alkoholabhängig. Orson Welles kam als Wunderkind nach Hollywood und hat halt mit 25 Citizen Kane gemacht. Hatte da komplett freie Hand und deswegen ist so dieses Mächteverhältnis hier schon auch, wird auch thematisiert, aber wird sehr einseitig gezeigt. Also der Film trifft eine klare Entscheidung und entscheidet sich für die Version der Geschichte, in der es heißt, dass Mankiewicz im Endeffekt das Drehbuch fast im Alleingang geschrieben hat, Orson Welles hier und da ein paar Änderungen vorgenommen hat, aber im Großen und Ganzen war die Geschichte von Mank und Orson Welles war eigentlich nur so ein bisschen der Tyrann, der ihn am Telefon drangsaliert hat und darauf hingedrängt hat, dass das endlich mal fertig wird. Das finde ich ist eben eine recht einseitige Sicht auf die Dinge, aber ist halt eine Entscheidung des Autors und der Regie, diese Version der Geschichte zu erzählen. Das Problem ist ja eh, dass jeder, der da wirklich was zu beisteuern könnte, halt tot ist und es viele Überlieferungen gibt von dieser Geschichte und den Geschichten, die da dranhängt und so, die da alle dranhängen. das ist jetzt eben hier eine dieser Versionen und der ganze Film ist in schwarz-weiß gehalten, was eben glaube ich den dann vielen Leuten auch ein Problem sein dürfte. Ich fand's ganz cool, also sie haben echt einen schönen Look gewählt. Was ich ein bisschen unglücklich fand, ist, dass die dann noch so einzelne Dinge gemacht haben, um zu suggerieren, dass das Ding älter ist oder aus der Zeit stammt. Meinst du den Sound? Zum einen den Sound, zum anderen dann diese kurzen Brandmarken, die du hin und wieder oben rechts im Bild siehst, die irgendwelche Filmrollenwechsel suggerieren sollen oder Schnittmarken und so, das fand ich unnötig. Also es hat, vor allem weil du halt zum Teil wirklich ein gestochen, scharfes Bild hast, was sehr offensichtlich mit modernen Kameras gefilmt wurde, das harmoniert für mich nicht so wahnsinnig und erzählt mir auch nicht, als wäre das Ding älter als 2020, aber sei es drum, vielleicht kann man das auch als Hommage verstehen an die Zeit und so habe ich es verstanden. Ja, wie auch immer, also ich fand es eher unnötig, als dass es mir was gegeben hat. Ähnlich ging es mir mit diesem Stilmittel von dass du zu Beginn von Rückblenden oder eben von neuen Szenen dann wie vermeintlich im Drehbuch auch mit dem Sound einer Schreibmaschine ins Bild getippt bekommst, wo wir uns gerade befinden. Das finde ich als Stilmittel ganz nett, man macht es sich damit auch ein bisschen leicht, dramaturgisch gesehen, aber sei es drum, so ist es geschrieben. Was ich schade fand, ist, dass sie es inkonsequent gemacht haben, weil da einfach manchmal wurden Dinge gewählt, die so auch hätten im Drehbuch stehen können und manchmal haben sie es aber so aufgetröselt, dass es so niemals in einem Drehbuch stehen würde und das fand ich halt ein bisschen inkonsequent, zumal sie es dann eben auch nicht bei allen Szenen gemacht haben, es war mal so, mal so, also es hat sich jetzt nicht wirklich konsequent durch den Film gezogen, das fand ich ein bisschen, naja, es hat sich dann eben, fühlt sich nach so einer Spielerei an, wo sich niemand viel mehr Gedanken drüber gemacht hat. Wie auch immer, das tut der Sache auch keinen großen Abbruch, weil wir sehen hier natürlich Gary Oldman, den ich mit bisher einer Ausnahme immer gut finde und der ist auch hier natürlich wieder echt sehr souverän und ich finde, also einerseits, ich versuche den Film dann so ein bisschen autark zu betrachten, dass da irgendwie nichts mit reinspielt, was jetzt von Citizen Kane kommt oder von anderen Filmen oder von wie es vielleicht wirklich war und so, sondern das ist eine fiktionale Geschichte, mit Bezug zu realen Personen, aber die haben sich für eine Geschichte entschieden und die versuche ich dann auch so zu kaufen und zu glauben und das möglichst gut zu finden. Aber ich fand es nicht durchweg gut. Ich finde, die haben da dramaturgisch ein paar Sachen gemacht, die dem Pacing nicht gut getan haben und im Großen und Ganzen frage ich mich auch, was die mir da eigentlich erzählen wollten, weil am Ende fühlt es sich nur an wie so eine Hasstirade auf Orson Welles, was das für ein übler Wichser war und wie sehr der die anderen Leute in ihrem Werk beschnitten hat und das hat mir nicht so viel gegeben. Ich habe noch nicht mal für meinen Geschmack noch nicht mal ausreichend über den Mensch Mankiewicz erfahren, sondern das hat sich leider auch auf so ein paar Momente beschränkt, die so in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Natürlich hat man dann mal ihn im Vollsuff und wie er sich halt, naja, wie die Axt im Wald verhält und dann hat man ihn auch wieder in vermeintlich genialen Momenten und so und das war für mich nicht dreidimensional, so die Figur. Das war so ein bisschen Abziehbild. Fand ich schade. Ja, ich weiß nicht, was man sonst noch groß zu sagen kann. Ich habe hier natürlich auch so ein paar Fakten, die ich aber glaube ich schon erzählt habe. Zum einen eben, dass er den ursprünglich schon Ende der 90er machen wollte, weil ganz ehrlich, Kevin Spacey und Jodie Foster hätte ich alleine schon auch deswegen besser gefunden, weil die ähnlich alt sind. Weil das ist so ein Ding, hier Marion Davis mit einer zu besetzen, die halt 27 Jahre jünger ist als Mank. Also funktioniert nicht nur historisch nicht, sondern macht halt automatisch auch was mit den Figuren, weil er dann, er kam für mich immer so ein bisschen über ihr an. Also hatte so was, so ein bisschen was Mentor, Vatermäßiges und so, weißt du, im Verhältnis mit ihr. Fand ich gerade gut. Ja, ist aber Quatsch. Also, aber auch da wieder, klar, ich find's halt immer schwierig, wenn man sich an realen Personen orientiert und dann aber eine komplett fiktive Sache draus macht, weißt du, aber gut, wie gesagt, Tarantino lässt halt auch Hitler aufs fieseste sterben, so, das ist auch fein. Es ist halt eine Entscheidung, aber eben, wie gesagt, ich tu mich so ein bisschen schwer, weil ich mich jetzt halt eben im Zuge von Citizen Kane und den anderen Filmen da so ein bisschen mit beschäftigt hab. Da fand ich einfach die Besetzung von Amanda Selfie ein bisschen unglücklich, aber die hat das natürlich auch ganz gut gemacht, war für mich jetzt nicht herausragend, aber das hat trotzdem funktioniert und auch was die Chemie zwischen den beiden anging, das war voll okay, aber das ist halt das Ding, was du, Marion Davis war einfach zu dem Zeitpunkt, den die hier erzählen, war die halt schon ein krasser Star. Weißt du, ich mein, die, also wirklich, die hat Comedies gedreht, die super erfolgreich waren, die war, zum gewissen Zeitpunkt war die auch wirklich auf Platz 1, glaube ich, was Box Office Stars anging und war halt zu dem Zeitpunkt irgendwie schon zehn Jahre ein derber Star und das kam so halt auch nicht rüber. Ich finde auch, dass sie, dass hier die Figur von dem William Randolph Hearst echt zu kurz kommt, weil der halt hier auch sehr eindimensional gezeigt wird. Sowieso, es gibt für mich hier wenig Figuren mit Tiefgang und da aber auch die Handlung einfach nur sich so ein bisschen liest, wie so ein paar bebilderte Tagebuch-Einträge, was so den Verlauf angeht, kriegst du halt so einen Zeitraum erzählt, wo dann am Ende für ihn irgendwie eine gute Wendung bei rauskommt, aber um da wirklich emotional investiert zu sein, habe ich zu wenig über den Mensch-Mank erfahren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du mir sagen willst, ja. Okay. Aber ich sehe es anders. Das ist ja legitim, mir geht es nur darum, dass du nachvollziehen kannst, was ich an dem Ding, was für mich nicht funktioniert hat. Ja. Also du konntest dich nicht hundertprozentig davon lösen, dass es fiktiv ist, zu teilen, sondern dass es halt nicht autobiografisch ist in vielen Momenten. Doch, Ich fand halt eben nur, dass sie ein paar Entscheidungen getroffen haben, die ich dann so nicht nachvollziehen konnte, wo ich eben auch finde, dass das dramaturgisch dem Ganzen nichts zu beigetragen hat. Also ich war einfach, weißt du, ich konnte mir das problemlos angucken und fand es an manchen Stellen auch sehr gut. Dazwischen hat es aber so abgeflacht, weil ich eben, der hat es für mich nicht hinbekommen, hier Figuren zu erzählen, wo ich irgendwie emotional investiert bin. Und dann, da fehlt halt dann die Connection so und dann für den Rest war es dann eben vom Pacing her für mich dann zum Teil wirklich, hat es sehr abgeflacht, ja. Das kenne ich so von Fincher halt auch nicht, das ist auch so ein Ding, also ich glaube, der gefühlt langsamste Film, den ich von ihm kenne bisher, wäre vielleicht Social Network. Aber, also der ist da auf jeden Fall, nimmt da nochmal mehr Tempo raus. Ja. Wie fandst du das denn? Anders als du auf jeden Fall habe ich den aufgefasst und ich hatte Spaß. Okay, warum? Es kann nicht schaden, wenn man so ein bisschen Vorkenntnisse zu dem Film hat, weil wenn du jetzt gar nicht erwähnt hast, es sind so Leute wie Louis B. Mayer zum Beispiel hier, Louis B. Mayer, die hier eine Rolle spielt, und ich fand, das war so ein Einblick hinter die Fassaden von Hollywood, von diesem Typen, der halt nicht anpassungsfähig war und der halt schon ziemlich anders war als die angepassten Studiobosse. Und auch wenn Charaktere nur kurz aufgetreten sind, fand ich, hat man die schnell und ziemlich pointiert durchleuchtet. Also du wusstest zum Beispiel, dass dieser Louis B. Mayer an dieser einen Szene vor diesem Publikum und wie er dann hinter die Bühne kommt, du wusstest, dass er manipulativ unterwegs ist und was für ein Charakter er war und so. Also was er zumindest darstellen soll in diesem Film und das hat mir immer gut gefallen. Ja, aber eben bei jeder Figur halt nur eine Seite super oberflächlich. Hat aber gereicht. Also für mich hat's gereicht, um zu wissen, okay, das und das ist so ein Typ. Amanda Seyfried war halt absolut glamourös in ihrer Rolle und ich hab ihr den Hollywoodstar komplett abgekauft, ich fand sie super und ich fand's gut, dass er so, dass er sie zwar so ein bisschen angegraben hat, so auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem hat er auch dieses Mentormäßige und das ist jetzt nichts Neues, dass man gewisse Altersunterschiede zwischen, also dass es trotzdem gefunkt hat, so zwischen, zwischen einem jungen Mädel und zwischen einem älteren Schauspieler oder einem älteren Star-Diode. Aber erzählt natürlich was ganz anderes, wie wenn, weil in Realität war sie älter als er. Ja gut. Das würde natürlich was anderes machen, wenn sie ein, zwei Jahre älter ist als er, hast du ein ganz anderes Verhältnis. Jetzt sind wir wieder bei dem Teil, ob du das als Autobiografie siehst, also ob du jetzt auf den Realismus wertlegst oder ob du sagst, ich guck mir jetzt den Film an. Nur so wie eben, so wie es bei Fincher erzählt wurde, hatte ich halt eben auch das Gefühl, das ging fast schon ein bisschen in die Richtung creepy so, dass der sie halt eben fast schon angeräbt. Fand ich halt nie. Ich fand halt nie, dass es creepy geworden ist. Zu keinem Moment. Okay. Ich fand's halt, ja oder zumindest schleimig so ein bisschen so, 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 sleazy halt. Guck mal, das siehst du auch schon in ihrer Reaktion. Wenn's irgendwie slimy oder sleazy gewesen wäre, wär sie doch nicht angetan von ihm. Warum denn? Sondern sie war ja letztendlich... Man hat sie gar nicht rund genug erzählt, um zu wissen, ob die jetzt so tickt, dass die jede Aufmerksamkeit genießt oder dass die irgendwie da ein Problem mit hatte. Es gab eine Szene in dem Film, wo du gesehen hast, okay, jetzt hat er die Grenzen überschritten und jetzt ist ihr das sogar zu viel. Das zeigt ja der Film in einem Moment. Das heißt, vorher fand sie das und alles cool. Du meinst, seine erste Begegnung mit Hearst oder was? Na, ich mein die Esstischszene. Ja. Bei dem Dinner. Ja. Und da hast du ja gesehen, okay, das findet sie jetzt auch nicht mehr cool, auch wenn sie vorher sich geschmeichelt gefühlt hat und so weiter und so fort. Ja. Und ich fand ihn also großartig. Ich fand schon, dass man gesehen hat, dass er Ecken und Kanten hat und du merkst halt, dass er über die Stränge schlägt, aber ich fand's halt geil, wie er einfach über irgendwelchen Hollywood-Sets aufgetaucht ist, so, weißt du, wie es damals wohl war und dann auch in diesem, diese Studio-Kulisse einfach langläuft. Das war wirklich ein Einblick in dieses Hollywood von damals und das hat Fincher ziemlich gerne inszeniert, fand ich. Ja, ich mein, darüber haben sie halt erzählt, dass er eben ein etablierter Autor ist, ne? Genau. Das hat ja auch, der Teil hat ja auch funktioniert. Und alles, was diesen Look angeht, es soll ja, in erster Linie soll's ja eine Verbeugung sein vor Citizen Kane, vor diesem großen Meisterwerk. Ja, und das find ich halt schwierig, weil wenn du alles, was Citizen Kane ausmacht, in Form von Orson Welles halt dermaßen disst, wo ist dann die Verbeugung, Alter? Naja, die Verbeugung ist... Es ist volles Brett ins Gesicht von Orson Welles. Nee, die Verbeugung ist die Inszenierung und die Art des Films, wie er gemacht worden ist. Diese Überblendungszeichen, die du meintest, diese Q-Marks, die er gezeigt hat, das hat er schon bei Fight Club gebracht, das ist ja nichts Neues. Aber es passt tatsächlich Ja, aber hier war es sehr viel mehr. Ja, aber es passt viel. Und bei Fight Club wird's erklärt, warum es da ist. Ja, natürlich wird's erklärt. Weil das hat natürlich mit einer ganz anderen Sache zu tun. Ja, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Und nicht, weil die einen auf Alt machen wollen, sondern... Ja, aber hier hat's den Beweggrund, dass dieser Film halt eine Verbeugung ist vor diesem alten Hollywood. Und da waren teilweise diese kleinen Stellen halt, die oben recht in der Bildecke diesen Filmvorführern signalisiert, jetzt wird die Filmrolle gewechselt. Hier war's halt direkt eine Verbeugung vor diesem alten Film. So hab ich's gesehen. Inklusive des Sounds. Weil ich hab den mitten in der Nacht gehört und hatte Kopfhörer auf. Und ich fand, dass über Kopfhörer genauso geklungen hat, wie ein Film, den ich mir aus den 30ern und 40ern angehört habe. Das haben die schon gut hingekriegt. Das war der gleiche Sound, den man auch so gehabt hat. Ja, aber die haben halt ein Stereosignal mit alles auf einer Spur und so. Genau, ich fand das gut. Plus die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross, die ich sowieso sehr mag. Ein Monosignal, glaube ich, sogar. Ja, irgendwie sowas. Die haben, glaube ich, auch für Gone Girl die Musik geschrieben. Fand ich auch toll. Also, es hat so ein bisschen so dieses alte Schule Hollywood-Flair. Okay, und was genau erzählt dir jetzt der Film? Ja, der Film ist halt so ein ... Das ist jetzt von der Story, wenn du es so willst. Das ist jetzt nicht das Komplexeste der Welt. Das ist eine Verbeugung vom alten Hollywood und erzählt hat so ein Streifzug. Also, diese Phase, während er, diese 60-Tage-Phase, während er dieses Drehbuch schreibt praktisch aus dem Leben von diesem Mank. Mhm. Das ist jetzt keine Story, wo du sagst, du brauchst jetzt hier einen Prolog, du brauchst jetzt hier eine Erklärung, du brauchst jetzt ... Für mich ist es einfach nur so ein Auszug aus dem alten Hollywood. So ein Streifzug. Ja. Ich find's wirklich, also, wenn du bedenkst, dass er sich dann entschieden hat, Orson Welles dermaßen schlecht weg kommen zu lassen in dem Film, dann tue ich mich wirklich schwer, dann denke ich mir, hättest du dich auch vor was anderem verbeugt. Also, oder eine Hommage an was anderes gebracht, aber du kannst doch nicht einerseits so tun, als würdest du Citizen Kane geil finden, indem du einen Film machst, indem du dich davor verbeugst und dann die Figur, die dieses Meisterwerk ausmacht, dermaßen dissen. Ich find's ehrlich gesagt gar nicht, dass er den so krass gedisst hat. Der kommt Hammerscheiße weg bei der Neue. Also, es war ja schon, während Citizen Kane gedreht worden ist, also auch aus deiner Rezension ging ja vor, dass Orson Welles ein absoluter Perfektionist war und ein ziemlicher Nazi, was die Szenen angeht und wie er die gebracht hat. Also, er ist ein Perfektionist. Bei ihm musste, wenn er irgendwas gesagt hat, dann musste das auch so irgendwie vollzogen werden. Ja, aber eben. So kommt er hier halt auch rüber als Hardliner. Ja, und gleichzeitig erzählt er aber eben, dass Orson Welles quasi inhaltlich gar nichts zum Drehbuch beigetragen hat. Doch, der hat ihn inspiriert in vielen Momenten. Weißt du, also, ich will gar nicht auf den Fakt hinaus, ob jetzt Orson Welles mit der Idee ankam, William Randolph Hearst als Figur da zu zitieren in Citizen Kane oder ob das von Man kam, whatever. Hier ist es halt nur wirklich so, die entscheiden sich da ganz klar für die einen Schiene, sagen, die Idee stammt von ihm und der andere kommt fortan wirklich nur noch scheiße bei weg und zwar halt auch bis zu dem Punkt, dass es so rüberkommt, als hätte er inhaltlich nichts beigesteuert. Und das finde ich krass, weil damit disst du halt hart den Film auch. Du disst eigentlich nur den Macher von dem Film. Ja, ja, klar. Aber der hat ja alles gemacht an dem Film. Ja, genau. Du stellst den Drehbuch auf Tom Mank bei dem gleichnamigen Film über Orson Welles und er ist dann die treibende Kraft von dem Film. Das ohne Frage. Ja, und deswegen tue ich mich schwer darin, eine Verbeugung vor Citizen Kane zu erkennen. Ist es optisch und technisch gesehen. Nicht von der Story, weil von der Story hast du recht. Es ist vielleicht ein Disst gegen Orson Welles, aber was aber nicht heißt, dass er den Film disst wiederum. Nee, nee, ich weiß, was du meinst, ja. Weißt du, was ich meine? Das ist aber halt, das ist nun wirklich schwer voneinander zu trennen, aber gut. Aber das ist für mich der Fiktionsteil, weil du kannst nicht nachvollziehen, wie viel Einfluss Mank hatte und wie viel, Mankiewicz und wie viel Einfluss hatte Orson Welles auf das Drehbuch. Und das ist für mich so, okay, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Für mich ist es halt Teil der Story von dem Film und ich hab jetzt nicht weiter darüber nachgedacht, hab gesagt, okay, ich nehm das jetzt so hin. Ja, das ist ja auch legitim. Das sollte ja auch so sein. Das will ich dem auch gar nicht absprechen. Ich sag ja nicht, der hätte den Fakt anders erzählen müssen. Das ist ja alles eine Entscheidung, meine ich ja. Der hat nun mal Amanda Seyfried als Marion Davis besetzt. Ja. Wenn der die da drin gesehen hat in der Zeit, fair enough. Aber Gary Oldman als Mankiewicz bietet halt auch nicht viele Identifikationsmomente. Weil er ist ja selber ein total alkoholkranker, versoffener, versoffenes Arschloch. Was ja oft opportunistisch unterwegs ist, weil Leute, die ihm helfen wollen, zum Beispiel die Krankenschwester, die ja bei ihm ist und auch die Assistentin, gespielt von Lilly Collins übrigens an dieser Stelle. Also den, da gibt's ja auch so Momente, wo er nicht gut zu denen ist. Obwohl die mich eigentlich die ganze Zeit unterstützen und helfen, irgendwie zur Seite stehen. Ja. Also das heißt, er hat viele Momente, die es einem nicht leicht machen, den als Haupthelden irgendwie anzusehen von dem Film. Was ich wiederum auch wieder cool finde. Ah, siehst du. Nee, aber das Ding, dieses sich selbst boykottierende, was er da auch über weite Strecken des Films macht, das hätten sie ausbauen können. Weil wenn die mir erklärt hätten, warum das alles so ist, wie es ist und nicht nur darauf beschränken, dass er sich halt gerne hersäuft und deswegen das Ding nicht unter Kontrolle hat. Sondern wenn das dreidimensionaler erzählt worden wäre, dann hätte das ein guter Film sein können. Das war dir zu oberflächlich, ja? Ja. Okay. Bei mir hat das funktioniert, ich mochte den sehr. Ja, okay. Hat mir gut gefallen, ist echt ein guter Film. Ja, also ich meine, du bist ja sonst auch immer ein Fan davon, wenn die Leute möglichst optisch auch gut besetzt sind. Das war dir jetzt hier auch egal, ob der wirklich ausgesehen hat wie Mankiewicz oder nicht. ich habe keine Ahnung wie Mankiewicz außer im realen Leben, dadurch hatte ich hier keinen Bezug. Also ich bin auch nicht unbedingt zwangsläufig ein Fan davon. Ich finde, das habe ich hier glaube ich auch mal erwähnt, dass du Biopics hattest, wo ein Schauspieler den Geist desjenigen eingefangen hat, ohne groß optisch demjenigen zu sehen. Und das ist für mich schon vollkommen okay. Und da lassen natürlich Leute wie Daniel D. Lewis als Lincoln oder auch hier Joaquin Phoenix als Johnny Cash, die auch noch die Optik mitbringt. Das ist natürlich perfekt. Aber es geht beides. Aber in jedem Fall wusste ich gar nicht, wie das optische Vorbild aussieht. Aber ich fand, dass Amanda Seyfried als Marion Davis halt, die geht halt wirklich als glamouröser Hollywoodstar durch. Sie sah halt wirklich toll aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es damals so ein absoluter Upcomingstar war, so eine Konkurrenz für Marilyn Monroe. Ja, ich finde, die passt optisch auch gut in die Zeit. Ich sag nur, im Zusammenspiel finde ich es halt echt eine interessante Entscheidung. Ja, aber den direkten Vergleich zu den Vorbildern, zu den realen, hatte ich nicht. Da fehlen mir halt die realen Vorbilder vor Augen. Warum? War der? 200 Kilo Schöner? Ich hab mir ein paar Bilder von dem angeguckt. Nee, aber der geht optisch dann schon eher in so eine Paul-Giamatti-Richtung oder so. Okay. Also, ja, wie auch immer. Vielleicht hatte der keine Zeit. Äh, ja. Na, Gary Oldman genommen. Genau. Ja. Nee, aber ich glaub, auch Kevin Spacey hätte optisch besser gepasst. Na, der ist gerade nicht verfügbar. Nee. Wie auch immer. Äh, 20 bis 30 Millionen hat das Ding gekostet, schätzungsweise. Mhm. 7,2 gibt's von den IMDb-Usern. Metascore ist bei 79. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,6. Und vom Publikum 3,6 von 5. Auf Letterboxd 3,5. Mal wieder. Okay. Ich war super heiß auf den Film, weil ich war früher riesen Fincher-Film. Der hat sich innerhalb weniger Filme, damals Fight Club, The Game, äh, auch Alien 3 mochte ich und so. 7, genau. Mit den 4 Filmen hat er sich für mich an die absolute Spitze katapultiert. War bei mir auch so. Dann so, äh. Da war Social Network schon so ein kleiner Dämpfer für mich. Ja, genau, Social Network und auch hier der Brad Pitt-Film vorher. Wie hieß er? Der, der halt umgekehrt gealtert ist. The Secret Life. Ach so, den kenn ich noch gar nicht, Alter. Benjamin Button. Benjamin Button kenn ich noch nicht. Den kennst du noch nicht? Nee, weil das sah mir auf dem Papier schon so schwierig aus. Ja, da ging's so ein bisschen in eine andere Richtung, wo ich gesagt hab, okay, dann kam Social Network, hat mir auch nicht gefallen, aber Gone Girl fand ich wieder gut, aber so an seiner alten Filme konnte er nie anknüpfen, aber er hat uns schon hängen lassen, so mit den Filmen und deswegen hab ich mich übelst gefreut, dass er wieder einen neuen Film dreht und war da sehr heiß drauf und ich war nicht allzu enttäuscht, also er schlägt zwar hier in eine andere Schiene ein, als er bisher gezeigt hat, aber ich find, das hat er gut gemacht, aber ich glaube, du bist da unter meinen Punkten. Ich sage 6,5. Das ist dein Tipp? Das ist mein Tipp für dich? Das ist richtig. Ist richtig? Ja. Okay. Ich meine, du musst ja bei mir nicht tippen, aber willst du tippen? Das klingt schon so nach 8 Punkten. Das sind 8 Punkte. Von mir gibt's 8 Punkte. Crazy Shit. Naja, anderthalb Punkte, da warten wir schon größere Diskrepanzen. Ja, aber wirklich, 8 Punkte ist schon in dem Bereich... Ich konnte mehr mit Mac anfangen als du, also ich fand ihn wirklich gut, das ist ein Film, den würde ich mir nochmal angucken. Okay, aber das ist jetzt, um es mal kurz vorwegzunehmen, das ist eins der Themen hier, Citizen Kane. Citizen Kane oder allgemein Filme und wie sie gedreht worden sind? Achso, okay, Citizen Kane direkt. Konkret, also eben Filme, die entstanden sind, weil es Citizen Kane gibt. Okay. Da hab ich noch den einen oder anderen. Da bin ich gespannt. Mir fällt Mank ein. Das war's. Nee, das wurde davor auch schon mal anderweitig gemacht. Ah, okay, 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 okay. Sind die bei die Einsteiger bei Citizen Kane reingegangen? Nee, sind sie nicht. Genau, da kommt man auch hin, ey. Außerdem hatten wir den schon. Geht ja gar nicht. Stimmt. Gut, kommen wir zu meinem nächsten Film. Yes. Und was soll ich dir sagen? Es gibt einen Rekord. Schon wieder? Wir haben letzte Episode, da es ja die Abschlussepisode des ganzen Jahres war, haben wir eine Statistik gemacht. Nämlich unsere Statistiken, welche Filme wir gesehen haben, welche Genre wir am meisten gesehen haben und da waren unter anderem auch bei, welche Schauspieler haben wir am meisten gesehen in diesem Jahr. Okay. Und da hatte ich einen Gleichstand zwischen vier Schauspielern, von denen ich insgesamt fünf Filme gesehen habe. Mhm. Und jetzt habe ich, noch im alten Jahr wohlgemerkt, einen sechsten Film gesehen von einem dieser Schauspieler. Okay. Insofern haben wir einen Spitzenreiter. Rekord. Ja, ist ein Rekord. Guck du erst mal 16 Filme von einem Regisseur. Nee, so weit bin ich. Nee, ich such dir ja nicht durch. Ich bin ja nicht der Binge-Watcher. Nee, aber was für ein Rekord sollen das sein? Sechs Filme von einem Schauspieler? Das ist mein meistgesehenster oder meistgesehenste Schauspielerin im Jahr 2020. Das ist doch noch weit entfernt von einem Rekord. Das ist mein persönlicher Rekord, meine Fresse. Ach so, das ist dein Rekord in deinem Jahr. Okay. Nicht Rekord europaweit oder weltweit, sondern mein Rekord. Okay. The Eyes of a Stranger. Die Augen eines Fremden. Aus dem Jahre 1981. Regie Ken Wiederhorn. Der hat unter anderem inszeniert Return of the Living Dead. Part 2. Oder wie auf Deutsch hieß. Absoluter Brille. Toll treiben es die wilden Zombies. Oh mein Gott. Welcome to the 80s. Das Drehbuch stammt passenderweise von Ron Kurtz. Der hat so diverse Freitag der 13er Drehbücher geschrieben. Und in der Hotrolle haben wir Lauren Tuvis. Und Lauren Tuvis ist bekannt. Habe ich sofort erkannt. Das ist die Julie aus der Love Boat Serie. Da gab es auch so eine blonde Julie, die Chef-Steward ist. Die praktisch die ganze Zeit da mitgemacht hat. Und das ist Lauren Tuvis. Die habe ich auch noch nie irgendwie einen Film gesehen, außer vom Love Boat. Und da wir im alten Jugoslawien in den 80er Jahren auf jeden Fall war die Serie so populär, dass ich die öfter mal geguckt habe, habe ich die natürlich sofort erkannt in der Hauptrolle. Ach echt? In Serbien ist Love Boat der Hit, ja? Nein, in den 80er. Damals lief es halt recht häufig und da habe ich es halt so als kleiner Bub mitgeguckt. Und die Tochter von ihr wird gespielt, die ist übrigens taubstumm und kann auch nicht, also ist auch kurzsichtig, sieht so gut wie gar nichts. Es hat so gut wie blind plus taubstumm. Alter. Und die wird gespielt von einer sehr, sehr jungen Jennifer Jason Leigh. Ach, da ist sie. Da ist sie. Der Rekord. Der sechste Film 2020 mit Jennifer Jason Leigh. Das war so ihre erste größte Rolle in einem Feature-Film. Moment, von wann ist der? 1981. Ah, okay. Weil wir hatten es doch von Richmond High. Und das war doch auch eine ihrer ersten Rollen, aber das war ja viel später. Das war 1983, glaube ich, ja. Ja, eben. Ja. Komisch. Das war noch zwei Jahre zuvor. Okay. Aber sie war wirklich noch sehr jung. Und worum geht's hier? Lauren Tüves spielt halt so eine Newsreporterin, genannt Jane Harris. Und die ist auch bekannt aus Funk und Fernsehen, wo sie unter anderem über einen gefährlichen Vergewaltiger und Mörder berichtet, der gerade in L.A. sein Unwesen treibt. Und kurz darauf fängt auch sie an, irgendwelche Drohanrufe nachzubekommen, wo einer ziemlich fiese Sachen ins Telefon sagt. Und als sie sich dann ein, zwei Tage später im Parkhaus ihres Gebäudekomplexes irgendwie in einem Auto sitzt und gerade irgendwie losfahren will, beobachtet, sie hat einen verdächtigen Mann. Der halt anfängt, sich da umzuziehen und sie sieht halt, er hat Blut an seinem Shirt und sie wird so ein bisschen misstrauisch, ob der gesuchte Serienkiller vielleicht der Nachbar der gegenüberliegenden Wohnung sein könnte. Der wird übrigens gespielt von John DeSanti. Okay. Und dann fängt sie an, so ein bisschen auf eigene Faust zu ermitteln und findet so ein paar Sachen raus. Also einerseits berichtet sie natürlich im Fernsehen darüber, weiß also so ein paar Eckpunkte und versucht dann auf eigene Faust rauszufinden, ob der Nachbar gegenüberliegend irgendwas damit zu tun hat und in der Zeit häufen sich natürlich auch die Terroranrufe bei ihr. Das ist die Prämisse des Films. Okay. Sagst du nochmal den Titel, den hab ich schon wieder vergessen. The Eyes of a Stranger. Ah ja. Die Augen eines Fremden. Natürlich vielleicht ein bisschen Anspielung darauf, dass Jennifer Jason Leigh blind in dem Film ist und somit auch mit der Thematik was kann man sehen, was kann man nicht sehen, spielt. Mhm. Ähm... Jetzt frage ich mich natürlich, wenn es um die Newsreporterin geht und diesen Fall, inwiefern kann da die Tochter groß zum Einsatz kommen? Weil die Tochter wohnt in der gegenüberliegenden Wohnung und ist natürlich auch im Blickfeld dieses fiesen Typen. Aha. Und könnte sein, dass sie vielleicht auch eins der zukünftigen Opfer sein wird. Okay, verstehe die Richtung. Verstehst du. Yes. Und das Ganze ist ziemlich explizit auf jeden Fall in Szene gesetzt worden. Also es gibt hier mal schnell so ein Messer ins Kinn gerammt, da wird ein Kopf abgesägt. Ach so. Also es geht gut ab und ursprünglich sollte das Ganze so als straighter Thriller inszeniert werden. Aber so ein Fahrwasser des Erfolges von den Slasher-Filmen Anfang der 80er hat man sich dann entschieden, die Gewaltschraube dann so ein bisschen anzuziehen und zu sagen, okay, auf der Welte wollen wir auch ein bisschen mit reiten. Okay. Passenderweise war nämlich auch für die Maske und für die Effekte Tom Savini zuständig. Da haben wir ihn wieder. Der große Horror-Pate. Und hat hier aus einem Budget von 800.000 auf jeden Fall ein paar geile Goal-Effekte gezaubert. Okay, heißt, Hälfte des Budgets ging für Blutkanister drauf oder was? Wahrscheinlich, ja. Also überraschend gewalttätig auf jeden Fall, was man hier sieht für so einen Slasher und so einen Columbo-Look. Was hat der für eine Freigabe? Der ist, also jetzt ab 16 freigegeben mittlerweile. Was er damals für eine Freigabe hat, weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist er eine 16. Aber funktioniert mit dem ganzen Gesplättere. Funktioniert ganz gut auf jeden Fall. Also das ganze Gesplättere klingt so, als wenn du da jetzt irgendwie alle fünf Minuten da jetzt Mord hast, sondern es ist schon viel dieses Bedrohliche und er fängt an, die Familie zu bedrohen und so. Also diese Gewaltspitzen sind schon nicht jetzt komplett über den ganzen Film alle paar Minuten. wenn es blutig wird, Wenn es blutig wird, zeigt man schon ein bisschen mehr, als man anderen Filmen sieht, ja. Okay. Also nicht immer direkt, aber teilweise siehst du halt, was passiert in so einem Fernsehreflektionsbild als Beispiel auf dem Bildschirm. Ja. Aber trotzdem geht's ab. Okay. Das ist so ein Ding, ich meine, ich war ja noch nie im Autokino in meinem ganzen Leben. Aber Amerika ist ja bekannt dafür, dass die so bestimmte Filme fürs Autokino produziert haben oder beziehungsweise gezeigt haben bei Autokinos, die jetzt nicht das Riesenbudget haben. Ja. Weil sie nämlich die Rechte kaufen mussten und die Autokinos, dadurch, dass sie nur saisonal offen hatten und nicht das ganze Jahr über, hat nicht das Budget, um die großen Blockbuster einzukaufen. Ja. Deswegen gab's so diese kleinen, dreckigen Reißer, wo man mit seiner neuen Freundin irgendwie da mit einem Auto hinfährt und sich da so einen kleinen, blutigen Film anguckt. Und das ist so The Eyes of a Stranger, so ein typischer Autokinofilm der 80er Jahre. Also da würde ich das Ganze einordnen. So diesen, diesen Geschmack hat der so ein bisschen. Okay. Hat 1,1 Millionen eingespielt, also nicht die Welt, aber hat ein bisschen mehr als sein Budget gemacht. Mhm. Und, ähm, ist ganz geil auf jeden Fall. Wenn auch, nicht zu viel erwarten. Also da ist schon ein bisschen, ähm, schon ein bisschen Staub drauf gefallen. Seit in den 40 Jahren, wo es jetzt her ist, dass dieser Film gedreht worden ist. Ja. Aber so lustig, weil Tom Savini übrigens ist mir auch noch gerade eingefallen, hab ich mir gar nicht notiert. Ähm, der hat sich selber ein Tribut gesetzt, weil es gibt eine Kino-Szene, wo nämlich, äh, Lauren Tuvis, ähm, mit ihrem Freund, der übrigens Anwalt ist, ähm, die gehen ins Kino und da läuft Dawn of the Dead. Okay. Wie cool. Passenderweise. Ja. Ganz witzig. Ja, Die Eyes of a Stranger, hast du noch Fragen oder ansonsten würde ich das hier abschließen? 84 Minuten geht da. Ja. Horror, Thriller wird hier als Genre aufgeführt. Aber für Fans des Genres würdest du ihn empfehlen? Ja. Aber man muss schon ein bisschen so diesen Retro-Charme mögen, also nicht für Fans des Genres, äh, die jetzt irgendwie 2001 geboren sind, sondern schon so, Ja, ja. Für 80er-Kinder, die können hier ruhig mal hingucken. Da gab's schon wesentlich schlechtere Vertreter, also. Okay. Der hat tatsächlich aus dem, aus dem schmalen Teile hat er schon ein spannendes Ding gemacht. Weil die Polizei kann natürlich auch nichts machen, weil nur, weil einer jetzt anruft und dann ins Telefon hechelt und Droh-Anrufe macht, die dürfen ja erst eingreifen, wenn, wenn's jetzt wirklich soweit ist. Ja. Also versucht Lauren Tuvis natürlich dann auf eigene, äh, auf eigene Kappe da, äh, zu ermitteln und das ist halt auch manchmal gefährlich und manchmal ein bisschen dumm und manchmal ein bisschen unlogisch, aber trotzdem recht spannend. Okay. Zahlen. IMDb ist bei einer 6,0. Für die Eyes of a Stranger, die Augen eines Fremden, äh, von der Rotten Tomatoes-Bewertung gibt's nur eine Audience-Bewertung. Mhm. Die ist bei schmalen 39 Prozent. Ui. Und Letterboxd bei einer 2,9. Okay. Okay. Klingt ja alles nicht so wahnsinnig großartig. Ja, der hat schon so ein, so einen kleinen Low-Budget-Touch hat der schon. Ja, aber das muss ja nicht schlecht sein. Nö. Ich glaub, du bist trotzdem bei 6,5. Auch hier bin ich bei einer 7. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hab hier geschwankt zwischen der 6,5 und der 7, hab gesagt, ach komm, in Zweifel für den Angeklagten. What the fuck? Kriegt 7 Punkte. Ich war schon, ich war schon gut unterhalten. Ach ja. Ja. Ich merk schon. They should make a sequel. Sequel von The Eyes of a Stranger, die Augen eines Fremden. Es gab auch ein Sequel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah ja? Ja, so ein billiges, aber nicht der Rede wert. Okay, kommt das noch? Nee, das kommt nicht mehr. Ich bin nicht so Vollständigkeitsfanatiker wie du, also ich kann dann auch sagen, muss ich mir nicht angucken. Gut, dann kommt... Citizen Kane 2. So in etwa. Citizen Kane, die zweite. RKO 281 heißt der nächste Film. Wie heißt der? RKO 281. Okay. Auf Deutsch Citizen Kane Bindestrich die Hollywood-Legende. Ist das eine Doku? Nee. Ist keine Doku? Nee, war ein Fernsehfilm, ist aus dem Jahr 1999, hat einen Golden Globe und drei Emmys gewonnen, noch 14 andere Preise, 28 Nominierungen, also... Doch größer. Ja, galt hier, also hat hier den Golden Globe gewonnen für Best Miniseries or Motion Picture Made for Television. Und ist echt ein interessantes Ding, weil produziert von Ridley und Tony Scott unter anderem, die waren auch Emmy-nominiert. Regisseur Benjamin Ross, ebenfalls Emmy-nominiert, jetzt hier für die Produktion immer. Autoren John Logan, Richard Ben Kramer und Thomas Lennon, weil das Ding basiert eigentlich auf einer Dokumentation. Also es gibt eine Doku-Reihe in den USA, die heißt American Experience und da kam 96 eine Folge raus, die hieß The Battle over Citizen Kane. Okay. Und auf dieser Doku basiert dieser Fernsehfilm. Okay. Aber eben, wie gesagt, produziert hier unter anderem von Ridley Scott und Tony Scott und der Regisseur hat nichts Großes gemacht, aber was hier eben ansonsten an Namen steht, ist dann doch, kann sich echt sehen lassen, weil Orson Welles wird hier gespielt von Liev Schreiber, war auch eben Emmy-nominiert für das Ding hier. William Randolph Hearst, ebenfalls Emmy-nominiert hier, gespielt von James Cromwell. Marion Davis, auch Emmy-nominiert, wird von Melanie Griffith gespielt. Herman Mankiewicz, auch diese Rolle war Emmy-nominiert, von John Malkovich gespielt. Okay. Und George Schafer wird von Roy Scheider gespielt. Greg Tolland, der Kameramann von Citizen Kane, wird hier von Liam Cunningham gespielt. Game of Thrones, kennen alle aus Game of Thrones. Und Heather Hopper wird von Fiona Shaw gespielt. Also es ist echt ein ziemlich großes Line-up und erzählt wird hier die Endphase der Vorproduktion von Citizen Kane und die ganze Produktion von Citizen Kane. Making of sozusagen. Naja, das halt als fiktionaler Film. Ja. Weil hier geht's jetzt eben sehr stark um die Figur William Randolph Hearst und was er eben für ein Problem mit Citizen Kane hatte oder dass dieser Film überhaupt produziert wird und dann auch rauskommen soll. Wie er sich oder was er alles unternommen hat, um dem entgegenzuwirken. Was da alles so für Machenschaften zugange waren. Und dann gehen die hier eben auch sehr stark auf das Verhältnis Orson Welles und Herman J. Mankiewicz ein und wie es mit dem Drehbuchprozess aussah. und das ist echt ein interessantes Ding. Also vor allem wenn man eben schon Citizen Kane gesehen hat und Mank gesehen hat, ist das echt auch nochmal ein geiler Film. Geht nur eine Stunde 26 Minuten Biography Drama. Achso, der Film eben ging auch nur 84 Minuten, hab ich vergessen zu erwähnen. Also Stranger ist auch eher ein kürzeres Ding. Okay. Ja, Zeh mal. Ich finde übrigens die Besetzung interessant von James Cromwell, weil das ist ja nur wirklich ein ähnlicher Typ wie Charles Dance. Also vielleicht hat man da mit dem historischen Vorbild einen Treffer gelandet, weil so die beiden sind ja wirklich ähnliche Typen. Ja, da mussten sie hier ein bisschen tricksen, weil Orson Welles ist ja auch nicht klein und Liev Schreiber ist aber halt deutlich kleiner als James Cromwell, weil der ja wirklich, ich glaube der ist 1,95 oder so, also Cromwell ist ein relativ großer Typ. Hatte sich Tom Cruise Schuhe ausgeliehen. Und dann mussten sie hier ein bisschen tricksen mit den Kameraeinstellungen und eben, also RKO war ja die Produktionsfirma von Citizen Kane und RKO 281 war der Arbeitstitel von Citizen Kane. Also während der Produktion war das die laufende Nummer. Und ursprünglich sollte das natürlich ein Kinofilm werden. Und kannst dir ja vorstellen, da standen dann noch ein paar andere Leute auf dem Zettel, was den Cast angeht, weil da haben sie sich überlegt, dass Edwin Norton Orson Welles spielt, Marlon Brando hätte William Randall Ferris spielen sollen, Madonna Marion Davis, Dustin Hoffman als Mank und Meryl Streep als Luella Parsons. Luella Parsons halt auch eine Figur, die zum Beispiel bei Mank finde ich viel zu kurz kommt, die aber halt in dem ganzen Kontext schon auch eine wichtige Figur war. Deswegen sage ich, es ist immer so eine Frage, wie man sich, für welchen Blickwinkel man sich halt entscheidet, aber gut. Damals hätte Ridley Scott Regie führen sollen und die Studios haben aber abgesagt, wollten das Ding nicht machen, weil 40 Millionen als zu großes Budget angesehen war. Dann war Scott raus als Regisseur, Brando und Hoffman haben also auch abgesagt, dann haben sie sich überlegt, okay, wir holen statt Brando Gene Hackman dazu, Al Pacino sollte Dustin Hoffman ersetzen, die haben da also wirklich eine Menge unternommen, um das Ding irgendwie am Leben zu erhalten und dann wurde es halt als Kinofilm komplett beerdigt und es wurde ein Fernsehfilm, der aber eben, wie ich finde, trotzdem echt geil besetzt ist, weil ich meine gut, also kein Geheimnis, ich bin Fan von John Malkovich und wie er hier Mank spielt, finde ich schon eine ganze Nummer dreidimensionaler als das, was Gary Oldman da gemacht hat, aber das ist eben vielleicht auch aufs Drehbuch zu schieben. Ja, also wie gesagt, ich kann zur Handlung glaube ich gar nicht so viel mehr sagen, die gehen hier eben die verschiedenen Abschnitte durch, also schon chronologischer Verlauf und es geht eben los mit einer Phase, wo sie noch in der Vorproduktion sind und dann zeigen sie halt eben, wie Orson Welles selbst am Set steht und wie sie versuchen, die Dinge zu inszenieren und das, was da halt eben so überliefert wurde aus der Zeit, ist hier alles stark mit eingeflossen, aber weiß man eben auch, also weil John Logan selbst halt auch gesagt hat, der hat sich historisch wirklich kaum vorbereitet, sondern das, was er an Infos hatte, stammt aus dieser Doku. Deswegen ist das jetzt hier wiederum so die Referenz, während halt im Fall von Mank das, was Jack Fincher da geschrieben hat, basiert glaube ich primär auf diesem Artikel aus den 70ern, auf diesem Essay. Genau. Ja. Ja, verschiedene Quellen halt. Eben, es ist die Frage, wie willst du das Ding erzählen, weil, also auch hier, sie weichen an manchen Stellen so ein bisschen ab von der ursprünglichen Doku, weil in der Doku war es eben so, dass Orson Welles Mank überredet hat, William Randall First als Figur einzubauen in diese Geschichte oder halt so ein bisschen als Vorbild zu nehmen, während es ja in diesem Film hier ist es andersrum. Hier ist es eben, warte mal, was habe ich gerade gesagt? Wer überzeugt wen? Du hast gesagt, dass Orson Welles Mank überzeugt hat, Randall Hearst zu besitzen. So ist es hier in dem Film und in der Doku war es aber andersrum, dass Mank Orson Welles überredet hat. W. R. Hearst als Figur zu nehmen, an dieser Name. Ja. Genau, und da eben, es gibt so ein paar Ungleichheiten, weil hier auch George Schafer, der eben als Chef von RKO, es ist ja bekannt, dass der nach dem Release von, da hatten wir es glaube ich bei Citizen Kane auch schon von, dass der nach dem Release von Citizen Kane und dem fehlenden finanziellen Erfolg des Films, weil der halt so Schwierigkeiten beim Release hatte, weil der nur so einen ganz kleinen Release bekommen hat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben darüber gesprochen, dass der am Anfang ja wirklich nur in ganz wenigen Kinos released wurde und demzufolge musste dann George Schafer irgendwann gehen. Das wird hier im Film halt so ein bisschen anders dargestellt, aber damit es ein bisschen dramatischer wird alles, aber es ist wirklich echt ein sehenswerter Film. Ich fand es sehr cool, gerade wenn man eben bedingt durch die anderen Filme thematisch gerade so ein bisschen nah an der Sache dran ist, man die Figuren alle auf dem Zettel hat, so dann ist das halt echt cool, weil du bist ja halt auch wirst sehr so in die Dreharbeiten geworfen und bis dann stellenweise ist es halt wirklich einfach nur mal so wie so ein bisschen stiller Beobachter beim Set und ich mochte das sehr. Hat zwölf Millionen gekostet das Ding immerhin noch und ich mochte den. Zu den Zahlen. Auf IMDb gibt es eine 7,0. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik auch eine 7 und vom Publikum 3,7. Fürs Protokoll, das entspricht von der Kritik mit einer 93-prozentigen Empfehlung. Auf Letterboxd ist der bei 3,2. Und ja, gab Preise und eine Menge Nominierung. Letterboxd schlägt ein bisschen nach unten aus, aber ich glaube du bist ein bisschen höher als das. Bitt ich dran? Ja, darfst raten. Ich tippe auf eine 7,5. Auch das ist wieder richtig. Alter, jetzt aber für das neue Jahr hast du dir mal überlegt, machen wir es mal anständig oder wie? Höre ich mal zu im neuen Jahr. Ja, das ist doch mal ein Konzept, Gers, und plötzlich funktioniert es. Ach, Mensch. Das haben wir schon festgestellt. Ich habe einfach besser erklärt im letzten Jahr. Ach so. Dadurch habe ich mir mein eigenes Grad geschaufelt. Das muss es sein. Ich muss den Second Jan mehr machen. Ey, hör mal auf, du. Damit fangen wir gar nicht erst an. Nee, echt nicht. Nee, echt nicht. So weit kommt es noch. Nee. Naja, jetzt geht es um was, weißt du? Ich war nicht motiviert letztes Jahr. Die Kinos haben eh zu, ich kriege eh keinen Kinobesuch, ja, ich kann nichts gewinnen, ist alles scheiße. Naja, nachdem wir uns ja jetzt auf einen Preis pro Kinobesuch geeinigt haben, können wir das ja auch einfach finanziell gestalten. Deswegen sage ich ja, jetzt bin ich motiviert, jetzt kann ich mir irgendwas Geiles aussuchen. Ich meinte auch für den Preis vom letzten Jahr. Ach so, das meinst du? Oder ich muss ja jetzt quasi warten, bis die Kinos offen haben, damit ich dann fünfmal meinen Gewinn eincashen kann. Das stimmt. Ja, eben. Ach so, du meinst, wir sollen es umrechnen in irgendwas anderes. Naja, haben wir ja schon jetzt de facto gemacht, aber nur für die Neusaison. Ja, eben. Und plötzlich ist die Motivation groß, das meinte ich ja. Naja, ich war letztes Jahr auch motiviert, sowas nicht. Außerdem, jetzt tut man nicht alle so, als wenn ich hier 70 Punkte hinter Lila lage. Also, was waren das? Acht Siege oder so zwischen uns? Also, ich habe auf jeden Fall auch über 20 Mal gewonnen. Warte mal, ich habe es ja hier zu stehen. Okay, ja, ist ja auch nicht so wild. Entschuldigung, 25 Punkte habe ich schon geholt. Ja, also, das ist jetzt nicht so, als wenn ich hier drei Punkte geholt habe. Nee, nee, alles gut. Aber hast gewonnen, ja. 10, 20, 30. Ach du Scheiße. Okay, ich zähle nicht weiter. Okay. Nee, ich finde es ja super, dass du motiviert bist, aber wie gesagt, mach hier nicht den Second Jan, ey. So nicht. Nee, nee. Ich mache nicht den Second Jan, auf keinen Fall. Außerdem hast du ja selber schon öfter angekündigt, ein guter Start heißt bei dir ja noch lange nichts. Das stimmt, ja. Am Ende. Wie heißt das? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Da gibt es auch so ein geiles Sprichwort. Aber wir sind ja eh die Kings, wenn es um Sprichwörter geht. Deswegen lassen wir das mal lieber. Naja, der hier passt auf jeden Fall zu dem Spruch gerade so. Am Ende, am Ende, wenn die Anden fährt. That's what she said. Ja. Ein guter Start hat noch nichts zu bedeuten. Okay, but seriously? Put the lotion in the basket. Put the lotion in the basket. Du it. Kommen wir zu meinem nächsten Ding. Yes. Erinnerst du dich noch an meine Silvester-Tradition? Filmisch gesehen, was ich mir da angucke. Das habe ich dir letztes Jahr ausgiebig erklärt. Oh Gott. Jetzt appellierst du wieder an mein Gedächtnis. Das ist nie eine gute Idee. Ach, Lee. Ja. Da sitzen wir dreimal gegenüber am Mikrofon, ja, und du merkst ja nichts, was wir hier bereden. Aber ja, du hast es gesagt. Was guckst du dir an Silvester an? An Silvester gucke ich mir immer Filme an, die musikalischen Content haben, beziehungsweise Konzertfilme. Ach, echt? Nee, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und musikalisch, sowie Filmgenre-technisch bin ich ja sehr vielseitig unterwegs, das wissen wir ja mittlerweile. Ich habe ja hier schon über Taylor Swift geredet, ich habe über Springsteen geredet, ich habe über Bob Dylan geredet letztes Jahr, auch über Nas und so. Und jetzt? Jetzt ist es soweit. Na? Die Kasselruter Zipfelklatscher. Nee, die sind es nicht, sondern es wird laut und es wird gitarrenlastig. Ich rede von der letzten, für mich noch aktiven Rock'n'Roll-Band der Welt. Und damit meine ich jetzt nicht so eine Rockabilly-Retro-Bands wie Brian Setzer und Co., sondern ich meine jetzt wirklich die Band, die noch richtigen Rock'n'Roll macht. Und das ist für mich ACDC. Was ist mit Metallica und so? Das ist kein Rock. Sondern? Das ist Hardrock, das ist Metal. Ach so, Entschuldige. Okay. Was ich mit Rock'n'Roll meine ist, wenn du dir die Gitarrenriffs anhörst von ACDC und von den Jungs, was sie so gemacht haben, dann ist das für mich original Jimi Hendrix, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Lil Richard. Du siehst halt diese Ursprünge des Rocks in diesen Gitarrenriffs. Okay. Das ist halt nicht Hardrock, sondern ist für mich halt wirklich Rock. Mhm. Und deswegen habe ich die Jungs immer sehr, sehr geliebt, auch wenn die so ein bisschen in diese Ecke gestellt werden, von wegen dieses Alt-Herren-Rock und so und das hört doch keiner, aber ich war immer großer Fan von ACDC. Und die haben ein legendäres Konzert hingelegt, nämlich auf der Let There Be Rock Tour 1979. Da haben die eine World Tour gemacht, quer durch Deutschland, Amerika, Europa. Und dieses Konzert, was hier gezeigt wird, ist aus Paris. Ja gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn das Konzert von 79 ist. Das ist eine ganz andere Nummer, aber die haben ja ihren Stil bis heute bewahrt. Die haben ja noch nie eine Ballade gemacht in dem ganzen Leben und das sind so ein paar Momente, also das haben die ja knaller durchgezogen. Mit so ein paar Ausrutschern, wo du sagst, okay, hier hört sich irgendwie alles gleich an, wo die sich so ein bisschen Blues orientiert haben. Aber grundsätzlich ist immer noch diese geile Rock'n'Roll Band geblieben, auch wenn die Besetzung sich jetzt mittlerweile komplett geändert hat. Nee, ich dachte nur halt vielleicht, dass sich aufgrund des Alters dann die Show irgendwann mal so ein bisschen verharmlost hat oder glaubst du, das ist unverändert? Ich weiß nicht, weil ich meine, das Konzert, was ich jetzt gesehen habe, ist halt eine alte Show, das ist jetzt keine neue. Nee, deswegen meine ich ja, da ist ja eventuell noch ein bisschen mehr Energie vorhanden. Weiß man nicht. Nee, deswegen meine ich nicht. Weiß man nicht, wie die gealtert sind die Jungs. Die ziehen ihren Stiefel auch durch seit 100 Jahren oder wie lange die schon auf der Bühne stehen. Eben, ist die Frage, ob das da auch noch in der gleichen Intensität passiert. Weiß ich nicht, zumindest stehen sie noch. Das ist eh ein Wunder, ja. Ja, das ist definitiv ein Wunder. Solange die nicht auf die Bühne gerollt werden, ist alles fein. Aber das heißt, wenn das von 79 ist, ist das ja auch die ursprüngliche Besetzung von ACDC. Das ist die ursprüngliche Besetzung und wir haben als Frontman immer noch Bon Scott hier am Start. Wir haben Phil Rudd an den Drums, wir haben Cliff Williams am Bass und Angus und Malcolm Young, die beiden Young-Brüder, an die Gitarren. Mittlerweile Malcolm Young ja auch verstorben. Stimmt, ja. Und Angus Young war eine Zeit lang das letzte verbliebene Urmitglied der Band. Und wie gesagt, Bon Scott hier auf der Bühne mit den engsten Jeans, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja. Die hat er hier an. Und das ist primär ein Konzertfilm von diesem Pariser Konzert, zeigt aber auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen von Roadies, wie die damals so die Bühne aufbauen ganz am Anfang. Die genau so aussehen, wie du sie dir vorstellst, mit Porno-Balken und schwarzen T-Shirts und Vokuhila. Ah, die 70er. Du siehst halt Interviews von den Band-Mitgliedern, wie sie halt auf dem Bett flitzen und sich dann so über die anderen Band-Mitglieder auslassen, wie sie sich so gegenseitig finden. Da gibt es zwischendurch völlig random so ein Rennen in einem Porsche, was von Phil Rudd, dem Schlagzeuger, gesteuert wird, mit einem Doppeldecker über ihm, wo Cliff Williams unter anderem drin sitzt, also der Bassist. Und die liefern sich so ein bisschen so ein Rennen zwischen diesem Porsche auf dem Boden und ein paar Meter darüber halt dieser Doppeldecker mit dem Piloten. Okay. Ist auch ganz witzig. Cool. Und das ist tatsächlich die letzte Tour, bevor Bon Scott sehr mysteriös verstarb, weil er war definitiv ein Säufer, hat sich gern mal die Kante gegeben. Das ist sowieso ein komischer Typ, Alter. Wenn du den siehst in diesen Interviews und wie er sich so gibt, er hat die ganze Zeit dieses dämliche Grinsen auf, hat diese wilden, zottligen Haare, der würde null auffallen, wenn der irgendwie mit Monty Python auftreten würde. Der passt hundertprozentig in so eine Monty-Python-Truppe rein. Der wirkt gar nicht wie so ein Rock'n'Roller. Und der war irgendwann besoffen auf Zechtung mit einem Kumpel und ist dann auf der Rückbank eingepennt in seinem Auto, was schon tausendmal passiert ist. Und als ihm der besagte Kumpel nach Hause fahren wollte, wollte er nicht aussteigen, weil er konnte ihn halt nicht wecken. Der hat halt gepennt. Der war halt blau. Okay. Der Kumpel, ebenfalls gut besoffen gewesen, fährt zu sich nach Hause und lässt seinen Kumpel da auf der Rückbank einfach auspennen. Bon Scott. Und in der Nacht ist er gestorben und am nächsten Morgen konnte man ihn nicht mehr aufwecken. Ach. Und es gibt halt verschiedene Theorien. Also es heißt, er ist am Erbrochenen erstickt. Die einen sagen Alkoholvergiftung. Dann gibt's noch die Theorie, dass er erfroren ist, weil er halt nachts in diesem Auto drin saß und so. Du peizst halt nichts mehr, wenn du halt total besoffen da einpennst. Also das ist so der Moment, wo er halt verstorben ist. Und das ist die letzte Tour, die noch Bon Scott auf der Bühne hatte. Ja, siehst du gestern, ist es vielleicht ganz gut, dass du heute Morgen nicht irgendwo in Friedrichshain auf dem Gehweg aufgewacht bist? Ich meinte eine Gegend, die ich nicht kenne. Und das Erste, was dir einfällt, ist Friedrichshain. Wer geht schon nach Friedrichshain? Der Moabita, wann wird der schon nach Friedrichshain gewesen sein? Das ist doch hier. Das ist doch sieben S-Bahn-Stationen entfernt. Was will er denn da? Ja, eben. Das ist eine andere Welt. Total andere Welt. Ja, siehst du? Nein, aber ich meine, du siehst ja, was passieren kann. Ja, hätte sein können, dass ich hier nicht bei dem Podcast auf der Matte stand, sondern dass du hier auf mich wartest und ich sitze irgendwo auf dem Bürgersteig. Ja. Ja, nee, das ist nicht passiert. Kurz danach hat ja Brian Johnson dann das Rudi übernommen und hat dann das Back in Black Album aufgenommen als neuer Sänger und dieses Album ist das meistverkaufteste Album in der ganzen Musikgeschichte an zweiter Stelle nach dem Thriller-Album von Michael Jackson. Ach was. Direkt Platz 2 ACDC Back in Black mit 50 Millionen verkauften Exemplaren. Okay. Das ist ein richtiger Erfolg gewesen. Das heißt, wir reden hier von der Band, die das zweite erfolgreichste Album in aller Zeiten rausgebracht hat. Und das dann erstmal in der Zweitbesetzung schon krass. Das in der Zweitbesetzung und ich meine, man muss ja eins sagen, ich finde ja, dass der Schotte Brian Johnson einen mega Job übernommen hat, indem er diese Stimmfarbe von Bon Scott ja richtig gut übernommen hat. Das ist eh das Krasse, ja. Und es gibt ja viele Sänger, die teilweise so dieses Kreischen oder dieses so Hochkommen mit der Stimme oder diesen Stil halt teilweise so in den Song einem. So wie zum Beispiel Steven Tyler von Aerosmith, aber halt nicht über den ganzen Zeitraum, sondern halt immer nur so akzentweise oder so kurz. Und die machen es ja wirklich einen ganzen Song über und ein ganzes Konzert über. Und das ist Hammer, wie die sich hier verausgaben, weil der eigentliche Derwish des Ganzen und der eigentliche Star von ACDC ist ja Angus Young in seiner Schule. Angus, ja, Alter. Der abgeht an der Gitarre, das ist legendär. Das ist so unfassbar, wie dieser abgeht und für mich ist er der wahre Frontman. Ja. Weil es gibt ja schon legendäre Gitarristen wie zum Beispiel Slash oder Eddie Van Halen, aber selbst die müssen ja teilweise hinter den Frontman so zurückstecken. Nicht Angus Young. Irgendwie konzentriert sich immer alles bei dem Konzert auf Angus Young und Bon Scott oder Brian Johnson singen halt nebenbei. Ja, weil der aber halt auch wortwörtlich in der ersten Reihe rumhüpft. Der ist unfassbar, was für eine Energie der hat. Der ist ja bekannt dafür, dass er sich nicht einmal aus der Ruhe bringen lässt. Und es gibt eine Szene, wo der Techniker sein Band wieder befestigt, was von der Gitarre abgefallen ist. Und er fummelt ihm so das Band um den Körper rum und befestigt seine Gitarre und er spielt gerade ein Gitarrensolo und lässt sich dann null aus der Ruhe bringen. Krass. Es gibt einen Moment, wo der kurz hinter die Bühne geht, kurz an eine Sauerstoffmaske rangeht, um sich da Sauerstoff reinzupumpen. Und kurz danach siehst du ihn auf den Schultern von einem Techniker, das haben die übrigens öfter mal gemacht, ins Publikum reinlaufen, während alle an ihm zerren und ziehen und auf der Gitarre noch rumzupfen wollen, weil einmal Angus Young Gitarre irgendwie einmal da was spielen und er spielt unbeörter dieses Gitarrensolo in diesem Publikum. Krass. Da läuft alles amok. Alle wollen ihn irgendwie anfassen und die Gitarre spielen. Das ist aber schon auch aus diesem Konzert. Das ist direkt aus diesem Konzert, ja. Also was der da abgeht, das ist unfassbar. Wie lange geht das Ganze? Das Konzert oder der Film jetzt an sich? Der Film. 95 Minuten geht das Ganze. Und es ist primär tatsächlich dieses Konzert und zwischendurch hast du halt so ein paar Interviewaufnahmen und so. Klingt gut. Und Angus Young ist für mich auch hier wieder so der Star des Ganzen. Der ist halt so, der ist halt das Aushängeschild des Ganzen. Der Antichrist, wie er in den 70ern bezeichnet worden ist. Ach echt? Weil, ja, ja, die haben ihn ja, die haben gesagt, er ist ja der Teufel, weil er wurde ja auch auf Covern oft mit diesem Teufelshörnern und so. Ja, stimmt. Dass er natürlich auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, okay, alles klar, den Schuh zieh ich mir an und mach hier den, mach hier den Devil. Mit der Mütze immer. Ja, hat natürlich nicht geholfen, weil alle gesagt haben, okay, Teufelsmusik und so. Aber es ist so, es ist einfach so, so krass, so ein klassischer Rock'n'Roll, so die ganzen Gitarrenriffe und so. Das ist für mich original Chuck Berry. Auch diesen Move hat er übernommen von ihm, indem er über die Bühne, indem er den Back to the Future Move über die Bühne macht und so. Das ist ja auch so typisch für Chuck Berry. Also es ist geil. Es ist echt ein geiles Konzert, Let The Be Rock. Hat mir, hat mir gefallen. Okay, und das, du hast ja gesagt, es ist eher ein Konzertfilm, das heißt, du hast jetzt hier nicht irgendwelche Doku-Elemente vermisst? Nee. Also du hast schon natürlich ein bisschen behind the scenes und die werden unter anderem gefragt, ja, wenn jetzt der Dritte Weltkrieg losgeht, was würdet ihr machen? Wird jeder Einzelne von denen gefragt und da kommen teilweise Fragen, Alter, wo du sagst, Was ist eine Frage, Alter? Ja, schon geile Fragen. Und ist schon ziemlich cool, wie die daran darauf antworten. Ich will jetzt nicht spoilern, aber du siehst halt anhand der Antworten siehst du schon, was für Typen die waren. Du siehst halt Malcolm Young so beim Fußballspielen irgendwie hinterm Stadion und so, ohne T-Shirt, wie er da irgendwie mit dem Ball ein bisschen rumkickt, um sich da so auszutoben. Aber man merkt schon, okay, er ist so der Kopf des Ganzen, weil er hat die ganzen Songs geschrieben. Er ist so das Genie des Ganzen, hält sich aber komplett im Hintergrund und lässt die Dinger machen und er weiß genau, was er macht. Er wusste auch Bescheid von den geschäftlichen Geschichten. Okay. Aber er wusste, okay, er ist nicht für die Show zuständig. Ja. Also das heißt, er hält sich im Hintergrund, ist einer der krassen Gitarristen der Musikgeschichte, aber keiner hat ihn halt auf dem Schirm, weil alle achten halt auf Angus, auf seinen Bruder. Und ist schon eine geile Kombo. ACDC Let The Be Rock von 1980. Das heißt, du hast da nichts auszusetzen an dem Ding? Nicht wirklich, ne. Okay. Dokumentation, Musik. IMDb 8,4. Mhm. Ansonsten gibt es hier keine Bewertung. Bei Rotten Tomatoes auch nichts gefunden. Letterboxd gibt es eine Bewertung, die ist bei 3,9. Okay. Schon ganz geil gewesen. Schon ganz geil. Hätte die Jungs natürlich gerne mal live gesehen, aber da gab es ja öfter mal so ein paar äh äh paar Bandwechslungen der Mitglieder, also selbst Brian Johnson ist ja, wurde ja von seinem Arzt angesagt, dass wenn er noch weiterhin Musik macht oder beziehungsweise live auftritt, wird er sein Gehör verlieren. Oh. Und war dann eine Zeit lang weg und jetzt heißt es wohl, dass er beim nächsten Album wieder mit dabei ist. Insofern gucken wir mal, was da passiert. Also eine Zeit lang war ja Axl Rose der Frontman von denen, als Brian Johnson dann diese Diagnose gekriegt hat. Ja. Jetzt ist er wohl wieder dabei, also offiziell aufgelöst haben sich noch nicht und Angus Young war halt der, der seit Anfang an halt immer noch am Start ist. Cliff Williams und Phil Rudd, John Rums und Pace, die haben sich vor einer Weile schon verabschiedet, die wurden ausgetauscht von anderen Leuten. Mhm. Aber ACD gibt es nach wie vor noch. Krass, ja. Aber die alten Sachen von Bon Scott und so, die Uralben von damals, das waren schon, die waren schon fett. Hat mir gefallen. Ja, deswegen, also ich denke mal, du magst die Musik sehr, das hört sich nach einem nahezu fehlerfreien Ding an. Ich glaube, es ist jetzt nicht das geilste Konzert, was ich jemals gesehen habe. nee, aber ich meine, es geht jetzt mal nur um den Film und nicht auch drum, das Konzert mit anderen Konzerten zu vergleichen, oder? ja. Ich glaube, du bist bei neun Punkten. Wieder einen halben Punkt daneben. Och, for fuck's sake. Achteinhalb. Natürlich. 8,5 sind's. Okay. Das ist irgendwie heute, ist das der Themenabend. 0,5? Ja. Guter Themenabend. Immer einen halben daneben. ACDC, Let That Be Rock von 1980. Okay. Dann. Meine Silvestertradition war diesmal ein bisschen lauter als letztes Jahr mit Bob Dylan. Haben sich die Nachbarn gefreut. Naja, Silvester wird sich aber keiner beschweren. So, der Scheiß. Ey, mach den Lärm aus. So, ich komme jetzt mit dem dritten und letzten Teil meines Citizen Kane Abschnitts. Und zwar geht's um eine Geschichte, die nur am Rande was mit Citizen Kane zu tun hat, aber es geht verstärkt um die Figur von William Randall Hurst und Marion Davis. Es ist nämlich so, dass Marion Davis und Hurst schon länger zusammen waren. Wunderbar. Vorsichtshalber, da ist schon ein halbes Bier eingegotten. Ja. Soviel zu, ich trinke nicht viel. Nächstes Jahr gebe ich auf. Die guten Vorsätze und so. Habe ich mir gar nicht erst angewöhnt mit Vorsätzen. Kann man auch mit einem Jahr machen, die Vorsätze. Finde ich auch. Also einen Vorsatz habe ich. Ja. Eine gute Inhaltsergabe will ich in diesem Jahr auf jeden Fall noch bringen bei irgendeinem Film. Das ist ein guter Vorsatz. Einmal will ich gut die Handlung zusammenfassen. Das habe ich mir vorgenommen. Okay. Ja, das kriegst du noch hin. Ich übe. Es wird noch was. Wir glauben alle an dich, Gess. Einer bin ich an Haufis Geburtstagsgrüße. Mhm. So, sowohl bei Mank, glaube ich, als auch bei RKO 281 wird das kurz erwähnt, worum es hier geht. Weil das Verhältnis von Hurst und Marion Davis ging ja eine ganze Weile. Sie war ja dann auch tatsächlich bis zu seinem Tod an seiner Seite. Mhm. Offiziell hatte er ja noch Frau und Kinder. Aber sie war halt so auch recht öffentlich bekannt dann seine Mätresse oder wie auch immer man das nennen möchte. Die war halt... Matratze? Naja, nein. Das war natürlich weit mehr als das. Und ich glaube, dass bei Mank eben geht es da nicht so wirklich drum. Aber da war wohl doch sehr viel Liebe im Spiel. Und eben, die ist ja bis zu seinem Ende dann an seiner Seite gewesen. Und das will schon, was heißen, weil es hier natürlich einen großen Altersunterschied gab. Er hat ja noch immer nur Pabst genannt. Das ist wohl auch bekannt. Und jetzt ist es so, dass er ja dieser riesen Zeitungsmogul war und enorm einflussreich durch seine ganzen Zeitungen und eben, was da drin geschrieben wird. Da konnte er natürlich echt hart Karrieren machen und auch zerstören. Und war demzufolge eben enorm einflussreich und sehr reich. Das haben wir ja nicht zuletzt durch Silson Cain erfahren. Und Mitte der Zwanziger, genau gesagt, am 15. November 1924, ist er im Rahmen eines Geburtstags von einem Freund von ihm, sind die mit seiner Yacht rausgefahren, ein paar Tage. So zumindest der Plan, um den Geburtstag von Thomas Inns zu feiern. Thomas Inns war Hollywood-Produzent in den Zwanzigern, schon auch davor, ist ziemlich groß geworden, weil der eine Menge verändert hat im Drehprozess und gilt so ein bisschen auch als Erfinder der Westerns und so. Also, hat damit viel Kohle gemacht und war ein ziemlich bekannter und auch einflussreicher Typ. Aber eben dann wohl 24 schon so ein bisschen am struggeln und da, wo der Film spielt, eben in einer Phase, wo es nicht so gut lief. Jetzt geht es aber eben um seinen Geburtstag. So, und dann sind die, geht der Film eben auch mehr oder weniger damit los. Es steigt, gibt so ein kurzes Ding davor, wo es mit einem Schwarz-Weiß, mit einem Begräbnis anfängt, weil man weiß, jemand ist gestorben an Bord und das ist eben auch was, das ist jetzt so die Prämisse des Films, das könnte im Grunde was spoilern im Film, aber es ist halt so ein historischer Fakt, von dem, den wahrscheinlich natürlich nicht jeder weiß, aber deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier erzählen soll, aber der Film fängt im Grunde damit an. So, das heißt, weiß ich nicht, soll ich jetzt spoilern, also Triangel betätigen oder nicht, weil das hier halt schon also es wird schwierig die Handlung zu erzählen, ohne diesen Fakt zu erzählen. Also ich bin halt einer, der grundsätzlich nichts voraussetzt, dass man so selbstgeschichtliche oder sich richtig zugetragene Sachen voraussetzen muss, aber musst du abschätzen, du hast den Film gesehen, wir können auch gerne triangeln. Das musst du jetzt selbst wissen. Ja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir einmal kurz triangeln, weil sonst, ja, wenn ihr wirklich diesen Film sehen wollen würdet, dann würde das so ein bisschen was aus dem Mittelteil vorweg nehmen. Wir setzen hier ein Kapitel. Ja, mach das mal. Weil es geht nämlich um eine Geschichte, die Orson Welles Peter Bogdanovich erzählt hat. Die waren ja befreundet. Und Jahre später, nämlich 2001, hat Bogdanovich diesen Film hier gemacht. Der heißt The Cat's Meow und ist von 2001. Und dieser Film behandelt diesen Mythos oder es gibt eben eine Geschichte um diese Geburtstagsfeier auf dieser Yacht. Und das ist ganz schön, weil eben mit dem Begräbnis am Anfang, weil Thomas Ince ist derjenige, der umkommt auf dieser Yacht beziehungsweise tödlich verletzt wird. Und der Film steigt eben ein mit seinem Begräbnis und dann sagt die Stimme von die Rolle Elinor Glynn heißt die Rolle, gespielt von Joanna Lumley. Die spricht hier am Anfang kurz aus dem Off und erzählt eben was über das Begräbnis und wie tragisch das alles ist und wie es zustande gekommen ist, sagt sie History has been written in whispers. This is the whisper told most often. Okay, das heißt die Geschichte, die erzählen vorneweg, das basiert hier nicht auf Fakten, es gab viele Gerüchte und das ist so ein bisschen die Summe dieser Gerüchte und diese Geschichte hat eben Wells Bogdanovich erzählt, seinerzeit nach Citizen Kane, weil halt klar war, Citizen Kane behandelt William Randolph Hearst und daraufhin hat Wells ihm diese Geschichte erzählt, weil das halt sehr viel über das Verhältnis von Davis und Hearst aussagt, warum die so aneinander gebunden sind, weil die Nummer, wenn die wirklich so stattgefunden hat, ist es schon krass. Okay. So, weil, und das erfährt man eben in den anderen Filmen auch so ein bisschen, es wurde Mitte der 20er hieß es, Marion Davis hat ein Verhältnis neben William Randolph Hearst mit Charlie Chaplin, weil der war ja der Baller vom Herrn so und der hat damals gerade, war der in den Vorbereitungen für Gold Rush beziehungsweise in der Vorproduktion schon. und da war ja dann das Problem, dass er seine, am Set davor hat er seine 16-jährige Schauspielerin geschwängert, weil, du hast ja neulich erst erzählt, bei City Lights war das glaube ich sogar, dass sie die sogar umbesetzen mussten, weil die ursprünglich wollte er eine jüngere haben und so weiter und die 21-Jährige war schon außerhalb seines Beuteschemas. Eben, ja, so, weil dann eben, ich glaube dann am Film danach war, ich muss es nochmal nachgucken, aber zum Zeitpunkt des Films hier eben im November 24 ist er in den Vorbereitungen für Gold Rush. Da sind die Leute auch schon besetzt und so weiter, aber das ist eben gerade ein Thema, dass Gold Rush finanziell aus dem Ufer läuft, dass das Ding ein Arsch voll Geld kostet durch umbesetzen, neu drehen, reshoots, alles mögliche, weil die Figur von Charlie Chaplin ist eben auch mit an dieser Jacht, auf dieser Jacht. So und das ist ein recht spannendes Ding, weil es fängt dann, du hast dieses Begräbnis am Anfang und dann geht es direkt los, die Leute fahren auf die Jacht zu und werden, so werden die Charaktere langsam etabliert, indem sie halt alle auf der Jacht begrüßt werden und alle werden untereinander vorgestellt und so erfährst du halt langsam, wer wer ist. Weil es ist nur eine Handvoll Leute, so. Das ist aber auch wieder so ein Ding, man weiß von vielen, dass sie dort gewesen sind, aber eben auch nicht von allen, weil alle, die da auf dieser Jacht waren, haben eine unterschiedliche Geschichte erzählt über das, was da passiert ist beziehungsweise die meisten haben sich halt wirklich, haben einfach geschwiegen über das, was da wirklich stattgefunden hat und deswegen ist das halt echt so ein Mysterium. Fakt ist nur, Chaplin und Davis hatten zu dem Zeitpunkt was am Laufen, was Hearst natürlich scheiße fand. Und in der Geschichte wird erzählt, dass Thomas Innes, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, dieses Gerücht halt so ein bisschen beflügelt hat, wodurch Hearst irgendwann ausgetickt ist und mit einer Waffe auf Chaplin loswollte. Okay. Es da aber eine Verwechslung gab, wodurch die Kugel nicht Chaplin trifft, sondern Innes. Der kriegt eine Kugel in den Kopf und das, was dann eben danach passiert ist, ist das, was die eigentliche Geschichte ist, weil, damit steigt eben auch der Film ein, deswegen spoiler ich hier nicht wirklich was, das FBI und die Polizei haben die Ermittlungen komplett übersprungen quasi. Da hat nichts groß stattgefunden. Der Einzige, der von denen, die auf der Yacht waren, anschließend von der Polizei vernommen wurde, war der Arzt, der auch mit an Bord war, auch ein Freund von Hearst, der den notdürftig behandelt hat. Innes wurde dann vom Boot, die sind halt angelegt, nach diesem Unfall, also Unfall, haben die angelegt und haben Innes nicht ins nächste Krankenhaus gebracht, sondern auf dem Privatanwesen von Hearst, wo er behandelt wurde. Und da ist er dann ganz dubios an seinen Verletzungen erlegen. Klingt wirklich dubios. Also die ganze Story stinkt halt so hart zum Himmel, aber es sagt eben enorm viel über das Verhältnis, was Hearst zu Marion Davis hat. Und vor allen Dingen sind dann eben auch so Figuren wie Luella Parsons, die halt zu dem Zeitpunkt eine relativ kleine Kolumnistin war und eben Filmkritiken geschrieben hat, aber noch auf einem relativ unbedeutenden Level. Die ist eben da auch mit an Bord und die wird halt Zeuge wie Hearst schießt. Und die hat auf ganz dubiose Weise nach diesem Trip auf dem Boot, auf der Yacht, hat die einen bis daher einzigartigen Vertrag bekommen und hat einen Lifetime-Vertrag mit der Firma von Hearst bekommen, mit den Zeitungen von ihm. Seltsames Timing auf jeden Fall. Die war also ihr Leben lang danach einfach safe. Und das sind alles so Sachen, dann die eine Schauspielerin, die mit an Bord war, da hat sich dann ihre Gage auch plötzlich von 300 auf 1000 Dollar erhöht in den Wochen danach. Also es gibt so ganz viele Sachen, wo du denkst, da wurden einfach enorm viele Leute zum Schweigen gebracht, weil da ist echt was fishy. Und das ist aber eine echt coole Geschichte. Also auch hier haben wir wieder natürlich William Randall Hearst gespielt von Edward Herman. Den kennt man, Leute wie wir kennen den aus Lost Boys oder halt aus sehr vielen Familienfilmen. Der hat einen Bart meistens, oder? Ja, der hat oft einen Bart. Ja, so alt war der jetzt hier auch noch nicht, aber ist auf jeden Fall auch jemand, der körperlich halt sehr groß gewachsen ist. Ja, ich weiß was du meinst, der hat mal eine beeindruckende Persönlichkeit, spielt meistens irgendwelche Vorgesetzten und so. Genau, weil der so was Autoritäres hat und das passt hier natürlich auch sehr zu der Figur, weil Hearst wird hier wirklich, der kriegt hier auch nochmal eine menschliche Komponente, die in den anderen Filmen halt untergegangen ist, weil der natürlich was sehr Obsessives und damit auch Verzweifeltes hat, weil der halt so wie es hier erzählt wird, Marion Davis wirklich geliebt hat und deswegen natürlich sehr schnell auch eifersüchtig reagiert hat auf alles, was die halt sonst so an Aufmerksamkeit kriegt. Er war ja auch derjenige, der dann dafür gesorgt hat, dass sie mit den Komödien aufhört und dann für ihn ernst zu nehmende Filme dreht. Die hat dann da ja auch Preise bekommen und so, aber die hat ihm zuliebe wirklich aufgehört Komödien zu drehen, die war da ja, zehn Jahre davor war die ein Star im Comedy-Bereich. Hast du erzählt, ja. So Box-Office-Star zehn Jahre lang und er hat dann in die Wege geleitet, dass sie ernstzunehmende Filme drehten nach seinem Verständnis und dann hat sie mit den Comedies aufgehört und dann ging es auch wirklich bergab für sie. Also das ist schon krass. Deswegen da muss Liebe im Spiel gewesen sein, weil sie hat für ihn auch wirklich eine Menge aufgegeben. Jetzt ist es aber so, dass sie hier eben auch als sehr schillernde Persönlichkeit etabliert wird, ähnlich wie bei Mank und gut, bei RKO ist es durch Melanie Griffith ein Ticken düsterer. Aber auch da wird das Verhältnis zwischen den beiden echt sehr liebevoll inszeniert. Also da muss es irgendwie was gegeben haben, was die beiden stark aneinander gebunden hat. Trotzdem, er ist hier halt so auf dem Boot, der hat überall Löcher in den Boden gebohrt und so, dass er mal irgendwo reingucken kann, wo er eigentlich nicht reingucken dürfte und dass er dann auch hört, was die über ihn sagen und so. Der hat dann so Mikros installiert und ist voll spionagemäßig unterwegs, weil er halt eben auch so ein bisschen paranoid ist. Weil halt für ihn auch jede Information irgendwie ein bisschen Macht bedeutet, die er dann ausnutzen kann, gegen wen auch immer. So, und so kommt dann eben auch Chaplin ans Board. Und achso, Marion Davis, diese schillernde Persönlichkeit, wird hier gespielt von Kirsten Dunst. Ach. Und die ist eben immer gut drauf, ständig am Lachen und man merkt halt so, dieses Comedy-Talent liegt ja auch irgendwo im Blut so, die ist halt immer super drauf und zu allen immer total fröhlich, während halt Hearst so ein bisschen die Spaßbremse ist, aber schon auch immer sich irgendwie anstecken lässt von ihrer sehr jugendlichen Art so. Deswegen dieser Altersunterschied, den haben wir ja auch in den ganzen anderen Filmen, der passt hier natürlich. Charles Chaplin wird gespielt, halte ich fest, von Eddie Izzard. Eddie Izzard spielt den? Ja, Mann. Okay, krass. Das fand ich übrigens auch einen geilen Moment bei Meg, wo Charlie Chaplin diesen einen Satz gesagt hat, an dem Esstisch, wo er meinte so, ja, it's the guy with a funny mustache, wo er über Hitler geredet hat, so diesen einen Satz, fand ich auch cool. Ich so, ach, wusste sofort, okay, es ist Chaplin. Ja. Das war auch ganz witzig. Was ich hier sehr interessant finde, Eddie Izzard, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es wirkt erst mal nach einem Stretch, aber auch hier, ich hab mir dann mal so viele alte Bilder von Chaplin angeguckt und ist schon abgefahren, weil es funktioniert. Was ich cool finde, der ist blond und auch blauäugig. Interessanterweise war Chaplin auch blauäugig. Ah ja. Der hatte strahlend blaue Augen. Krass. Hat natürlich niemand auf dem Zettel gehabt, weil Schwarz-Weiß-Film. Und deswegen eine sehr interessante Entscheidung hier von Eddie Izzard. Natürlich dunkle Haare, aber auch dunkle Kontaktlinsen. Ah ja. Weil der so dem quasi Bild der Öffentlichkeit, was man eben so von Chaplin hatte, halt möglichst nah kommen wollte. Aber jetzt hier kein Schnurbert oder so. Also ist hier nicht der Tramp, sondern ist Chaplin. Klar. Und er ist halt eben auch hier ein Charmeur und er ist halt, er klebt an Marion Davis dran und er hat halt wirklich Bock und du merkst auch bei ihm so, das hat was Verzweifeltes und dann auch, wenn sie ihn halt anspricht auf, sag mal, du hast hier gerade eine 16-Jährige geschwängert, du hast echt andere Sorgen. und er sagt, ach ja Gott, das und das und so. Du merkst richtig so, der ist auch so ein getriebener Typ. Und natürlich kriegt dann Hearst immer wieder mit, wenn Chaplin Avancen macht und so, dann beobachtet das und es schaukelt sich dann natürlich so langsam hoch. Thomas Ince wird hier gespielt von Carrie Elves. Ach. Den hatten wir ja in letzter Zeit echt öfters, deswegen fand ich das echt witzig, dass er hier als der Produzent auftaucht. Hatten wir gerade in der ganz frischen Patreon-Episode in Saw. Und ich hatte, ja, und ich hatte Ince eben nicht auf dem Schirm als Person und hab dann da auch mal ein paar Bilder gegoogelt und geguckt, was er so gemacht hat und auch da alle optisch auf jeden Fall gut besetzt mit Carrie Elves. Das war auch echt ein sehr smarter Typ. Okay. Ja, dann hab ich ihm, wie gesagt, Joanna Lumley, die könnte man aus Filmen wie Wolf of Wall Street kennen, wo er witzigerweise Edward Herman, glaub ich, auch. Aber nee, ich glaub, da war nur seine Stimme zu hören oder so, aber der hatte auch ein Part in Wolf of Wall Street. Hab ich jedenfalls gelesen. Und Luella Parsons, eben die Frau, die Filmkritiken macht und die hier auch noch recht naiv und jugendlich daherkommt, die aber da eben den fettesten Deal rausgeschlagen hat, die wird hier gespielt von Jennifer Tilly. Jennifer Tilly, die alte Poker-Queen. Ist das so? Die ist professionell unterwegs, ja. Von den Stars ist die ganz oben mit dabei, was die erfolgreichen Pokerspielerin angeht aus Hollywood. Ich freu mich halt schon immer, wenn ich ihre Stimme höre, weil die halt bei Family Guy eine durchgehende Nebenfigur spricht. Ah, okay. Ja, die spricht Bonnie Swanson, die Frau vom Nachbarn und ist herrlich. Ich feier die Stimme so. Ja, wenn ich an Jennifer Tilly denke, denke ich primär an Chucky. Die Mörder-Punker. Ja, natürlich Chucky. Das hat sie auf jeden Fall sehr bekannt gemacht. Ja, und deswegen, also auch dieser Film hier ist echt interessant besetzt. Funktioniert für mich sehr gut und ist in dem ganzen Kontext wirklich interessant. Jetzt hast du ja wirklich global den kompletten Überblick. Ja, also witzigerweise habe ich jetzt durch die Recherche zu diesem Film auch noch erfahren, dass es da noch andere Filme gibt, die halt auch auf Umwegen über diese Geschichte inspiriert wurden. Okay. Dieser Film wurde ursprünglich auch für die Bühne produziert. Also der Film wurde nicht für die Bühne, das Stück sollte ursprünglich ein Bühnenstück werden. Und eben zum Beispiel einer der Filme, der halt auch von diesen Ereignissen inspiriert wurde, war Sunset. Dämmerung in Hollywood von 1988 mit James Garner und Bruce Willis. Habe ich noch nie von gehört vorher von dem Film. Aber der hat wohl auch im weitesten was mit dieser Geschichte zu tun. Und dann echt ein geiles Ding, Alter, da habe ich mich tierisch gefreut, weil, wie gesagt, der Cast ist überschaubar groß, weil du hast diese primär die Leute an Bord. Ja. Und da, weil wohl der Geschichte nach noch sehr viele Schauspielerinnen da mit an Bord waren, weil das halt auch immer so eine Möglichkeit war, wenn dann Leute wie Thomas Inns und Hurst und so weiter da sind, dass man halt Connections macht und seine Karriere so ein bisschen beflügelt, haben diese Chance natürlich auch immer viele junge Schauspielerinnen genutzt und sind dann da mit zu solchen Events. Und da gab es wohl eine ganze Reihe an Schauspielerinnen, die da mit an Bord waren. Und die werden hier aber zusammengefasst in zwei Figuren namens Didi und Siria. Und das Schöne ist, eine der beiden, die kenne ich, ist eine deutsche Schauspielerin, Chiara Scoras. Ja. Ich nicht. Eine sehr geschätzte Kollegin, die hier auf welchem Weg auch immer mitspielt und es macht sie sehr geil. Schönen Gruß. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Aber eben die, also die beiden Schauspielerinnen, die hier primär erzählt werden, die mit an Bord sind, sind eben Marion Davis und Margaret Livingston, deren Karriere danach auch einen interessanten Verlauf genommen hat. Aber es gab wohl noch Sina Owen, Jacqueline Logan, Aline Pringle und Julianne Johnston, von denen ich jetzt natürlich noch nichts gehört habe. Und der Film hatte insofern ein bisschen Probleme, weil der wurde erstmal nur in den USA released im Kino. Dann später auch noch, weil er erfolgreich war, gab es in den UK auch noch einen Release und sollte ursprünglich eben nur im Fernsehen gezeigt werden, hat dann eben aber aufgrund des Erfolgs noch einen kleinen Kinorelease bekommen. Und angefragt, aber abgelehnt, hat Marlon Brando für William Randolph Hearst. Den hatten wir doch schon mal. Ja, eben. In dem Casting Roulette. Also der wurde wohl schon öfter mit dem Stoff oder generell mit der Figur Orson Welles oder William Randolph Hearst oder allen, die da sonst irgendwie mit dranhängen, Verbindung gebracht, den Herrn Brando. Aber ja, der würde natürlich auch ziemlich geil die Zeit so ein bisschen repräsentieren. Von wann hast du gesagt ist der? Dieser Film hier? 2001? 2001. Da gab es ja Marlon Brando auch nicht mehr so lange. Nee, eben. Wann ist er gestorben? 2004, glaube ich? So in dem Dreh wäre dann einer seiner letzten Filme gewesen. Was ich nicht wusste, The Cat's Meow heißt nicht nur Das Meow und der Katze, sondern ist so ein feststehender Ausdruck für etwas, was außergewöhnlich gut ist oder halt super gelungen oder heute sowas wie, oder vielleicht so für Leute von unserer Zeit sowas wie The Shiznit oder Lit, man, Lit. The Beesneys. Nee, wenn halt so, weißt du, das Ganze als Ding Lit ist ja nur ein Adjektiv. Das ist jetzt hier so, das beschreibt das, was ich meine, beschreibt als Ausdruck halt so, dass das Ganze, was gerade existiert, dass das so das Beste ist oder was super dope ist oder was auch immer. Okay, okay, okay. Ja, eben so. The Beesneys. Ist ja auch sowas. The Beesneys. Okay, verstehe. Cats Me Out, hab ich noch nicht gewusst, das ist so als Rede, wenn du noch... Nee, The Cats Me Out, das stammt eben aus den 20ern. Also das ist auch nicht mehr aktuell, aber das passt halt so geil, weil es natürlich 24 spielt und deswegen ist dieser Ausdruck hier so ein bisschen passend. Mhm. Ja. Fand ich echt... Ganz, ganz geil, das Ding. Um ehrlich zu sein, was ich so nicht so richtig rausgehört habe bei dir ist, also ich hab die Story verstanden und ich hab verstanden die Konstellation und so, aber unter welches Genre würdest du das Ganze packen? Ist es jetzt lustig oder ist es so ein Kriminalfall oder ist es ein Drama oder geht es um diese Verschreckung? Es ist so ein bisschen Crime, Drama. Also genremäßig steht hier Drama und Romance drauf, weil natürlich auch dieses Ding zwischen Chaplin und Davis spielt permanent eine Rolle und dann eben diese aufkommende Eifersucht und die Handlung von Hearst. Okay, also es ist jetzt nicht so Boulevard-Komödie, dass es da so ein paar Verstrickungen gibt. Nein, nein, nein. Es mutet fast so ein bisschen Houdanip-mäßig an, weißt du, weil die sind alle auf einem isolierten Raum auf der Yacht und jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder hat eine eigene Motivation, überhaupt da zu sein und was unternimmt dann jeder, um irgendwie zu seinem Ziel zu kommen und dann gibt es halt diesen vermeintlichen Unfall. Und deswegen ist, ja, also am ehesten wahrscheinlich Drama, Crime, würde ich sagen. Drama und Crime. Und du fandst es gut? Ja. Ich mochte das. Ist natürlich auch hier, ist kein großer Film, der hat sieben Millionen gekostet. Natürlich nicht die Welt eingespielt, aber im englischen Sprachen Raum hat das gut funktioniert. Und ich finde es halt interessant, weil halt das ein Film von Bogdanovich ist, was wahrscheinlich jetzt nicht sein typischster ist, so, aber ich finde es halt cool, weil er nun wirklich persönlich die Connection zu Orson Welles hatte. Insofern das aus erster Hand mehr oder weniger erfahren hat. Ja, stimmt. Deswegen ist einfach nochmal ein interessanter Blickwinkel und wahrscheinlich der interessantere als der von einem Fincher, der halt mal so inhaltlich mal so gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und du warst, wenn ich mich recht entsinne, kein großer Fan von Kirsten Dunst. Richtig? Nee. Primär erstmal nicht, aber die macht das hier, eben, ich gehöre jetzt nicht den Leuten, die sagen, ich gucke mir die super gerne an, aber die macht das hier super. Macht das super. Ja. Okay. Die passt für mich wiederum auch ganz gut in die Zeit. Ja, aber fandst du, dass Mank da daneben gegriffen hat, was Lily Collins angeht und Amanda Seyfried? Ich meinte doch gerade vorhin, dass Amanda Seyfried super in die Zeit gepasst hat. Lily Collins auch, oder? Ja. Finde ich auch. Aber ich glaube, Lily Collins kann man generell in so alles, was so ein bisschen Period-Peace anmutet, funktioniert eh bei der. Ja, das stimmt. Das ist so Keira Knightley-Style. Packt man, packt man egal in welche Epoche rein, passt schon. Das sind so diese klassischen Schönheiten, die funktionieren, glaube ich, in jeder Epoche. Das fand ich so krass, wo du gerade auch so bei diesem alten Hollywood bist, als ich über The City Lights geredet habe, über den Charlie Chaplin-Film in der Patreon-Steady-Episode. Ja. Dass der Frauentyp komplett irgendwie ein anderer war. Also wenn ich diese Frauentypen damals in diesen 20er, 30er Jahren Schwarz-Weiß-Stummfilmen sehe. Ja. Selbst die Gesichtsformen und die Art, wie die aussehen, sehe ich heute gar nicht mehr. Ich habe noch nie irgendwie so eine, die haben so einen typischen Look, den du heute kaum siehst. Das meine ich. Und da haben die Klamotten das natürlich sehr unterstützt. Genau, klar werden die anders geschminkt. Das ist ja keine taillierten Formen bei den Kleidern oder so. Es ist ja alles, es hängt ja so, da passt ja auch dieses Charleston-Ding dazu. Genau. Deswegen, da Kirsten tanzt, wenn die Charleston tanzt in diesem Outfit so, das passt voll gut. Macht sie gut. Und deswegen auch Chiara, also die sind da alle, ich finde das gut besetzt und es funktioniert für mich, als Zeit geht es auch voll auf. Die haben auch versucht, auf auffällige Farben zu verzichten, um ein bisschen den Look der Zeit zu suggerieren. Aber hier, also ich habe mich selbst auch dabei ertappt, wie ich erst mal dachte, bei Eddie ist es jetzt so, als der erst Chaplin ankam, dachte ich so, äh, was? Aber ich habe dann auch erst mal gemerkt, okay, ich habe gar kein wirklich konkretes Bild davon, wie Chaplin abseits des Tramps aussah. Weißt du, so ist ja völlig... Ist eigentlich auch ein geiler Move mit den dunklen Kontaktlinsen, weil man sonst wahrscheinlich sagen könnte so, ja, mit blauen Augen kommt der hier an und spielt Chaplin. Eben, was sollen das und so. Total unglaubwürdig, auch wenn es stimmt so, weil das wäre auf jeden Fall bei den meisten erst mal so, wir sehen dann den Schauspieler, nicht die Rolle so, das hat er gut gemacht. Sie übrigens. Ach ja, stimmt, von ihr war das ja. Die Idee. Richtig, richtig. Was? Nein, von Eddie Izzard. Wie, Eddie Izzard, sie? Eddie Izzard ist gender neutral und hat sich für die weiblichen Pronomen entschieden. Ach so. Ja. Okay, Entschuldigung. Sie. Da grinst er. Ist tatsächlich so. Ich war auch überfordert, weil alle Trivia-Facts zu Eddie Izzard sind so sie, sie, sie und ich so, Alter, what? Moment mal, hab ich doch was verpasst? Ich hab's tatsächlich mal mitbekommen, aber man muss ja natürlich auch merken, auf welcher Seite die sich dann ... Ja, vielleicht eben, verschiebt sich auch ganz gerne mal. Ich war im ersten Moment überfordert, weil ich den Teil nämlich gar nicht mitbekommen hab. Das war auch, glaube ich, erst dieses Jahr. Ach so, Entschuldigung, letztes Jahr natürlich. Ja, jetzt, wo du es sagst, Ja, doch, ja, was. Ja, wie auch immer. Eddie Izzard macht das hier gut. Ich war am Anfang eben so ein bisschen irritiert, aber es passt. Gut. Hättest du denn, gerade, wenn du so an Chaplin denkst, wenn du den jetzt als Charlie Chaplin besetzen müsstest und nicht als Tramp, hättest du da einen, so aus der Hüfte, einen besseren Vorschlag als Eddie Izzard? Also, ich muss echt sagen, dass Robert Downey Jr. das verdammt gut gemacht hat in der Chaplin-Verfilmung. Ja, den kenn ich ja leider nicht. In den 90ern. Das war mega. Also, der hat den richtig gut verkörpert und auch so von der Optik und vom Stil und so. Wurde auch so geschminkt wie damals und so. Das hat gepasst. Aber hast du dir Chaplin mal angeguckt? Meinst du jetzt hier so in Natura? Ja. Ja, ja, klar. Ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß, dass er diesen Schnäuzer nicht hat und dass die Haare viel heller waren. Und ich find's halt krass, auch was der für Wangenknochen hat. Also, weil der hat echt so ein sehr schmales Gesicht, eigentlich mit so krass prägnanten Wangenknochen. Ja. Deswegen find ich's abgefahren. Ich kann mit Robert Downey Jr. jetzt erstmal so nicht vorstellen da drin. Aber den will ich ja eh sehen. Gut. Also, ich find ja jetzt, also, tatsächlich hat hier dieser Film auch mit dazu beigetragen, dass ich mich wieder sehr für Chaplin interessiere. Ich kann, ähm, ich hab, das ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Also, der ist definitiv auch eine Auffrischung wert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den gut fand. Ah ja? Den Chaplin-Film von der Hals. Also, ich weiß, dass ich ihn gut fand. Ich weiß nicht, ob mir der Film gefallen hat. Das muss ich mal erfrischen. Hab den auch zu Hause. Aber der, ist der in schwarz-weiß oder ist der in Farbe? Nee, der ist in Farbe, glaub ich. Okay, ist auch interessant, weil dann, wir haben wahrscheinlich auch keine blauen Augen erzählt. War eine gute Frage. Robert Downey Jr. Gute Frage. Ich weiß ja schon auch, ob einer strahlende blaue Augen hat. Alter, okay, Chaplin hatte blaue Augen? What? Das war für mich echt so. Aber klar, wie willst du es auch in schwarz-weiß-Filmen groß feststellen? Ja, aber ich hab ja ein paar, es gibt ja auch dieses hier, ich weiß nicht, die Kaiserin von Shanghai oder so hieß der. Der hat ja in den 60er und 70ern auch schon später so zwei, drei Filme gedreht. Ja. Und ich hab ja eine Chaplin-Box, die guck ich ja einigermaßen chronologisch. Ah, okay. Also, das heißt, bei den ganzen neuen Filmen bin ich noch nicht angelangt. Die sind ja dann Farbe. Ja, aber ich glaub, die kenn ich nicht. Die kennst du auch nicht. Zumindest nicht. Ich auch nicht. Mit dem Bewusstsein, dass ich da Chaplin gesehen hab. Ja, ich auch nicht. Also, ich weiß, wie er in Alt aussieht, weil ich hab neulich auch so ein Chaplin-Box-Trailer gesehen, wo halt so viele Filme von ihm angerissen werden. Da ist auch ein Film bei, wo er so grauhaarig ist und schon ein älteres Semester. Das ist dann wohl der Film Ende 60er. Und er hat halt immer diese Welle hier vorne, ne? Genau, ja, diese Welle. Und das haben sie schon auch echt geil gemacht bei Eddie Izzard. Also, sagt. Also, den Schnäuzer legt er dann irgendwann ab, so bei seinen späteren Filmen, wo er nicht mehr der Tramp ist. Ja. Aber ist schon interessant. Na gut. Ja, The Cat's Meow. Ich, wie gesagt, ich mochte den. Hast du Zahlen genannt? Noch nicht. IMDb-Score liegt bei 6,3. Metascore ist passenderweise bei 63. Auf Rotten Tomatoes geht's ähnlich weiter. 6,5 von der Kritik und 3,2 vom Publikum. Auf Letterboxd gibt's 3,0. Okay. Für diesen Film. Ich glaube, den kennen nicht viele. Das ist die Frage, ob du hier bei einer 7,5 gelandet bist oder vielleicht bei der 7, zu der ich eher tendiere. Ich denke mal laut vor mich hin und sage, der erste Gedanke ist, es ist eine 7. Das ist richtig. Ja? Also, jetzt können wir ja auch sagen, ich mach das offenbar zu gut hier. Ja, zum ersten Mal, seit wir dieses Punkt gerade haben. Machst du es mal besser als sonst. Klar. Mein Vorsatz fürs neue Jahr. Endlich mal richtig erklären hier. Ja, hier. Ich gehe einfach ein bisschen Zenmaster-mäßig ran. Ich glaube, im alten Jahr hätte ich wahrscheinlich die 7,5 gesagt. Weil ich gesagt habe, ah nee, ja, nee, am Ende, jetzt klingt er doch nach 7,5. Ich mach 7,5. Jetzt habe ich, rational habe ich mir gesagt, nee, ich mach jetzt das, was ich als erstes gedacht habe. Okay. Das heißt, ich habe dreimal einen halben daneben gelegen und du noch nicht einmal, ne? Korrekt. Fuck me. 3 mal 0,5 zu 3 mal 0. Aber das ist ja nicht zu sagen. Ich hatte ja schon Rezensionen, da war ich 2, 2,5, 3 daneben. Und schon bin ich drüber. Abwarten. Das ist ja das Ding. So, aber damit ist mein Citizen Kane-Segment geschlossen. Okay. Aber ich will generell nicht ausschließen, dass ich mir noch andere Filme, die irgendwie mit dem Kontext was zu tun haben, angucken werde. Also, Liesthemenabende gehen auch im neuen Jahr, wird es auch im neuen Jahr ab und zu mal geben. Ja, ich finde das schon cool, weißt du, weil du dann irgendwie ein so ein Thema oder das, was so ein bisschen damit dranhängt an dieser ganzen Thematik von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet kriegst. Ich finde das spannend. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Du bist ja da Fan von, aber selbst von Filmografien und so. Und ich bin ja genau das Gegenteil davon, weil ich mir sage, ich will kein Overkill, was dieses Thema angeht und verstreue dann die Sachen so weit wie möglich es geht. So, weißt du, bis ich mir den nächsten angucke oder bis ich mir ein Sequel angucke oder bis ich mir den gleichen Schauspieler nochmal ansehe. Ja, aber weißt du, bei mir ist das so, Außer Mank. Ich bin dann immer, da wollte ich den direkten Zusammenhang haben. Da war es dann so, ach so, nach Citizen Kane hast du unmittelbar Mank geguckt. Nach, naja, ja genau, zehn Tage später und da habe ich gesagt, okay, ich gucke mir absichtlich erst mal Citizen Kane kurz vorher an und warte jetzt nicht bis Ende Dezember, damit ich mir mit dem Wissen halt Mank angucke. Eben. Und das hat nun wirklich geholfen, oder bei Mank? Durchaus, ja. Ja. Und bei mir ist es eben so, ich war durch Citizen Kane und meine Vorbereitung dann für den Podcast und eben Folge dessen habe ich mir ein paar Interviews mit Orson Welles angeguckt und war dann sehr geflasht von der Person Orson Welles. Fand den sehr beeindruckend. Und wollte dann eben auch besser blicken, was da geht und dann waren da diese ganzen Vorwürfe bezüglich Drehbuch und dann die Nummer mit Mank hat dann eben auch nicht geholfen, weil der in meinen Augen halt wirklich Orson Welles schlecht dastehen lässt. Und dann eben, habe mich sehr interessiert, was der noch gemacht hat und so und ich finde es schon auch abgefahren, weil Hearst, also ich wollte halt den Künstler dahinter begreifen so und dann eben auch alles, was da so mit dran hängt, halt möglichst gut verstehen, was da ging. Weil ich finde es schon abgefahren, weil wenn du überlegst, was Citizen Kane für ein Film war, wie das dann eine Weile gedauert hat, bis der diesen Status erreicht hat, aber die Karriere von Orson Welles einfach nie wieder da anknüpfen konnte und eher einen schwierigen Verlauf genommen hat. Und da ist eben der Einfluss von William Randolph Hearst enorm groß gewesen. Und das ist halt, das fällt oftmals so ein bisschen aus der ganzen Gleichung raus, aber der, Alter, der hat wirklich viel unternommen, um die Karriere von Orson Welles zu boykottieren, auch über den Release von Citizen Kane hinaus. Und da trägt dann eben, zu dem Typ trägt dann eben, finde ich, ganz gut dazu bei, wenn du solche Storys noch mitkriegst, weißt du, was der einfach, wie der unterwegs war. Das ist ja fast schon Mafia. Das stimmt. Und das finde ich halt cool. Aber die hat ja damals auch in einer Filmbranche gut mitgemischt, die Mafia, insofern. Ja, eben. Also passt schon, diese Machenschaften. Total spannend und ich finde es ja dann eh auch spannend, wenn es Filme übers Filmemachen gibt oder halt Filme über Hollywood und so, finde ich das eh interessant. Finde ich echt lustig, dass du als Schauspieler das interessant findest, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, so ja, weißt du so, da ich selber damit zu tun habe, muss ich mir nicht noch einen Film darüber angucken. Das ist jetzt so, also ich würde mir jetzt nicht tausend Filme übers DJing angucken, weil ich habe es sowieso dreimal die Woche. Ja. Außer es ist Corona. Na gut, ja. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du... Ich glaube nicht, dass jeder Schauspieler so tickt, sondern dass die meisten sagen, boah, ich muss jetzt nicht einen Film über Filme machen angucken, sondern guck mir lieber einen Science-Fiction-Film an. Alter, ich kenne Schauspieler, die haben noch nicht mal einen Fernseher, die sagen sich, ich gucke mir gar nichts an von mir selbst, so aus Prinzip nicht. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich überhaupt nicht. Weil für mich heißt, also nicht nur, dass alles, was man anguckt, ja auch irgendwo eine Inspirationsquelle sein kann, man kann da auch analytisch an die Sache rangehen. Und wenn man sich Sachen von sich selbst anguckt, ich für meinen Teil macht das, um für mich halt zu überprüfen, funktioniert das, was ich mir da vorgenommen habe, kommt das im Endergebnis so rüber oder nicht? Ja, da definitiv geht das, aber es ist eine Typfrage. Total. Ein Jockey im Phoenix macht zum Beispiel nicht, der meidet alle seine Filme und das kann es trotzdem nicht bestreiten, dass er ein guter Schauspieler ist. Ja, aber eben, ich wage zu bezweifeln, dass er das schon immer so gemacht hat. Also, weil bei ihm sieht man auch, dass der nicht nur intuitiv spielt so, dass der schon eine Menge Arbeit da reinlegt. Ey, sei es drum. Ich finde es halt immer spannend, wenn man dann möglichst viel darüber erfahren kann und ich finde, gerade weil es beim Filmemachen halt weit mehr, es um weit mehr geht als nur um die Performance vor der Kamera, sondern da spielen so viele Faktoren mit rein, warum soll man sich da nicht ein möglichst breites Bild verschaffen? Also, ich bilde mir ein, das dann besser zu verstehen alles und davon lerne ich halt so. Ich meine, beim DJing, wenn du selber jetzt noch sagen würdest, es gibt da noch eine Menge, was ich lernen kann, dann würdest du dir eventuell ja auch Filme reinziehen, die dir da was beibringen. Oder? Ja, aber ich bin jetzt schon ganz vorne an der Nahrungskette, deswegen, da ist ja kaum noch was nach oben, so was ich noch lernen kann, deswegen bin ich da nicht so motiviert. Nee, aber wenn du jetzt sagen willst, ich will unbedingt noch das und das und das lernen, was es da zu lernen gibt, dann wäre das ja eventuell auch eine gute Inspirationsquelle. Es ist natürlich hilfreich, dass es wesentlich bessere Filme über die Filmbranche gibt oder über... Als über das DJing. Als über das DJing, ja, da fällt mir dieser Zac Efron-Film ein, wo er diesen komischen DJ spielt, der dann irgendwie am Aufsteigen ist. Oh Gott, den kenne ich nicht. Oh Gott, Alter, ich habe den tatsächlich gesehen. Da dachte ich so, okay, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht so motiviert bin, Filme über DJs mir anzugucken. Zac Efron ist schuld. Zac Efron ist schuld, der hat es mir versaut. Na dann. Naja, da gucke ich mir lieber Filme an, wie den nächsten, der hat mit meinem Beruf nicht zu tun. Denn es geht um Cops. Okay. Und der Film ist relativ frisch, der ist aus dem Jahr 2019, heißt im Netz der Gewalt. Netz der Gewalt? Deutsche Filme? Crown Vic heißt er. Achso. Heißt er am amerikanischen. Nein, das ist ein amerikanischer Filme. Crown Vic? Ja. Aha. Kannst du mit dem Titel was anfangen? Ne, klingelt erstmal nix. Crown Vic ist die Abkürzung beziehungsweise der Slang für den Fort Crown Victoria. Und das ist so dieser übliche Polizeiwagen. Ach so. Mit denen, die durch die Gegend gedüstern. Das war nämlich ein Fort Crown. Und die wurden auch, glaube ich, 2013 ausgetauscht und ausgemustert, weil die nicht mehr hergestellt worden sind. Aber so 20, 30 Jahre lang waren es so die üblichen Polizeiwagen damals. Ach, das ist so das Standardpolizeimodell. Okay. Das ist das Standardpolizeimodell. Aber so ähnliche Fragezeichen wie du hatten auch die Leute international, weswegen die sich entschieden haben, in Deutschland, in Russland, in Europa diesen Film in sämtlichen Ländern irgendwie anders zu nennen. In Deutschland heißt er im Netz der Gewalt. Dann gibt es andere Länder in Russland und so. Hat er auch einen komplett an der Titel gehabt. Weil einfach mal mit dem Originaltitel Crown Vic alle sich fragen würden, was ist das? Da muss man halt in Amerika leben, um das zu wissen. Da muss man in Amerika leben, um das zu wissen. Kann man nicht. Aber so heißt er im Original. Und Genre, ganz interessant. Action, Krimi, Drama, Thriller und Mystery ist hier aufgeführt. Okay. Bei dem Mystery Part habe ich auf jeden Fall große Fragezeichen in meinen Augen, nachdem ich den Film gesehen habe. Nichtsdestotrotz Regisseur und Drehbuch Joe Sosa. Der hat bisher noch nicht so viel gemacht. Und wir begleiten zwei Cops auf Streife. Der eine, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist und sozusagen der alte Recke ist im Polizeiwagen, wird gespielt von Thomas Jane mit einem interessanten Schnäuzer. Und ein Rookie, weil nach 25 Jahren entscheidet sich Thomas Jane diese Ausbildungsposition an sich zu nehmen und zum ersten Mal mal einen Rookie mit aufzunehmen und den so ein bisschen einzuweisen. Das hat er bisher noch nie gemacht. Der wird gespielt von Luke Kleintank. Den habe ich neulich in Midway gesehen. Ja. Und Thomas Jane fährt zu seinem Wagen aus diesem Parkhaus von der Polizeiwache, wartet auf seinen Rookie-Kumpel, der kommt nicht, fragt dann irgendwie seinen Kollegen und die sagen ihm, ja, den haben wir gerade auf Toilette gesehen, der kotzt sich da gerade aus. Das heißt, der Typ ist hypernervös, fängt an zu stammeln, will in die falsche Tür rein, will mit seinem Koffer irgendwie auf den Beifahrersitz einsteigen, mit seiner Waffentasche und Thomas Jane sagt, wie wäre es, wenn du das in den Kofferraum packst? Und er lässt dann den Kofferraum auf und er sagt, ja, der geht nicht automatisch zu, muss den Kofferraum auch wieder zumachen. Das heißt, wir merken, unser Rookie ist ziemlich nervös und hat ziemlich Hummel im Arsch, was ihn nicht erwartet, weil er ist halt aus, er weiß halt nicht so, also er ist halt noch nicht, er hat keine Praxis. Der war auf der Polizeischule, hat gelernt, wie Dinge funktionieren, aber war halt noch nie auf Streife. Okay. Und er nimmt diesen Frischling quasi unter die Fittiche und die beiden gehen in L.A. auf Streife. Und wir begleiten praktisch einen ganzen Tag beziehungsweise mehrere Stunden diese beiden in L.A. Und während die beiden in L.A. ihre Streife fahren, haben Polizistenmörder eine Bank und einen Waffenladen überfallen und haben sich bis an die Zähne halt da Waffen zugelegt und sind auf der Flucht. Unter anderem auch in dem Gebiet, wo die beiden auf Streife fahren. Das ist übrigens ziemlich creepy, weil der eine von den Bankräubern, ich weiß nicht, wie das heißt, der hat sich auf dem Handrücken unter die Haut, du kannst ja unter die Haut irgendwie so was schieben lassen. Implantate. Implantate sind das? Und der hat so ein Implantat auf dem Handrücken in Form eines Totenschädels. Du siehst halt hier auf seinem Handrücken so einen Totenschädel, wie er sich halt abzeichnet. Sieht da ziemlich krass aus. Ja, ekelhaft, finde ich. Ja, sieht schon wirklich creepy aus. Daher lassen sich doch auch Leute so Hörner in die Stirn implantieren und so ein Shit. Ja, genau. Oder hier so eine Beulen oder so auf die Hand. Naja gut, jeder wie er es mag. Was Schönheitsideale angeht, finden ja alle verschiedene Sachen geil. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das ist jedenfalls so ein Merkmal von dem einen Bankräuber beziehungsweise von dem einen Polizistenmörder, die ja ziemlich gewalttätig unterwegs sind. Und dann sehen wir unsere beiden Bullen. Der eine unerfahren, der andere erfahren, die halt Streife fahren und die dann so verschiedene Einsätze anpeilen. Der eine ist halt so ein bisschen lustig, der andere ist halt ein bisschen dramatisch und der eine ist ungefährlich und der andere ist wiederum ein bisschen gefährlicher. Okay, aber das heißt, sowas hier erwartet uns nicht. King Kong ain't got shit on me! Er ist gar nicht so weit entfernt, weil ey, gib mir zwei Polizisten auf Streife in einem kriegsähnlichen L.A. oder New York. Ja, es klingt halt gleich nach Training Day. Und ich bin voll am Start. Ja, das ist Training Day, das ist Dark Blue, das ist Helden der Nacht, das ist Street Kings, das ist Colors definitiv. Ja, diese ältere Recke und dann dieser Junge. Ja, nur der eine, den wir da in der Sneak-Preview gesehen haben, der hat mal so gar nicht funktioniert. Nee, es gibt ganz wenig Ausrutscher, die ich nicht geil fand. Den mochte ich nicht, ich mochte auch End of the Watch nicht, hier mit Jake Gyllenhaal und Michael Peña, der hat mir zum Beispiel auch nicht gefallen, den fand ich auch nicht so doll. Ja. Aber die meisten von denen sind schon Filme, mit denen ich gut was anfangen kann. So wie Crown Vic im Netz der Gewalt, den mochte ich tatsächlich auch. Du hast in Nebenrollen, großartig, hast du einmal Bridget Moynihan, die ja bildhübsch ist, spielt die Modelfreunde von Nicolas Cage in Lord of War und hier spielt die halt so eine richtig Crack-verseuchte ehemalige Frau wahrscheinlich von Thomas Jane. Ehemalige Frau? Ja, um die er sich dann teilweise auch noch kümmert, weil er die halt... Achso, also Ex-Frau. Ex-Frau, mit der früher... Ich weiß nicht, ob die verheiratet waren. Nein, es ging nur darum, ob sie jetzt keine Frau mehr ist. Nee, nee, es ging darum, dass Thomas Jane praktisch mit der früher was zu tun hatte und sie jetzt mittlerweile immer noch Verantwortung für sie übernimmt und sie irgendwo aufgabbelt, wenn sie ihr Rechner nicht bezahlen kann im Pub und die ist halt so abgefuckt auf Meth und weiß ich was. Du siehst halt teilweise die Nasenlöcher, dass die total ausgetrocknet sind und so zerfranzt und so und Blut unter laufenden Augen und die spielt das so krass, das ist richtig gut. Und wer noch mega spielt, ist David Cromholz. Den hab ich neulich in The Do's hab ich den noch als richtig fettleibigen, überfülligen Pornoproduzenten gesehen und hier spielt der so einen komplett abgemagerten Zivilpolizisten, der mit so einem anderen Typen, der auch mega krass ist, weil der ist komplett auf Speed und auf irgendwelchen Amphetamin irgendwie und komplett aufgepumpt und super aggressiv und die beiden sind halt auf Streife in dem gleichen Gebiet und begegnen mit denen und die machen halt, was sie wollen. Die sind halt komplett anarchisch. Die scheißen halt aufs Gesetz, die schlagen halt die mir auf die Fresse, die sie wollen, sind halt super arg unterwegs, wenn sie da irgendwie irgendwelche bösen Buben stellen. Und Thomas Jane versucht die halt immer zu beruhigen, aber weiß halt, dass die halt ausdicken können jeden Moment, weil die beiden sind halt so ziemliche Sprengfässer und das, also David Cromwell spielt den auch großartig und dieser andere, wie heißt denn der Schauspieler nochmal, Mann, der mit ihm da auf Streife geht, jetzt hab ich den Namen vergessen, Alter, das fand ich auch richtig gut, wie der denn gespielt hat, weil du merkst schon in den ersten Sätzen, dass er diesen Rookie zum Beispiel anpöbelt, als er zu ihm meinte, was quatscht du mich denn hier also an, als er sich vorgestellt hat nur so, weißt du, er sitzt auf dem Beifahrersitz, er quatscht mit Thomas Jane und der Rookie stellt sich vor, hey, ich bin der und der und er guckt die nur so richtig böse an und sagt so, Alter, was laufst du mich denn voll, Rookie, was willst du denn von mir? Josh Hopkins spielt den, Jack Van Zandt und der spielt den richtig gut, also diesen aggressiven, ausgeflippten, speedsüchtigen Zivilcob, also sind einige Nebencharaktere, die hier auch richtig gut funktionieren, aber weiß nicht, der Film kam irgendwie so bei vielen auch nicht gut an, so die fanden ihn unspektakulär und haben ja weiß ich was erwartet, du hast ja nicht Action am laufenden Band, sondern diese Einsätze, die mehr oder weniger groß und mal klein sind, was ich hier gerade erklärt habe, werden auch immer wieder unterbrochen durch Gespräche zwischen unserem alteingesessenen Thomas Jane, der auch immer wieder sehr Banane reagiert in Gesprächen, der zum Beispiel zu ihm sagt, ja, woher weißt du denn, dass deine Frau dich nicht betrügt? So weißt du, und er sagt so, warum soll ich dich betrügen, die ist schwanger und die sitzt zu Hause und so, und dann sagt er so, ach so, ja, und weil sie schwanger hat und Baby im Bauch hat und so, das ist eine Garantie, dass sie keinen Schwanz in den Mund nimmt oder was? Weißt du, so redet er dann mit ihm so, wo er dann denkt so, Alter, was willst du denn von mir? Also er bringt öfter mal unseren Rookie komplett auf die Palme, darf aber nicht so viel sagen, weil er natürlich sein Vorgesetzter ist und weil er ein Veteran ist in dem Ding, also Thomas Jane spricht schon alles, also der ist komplett desillusioniert und es hat sich abgefunden, dass die Stadt halt komplett abgefuckt ist und dass die am Arsch ist und so. Das ist schon eine coole Dynamik und du hast, wie bei Colors, hast du viele Gespräche zwischen diesem jungen Cop und diesem alten Cop. Du hast jetzt nicht ständig irgendwelche Einsätze oder Action. Du hast zwar immer wieder, dass es unterbrochen wird durch irgendeinen Einsatz oder durch einen Funkspruch, aber du hast jetzt auch nicht auf eine Band irgendein Geballer und Explosionen. Also so ein Film ist es definitiv nicht. Okay. Aber fand ich gut. Echt ein guter Film. Was ich super fand oder super interessant, der wurde in New York gedreht. Und? Hat aber voll diesen L.A. Achso, und du meinst, weil er in L.A. spielt? Ja, der spielt in L.A., aber die haben tatsächlich geschafft, in New York diesen L.A. Fiel da voll einzufangen. Hat gut funktioniert. Okay. Und ich kenne ja beide Städte und das ist wirklich krass. Ja, finde ich gerade auch abgefahren. Okay. Ja. Leider ein Leidtragender von Corona, weil auch der Film ist am 26. April 2019 in den Kinos gestartet. Ah, okay. Mit sehr wenigen Kopien. Hat im Budget von 3,6 Millionen. Eingespielt hat am Ende weltweit 3.900 Dollar. Ja, gut. Das war das Box Office. Also auch einer der Opfer von der Pandemie. Ja. Kann man nicht anders sagen. Klar. Aber ist sicher jetzt kein Blockbuster, der jetzt irgendwie 150 Millionen gemacht hätte, wenn es jetzt normale Kinobesuche gehabt hätte. Mhm. Geht 110 Minuten, wo der Mystery-Teil ist. suche ich immer noch. Habe ich nicht ganz verstanden. Haben die Längen, diese 110? Das klingt eigentlich relativ gut, so vom Pacing. Vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer. Für mich hat das gut funktioniert. Der auf diese Dialog-Szenen keinen Bock hat. Genau. Einer, der irgendwie mehr Action erwartet hat, der wird sich hier langweilen. Einer, der hier eine größere Charakterstudie erwartet hat, wird sich auch langweilen. Das heißt, das ist, der eine oder andere wird die Mischung nicht mögen. Okay. Aus Charakterstudie von diesen beiden Cops. Ach so, weil es weder noch das eine richtig, noch das andere richtig ist. Ja, genau. Er ist bei weitem nicht so actionreich wie Training Day und anderen Konsorten, sondern das ist so ein kleinerer Vertreter des Genres. Okay. Crown Vic im Netz der Gewalt. Na dann. Zahlen? Ja. IMDb 6,5. Metascore 47. Rotten Tomatoes 6,0. Mhm. Und von der Audience gibt es eine 4,0. Von 5. Und Letterboxd ist bei einer 3,1. Okay, also 4 von 5 schon ein bisschen euphorisch. 4 von 5 die Audience bei Rotten Tomatoes? Ja. Ja, der Rest klingt nicht so gut. Das waren 79 Prozent, ne 73 Prozent, Entschuldigung, habe ich notiert. Ja, ich glaube, du bist bei 7,5, weil du klangst schon ganz zufrieden. Mr. 0,5 setzt seine Serie fort. 7 sind's. Nur 7? Ja, nur. Gute 7. Ja, ja. Oh, fuck, Alter. Mr. 0,5 setzt seine Serie fort. Hatten wir doch schon mal einen. War das Dietz? Der mal 0,5 der Serie hat? Ja, Mann. Ja, das ist heute wohl die Dietz-Hommage, was ich hier mache. Das ist die Dietz-Hommage, ja. Das ist die Strafe, weil er mir nicht zum Geburtstag gratuliert hat als Einziger. Von dem ja hier filmen wir Jungs so. Nimm das gleich persönlich. Nein, Spaß. Okay. Gut, das heißt, jetzt komme ich wieder, okay? Danke übrigens nochmal für die Geburtstagsgrüße. Ich habe die Folge gehört, ich fand's wirklich großartig. Ich habe mich immer wieder totgelacht, als ich da durchgehört habe. Ich fand's wirklich toll, dass du dir da die Mühe gemacht hast und die Leute mobilisiert hast und alles hier eingeschnitten hast und eingespielt und so. Da muss ich mich nochmal vor dir verbeugen. Das war wirklich toll. Freut mich, schön. Vielen, vielen Dank. Cool. Dann komme ich jetzt mit dem nächsten Teil. Ja. Ich mache jetzt nämlich mal weiter mit meiner Pink Panther-Reihe. Ach, die nächste Serie? Yes. Das ist jetzt hier der zweite Themaabend. Teil 4, wenn ich richtig mitgezählt habe. Genau das. Deswegen jetzt von 1976 The Pink Panther Strikes Again. Mhm. Oder auf Deutsch. Weißt du, aus dem Stehgreif, wie der auf Deutsch heißt? Nee, aus dem Stehgreif nicht. Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol. Ja, richtig. Herrlich. Aber ja, also ich kannte den, glaube ich, auch unter dem deutschen Titel. Mit den englischen Titeln macht das so ein bisschen mehr Sinn, weil man da ja so ansatzweise den Verlauf erkennen kann. Aber jetzt eben der vierte in der Reihe. Also fürs Protokoll nochmal. Ich habe den, den es eigentlich als zweiten Teil gab damals, diesen, der nur Inspector Clouseau hieß, auch im Original. Der war ja so aus der Reihe, nicht von Blake Edwards, nicht mit Peter Sellers. Schatten the Dark meinst du? Nee, Schatten the Dark war ja mit Peter Sellers und war ja auch von Blake Edwards. Nee, es geht drum, die haben damals mit, da hat Alan Arkin Inspektor Clouseau gespielt und anderer Regisseur und so, der war halt außerhalb der Reihe. Deswegen wäre das jetzt, glaube ich, grundsätzlich der fünfte, wenn du es chronologisch siehst. Aber halt aus dieser Blake Edwards und Peter Sellers Reihe ist das der vierte. Mhm. Ja, und den finde ich groß, Alter. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da ist mir aufgefallen, beim Rewatch jetzt, da hatte ich noch sehr viele, sehr lebendige Erinnerungen dran. Also ich glaube, das muss der Teil sein, den ich wahrscheinlich am meisten gesehen habe. Kommt hier endlich der Teil, wo immer von der Treppe, wo sich immer über das Geländer von der Treppe schwingt? Ich hab, ja, also ich weiß, was du meinst, da gibt's diverse Szenen. Du hast das damals mit einem Verhör irgendwie erzählt, weil da komme ich immer noch nicht hin. Also es gibt verschiedene Szenen jetzt im Verlauf der Filme, wo er sich ganz lässig irgendwie, zum einen, einmal steht da so ein Reck und er schwingt sich halt dran rum, weil er sagt, ja, ich war voll der Crack damals und so und schwingt sich halt runter und auf einer Seite, wo es halt die Treppen runter geht und er landet halt mal kurz ein paar Stockwerke unten. Stimmt, so war das. Ja, da ist dann das mit der Ritterrüstung und so, wo er dann in der Hand feststeckt, die diese, die diese Kette dran hat mit der Kugel, wie heißt das Ding? Morgenstern? Ja, genau, dieser Morgenstern. Ja. Ja, siehst du, jetzt wächst dir langsam meine Erinnerung. Ja, dann da Leute ausknockt und so, ja. Krass. Hier ist es jetzt so, die Handlung kurz zum Anschluss, Dreifuss ist in der Klapse gelandet und zu Beginn dieses Films bricht er da aus und setzt fortan alles dran, Clouseau umzubringen. So, das klappt erst nicht und deswegen überlegt er sich eine andere Strategie und Tingle Tangle Bob in full effect. und die Strategie, die sich dann überlegt ist, da gibt es so einen krassen Wissenschaftler, den schnappe ich mir und dann bauen wir so eine Doomsday Machine, um mit dieser Maschine jeden zwingen zu können, Clouseau zu töten, um den so endlich aus der Welt zu schaffen. Also im Endeffekt will er die ganze Welt bedrohen, um einen Mann zu töten. Um einen Mann zu töten. Das ist ein wilder Plan. So, und dann werden Auftragskiller aus der ganzen Welt engagiert, da sind dann zum gewissen Zeitpunkt sind irgendwie 22 Profikiller auf Clouseau angesetzt. Und wie es natürlich so ist, da klappt das alles hinten und vorne nicht. Ja, und eben diese Doomsday Machine, die er dann baut, die kann halt ganze Städte auslöschen oder erstmal fängt er mit so einzelnen Gebäuden an. Die werden dann einfach ausradiert, als wären sie nie da gewesen. Er sitzt dann da so in seinem Schloss in Deutschland und spielt an der Orgel und so, ich weiß nicht, wie du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich irgendwie dunkel daran, ja. Ja. Und das Ding, dass er an der Orgel sitzt, ist auch ganz geil, weil tatsächlich Herbert Lomb, der ja den Dreifuss spielt, der hat davor mal das Phantom der Oper gespielt in der ersten Verfilmung in den 60ern. Und das ist da auch so eine kleine Hommage dran. Gut, das war nicht die erste Verfilmung, die war glaube ich in den 30ern. Habe ich gesagt, dass das die erste Verfilmung war oder was? In der ersten Verfilmung von Phantom der Oper. Okay. Nee, in den 20ern war sogar die erste. Das könnte sein, dass das richtig alt ist, ja. Nee, aber die haben in den 60ern mal eine gemacht, weil ich hab's aufgeschrieben. 62, das hieß auf Deutsch Das Rätsel der unheimlichen Maske. Im Original The Phantom of the Opera. Ich hab noch nie einen Film davon gesehen. Also ich weiß ungefähr, worum's da geht. Ist so ein bisschen hier Glöckner von Notre Dame-Szenario, aber weder das Musical noch irgendwelche Verfilmungen sind komplett am eh vorbeigegangen. Also ich weiß nicht, kennst du einen von denen? Einmal gab's ja auch einen mit Amy Rossum. Ich bild mir einen mal einen gesehen zu haben. Okay. Aber der war irgendwie aus den 90ern oder so. Ja, das war, glaube ich, der mit Amy Rossum, oder? Anfang 2000, der 90er? Aber der war voll kitschig, Alter. Ja. Ich glaube auch, das war so ein Teenie-Schmonzette. Hat mich irgendwie nie interessiert. Weiß ich nicht, ob's da eine gute gab. Ja. Weiß ich jetzt so aus dem Stehgreif auch nicht, aber bin ich auch nicht wild drauf, das rauszufinden. Das ging jetzt hier nur drum, dass das halt hier so kleine Hommage ist, weil er eben an der Orgel spielt und so völlig durchdreht. Also das ist ja jetzt, hier sind wir in der Reihe auch schon an einem Punkt, wo er nicht mal so zwischendurch mal so ein paar helle Momente hat, sondern Dreifuss ist einfach batshit crazy so. Der will halt Klosot töten und wenn das nicht klappt, muss die ganze Welt dran glauben. Und dieser Film ist auch tatsächlich der einzige in der ganzen Reihe, der inhaltlich an den Teil davor anschließt. Ah ja. Hat damit zu tun, weil da lagen ja mitunter mehrere Jahre dazwischen, dann aber auch mal wieder ganz wenig. Und dieser Anschluss hier hat primär damit zu tun, dass die beiden Teile ursprünglich geplant waren für eine Serienadaption von diesem Pink Panther Franchise, was ja dann nicht stattgefunden hat und deswegen sind diese beiden Filme hier, stammen aus diesen Drehbuchentwürfen dafür. Okay. Ja, weil das andere Drehbuch war eben der Teil davor. Also die wollten die Dinger als Serie adaptieren und ursprünglich war dieser Mann, äh, dieser Mann, der beste Mann bei Interpol, dieses Drehbuch hier, ähm, haben sie eigentlich auf Eis gelegt, weil es mit der Serie nichts wurde, aber nachdem dann der Film davor so ein Erfolg wurde, haben sie recht schnell den Teil dann gebracht. Geht eine Stunde, 43 Minuten und ist, ey, wie gesagt, ein Highlight. War sogar für den Oscar nominiert, auch hier wieder natürlich für die Musik beziehungsweise für Original Song, Come To Me, Henry Mancini und Don Black. Haben hier die Oscar-Nominierung eingefahren. Sechs Millionen hat das Ding gekostet. Hat er sich rausgeschrieben. Ich wollte schon fragen, von wem die Musik ist und wer den Score geschrieben hat. Siehste? Ah, der Fuss. Aber gut, also von wem die Musik ist, ist bei den Filmen natürlich relativ easy. Ja, das stimmt, da war es einfach. Aber hier ging es wirklich eben um den konkreten Song. Der hat sechs Millionen gekostet und hat fast 34 Millionen eingespielt. Also auch das Ding war mördererfolgreich. Mhm. Und natürlich wieder Blake Edwards hier zugange. Und jetzt die Härte. Wusstest du, dass Blake Edwards mit Julie Andrews verheiratet ist? Oder war? Nur bis 2010, dann ist er gestorben. Oh, gute Frage. Dame Julie Andrews war seit 69, sind die verheiratet gewesen. Krass, okay. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, mit wem er verheiratet, das hätte ich wahrscheinlich nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal gehört habe. Ja, weil hier gibt es ja, also weil die hat sich hier eben auch im DVD-Commentary hat die sich hier so ein paar Mal zu ein paar Sachen geäußert. Deswegen fand ich das ganz interessant. Und ich habe mir überlegt, wo sie herkam, weil sie hier auch für eine Figur hat sie die Stimme hergegeben, aber nicht, also für einen Song, nicht für irgendeine Sprecherstimme, sondern die hat dann einen Song eingesungen. Ja. Was natürlich insofern passt, weil sie ja schon irgendwie in Sound of Music musikalisch zugange war und generell halt singen kann und eben verheiratet ist. Deswegen, also so kam der Zusammenhang zustande, weil ich habe überhaupt nicht, es stand auch im Intro dann eben, dass ihre Stimme eingesetzt wurde, weil es zumal auch hier in dieser Eröffnungssequenz mit dem Pink Panther, wenn du die Comics quasi siehst im Intro, da gibt es auch eine kleine Anlehnung an Sound of Music, die ich halt auch erst nicht verstanden habe. Gut, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen hätte ich es schon nicht tun. Ich kenne Sound of Music auch nicht, aber du kennst gewisse Szenen so von hier auf der Wiese, genau, hier, blonde Haare, Wiese und das Kleid und so. Sieht schwer nach Sissi aus, finde ich immer, wenn ich diesen Moment sehe. Aber es war halt klar, irgendwie eine Sound of Music Referenz und ich habe die erstmal nicht geblickt und dann kam das plötzlich alles zusammen, alles klar, die sind verheiratet, so deswegen Sound of Music. Okay. Ja, witzig ist auch, warte mal, ich habe noch gar nichts groß zur Besetzung gesagt, aber gut, ich gehe halt auch immer davon aus, dass das jeder weiß. Also Peter Sellers natürlich, Inspektor Klosow, Herbert Lohm, wie gesagt, Dreyfus, Birdcock natürlich wieder, Kato und hier an weibliche Hauptrolle dieses Mal, Leslie Ann Down als Older. Ach. Und in einem kleinen Cameo auch Omar Sharif. Okay. Insofern passt das auch wieder. Der spielt hier eben auch einen der Auftragskiller. Die sind ja dann zum Teil wirklich sehr schnell abgefrühstückt. Also das ist hier zum Beispiel auch das Feature-Film-Debüt von Deep Roy, dem Umpa Loompa. Ach. Der spielt hier nämlich einen italienischen Killer. Krass. Der dann auch relativ schnell drauf geht. An die Nummer erinnerst du dich bestimmt auch, das war auf dem Oktoberfest. Da sind dann ganz viele, gehen gleichzeitig auf ihn los in so einer Meute von Leuten und dann ist da der eine, der als Frau verkleidet ist und dann in den Brüsten diese Stachel hat und der andere hat am Schuh irgendwie das Messer, was rausfährt und so. Ja, das wird so voll hektisch irgendwie. Eben, genau. Und dann dazwischen eben Deep Roy in seiner ersten Kinofilmrolle. Aber ist krass, Omar Sharif scheint sich auch für seinen Weltstar-Status, war der sich nicht zu schade auch mal so kleine Rollen anzunehmen, wie er bei Top Secret gesehen hat und so. Voll cool, Alter. Finde ich auch, ja. Ja, ganz geil. Jetzt mal kurz zurück zu Leslie Ann Down, die hier die Olga spielt, weil das war eigentlich ein Fehler. Bei Blake Edwards wollte eigentlich Nicola Paget casten, die bei Das Haus am Eaton Place mitgespielt hat. Hat aber eben fälschlicherweise Down gecastet, weil die in späteren Episoden dort auch mitgespielt hat. Und es halt nur hieß, ich will die von Das Haus am Eaton Place. Und so hat er die dann wirklich besetzt, mehr oder weniger, dann war es zu spät, da irgendwas dran zu ändern. Aber das war eben auch so einer der Kommentare, die Julie Andrews dann auf der DVD abgegeben hat. Darüber weiß man dann solche Sachen. Aber die, also die haben sich dann wohl schon innerhalb der Ehe da, gab es wohl schon Streitigkeiten, was die Besetzung von Leslie Ann Down angeht und so. Aber Blake Edwards hat das irgendwie aufs Licht geschoben und laut Julie Andrews hat ihr aber einfach was gefehlt an der Performance. Wie auch immer, sie ist es dann geworden und angeblich hat sie Maud Adams ersetzt. Also es gab einen Bericht im Hollywood Reporter und im People Magazine zu der Zeit, dass sie auch nur ein Ersatz war, weil Maud Adams, die das ursprünglich hätte spielen wollen, die hattest du neulich, glaube ich, auch mal in einem Bond-Film irgendwie, ne? War die nicht in dem mit Roger Moore? Das muss der Mann mit dem Golden Cold gewesen sein, ne? Ja. Ich glaube, wie auch immer, ich glaube, die war es in einigen aufgetaucht. Jedenfalls Maud Adams kennt man bestimmt und hier gibt's so ne Nacktszene und da hatte sie keinen Bock drauf. Deswegen war sie raus und stattdessen wurde es Leslie Ann down. Oh, Brüde. Ja, vor allem das Krasse ist, der hat halt trotzdem ein PG-Rating, ne? Also das, obwohl hier Brüste zu sehen sind, war das kein Problem. Ist jetzt vielleicht schon auch ein bisschen schon auf die Zeit zu schieben, weiß ich nicht, gegen die 70ern vielleicht ein bisschen mehr durch. Klar, war Hippie-Zeit und Zeiten von hier Emanuel und Co. Ja. Zeiten von dem her. I'm not sure what to do with my hands. Ja. Und ich hab's ja die letzten Male schon so ein bisschen angedeutet oder eben auch erzählt, dass das Verhältnis zwischen Peter Sellers und ähm, na, Blake Edwards, war nicht mehr ganz so prall. Das wurde immer schwieriger. Und, äh, hier ging's wohl auch mit dem Zerfall von Peter Sellers schon so ein bisschen los, weil der hier ja schon diverse Herzinfarkte hinter sich hatte. Dann die, einfach sein genereller Zustand wohl immer schwieriger wurde. Also es gibt dann eben so Berichte, wo es heißt, der war zum Teil echt hart psychotisch unterwegs, so, ähm, mhm. Hat wohl immer mehr Probleme gehabt, auch so sein, äh, die, die körperliche Comedy mit seinen Lines zu kombinieren. Also so, die hatten echt enorme Schwierigkeiten beim Dreh. Und so eben auch in der Kommunikation zwischen Blake Edwards und Peter Sellers. Der hat halt immer mehr Schwierigkeiten gehabt, so die Performance aus dem rauszukriegen, die er haben wollte. Und sein Verhalten wurde immer länger und schlussendlich haben die zehn Monate gedreht an dem Ding. Okay. Und das hatte wohl primär mit seinem physischen und mentalen Zustand zu tun. Wo sie sagen, fragile at best. was seinen Zustand angeht. Ja. Und die Härte ist, Blake Edwards hat ja, in 65 hat er das große Rennen gemacht und war halt jetzt dann zu dem Zeitpunkt wohl schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass er mehr so epische Filme macht. Und hier war der erste Schnitt einfach drei Stunden lang. Und dann hat United Artists halt gesagt, okay, wir brauchen so einen weniger epischen Film und so wurde das Ding drastisch gekürzt auf eine Stunde und 43 Minuten. Und das Interessante daran ist, dass hier vieles, was hier dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, kam später wieder zum Einsatz, weil es ja eben auch Pink Panther Filme gab, da komme ich später zu, die nach dem Tod von Peter Sellers released wurden. Und da kam dann Archivmaterial unter anderem von diesem Film zum Einsatz. Deswegen, also hier ist eine Menge dem Schnitt zum Opfer gefallen, kam aber später noch vereinzelt, wurde das wieder verwendet. Ja, deswegen, was hier geschnitten wurde, da werde ich dann nicht näher drauf eingehen, das kann ich später noch erzählen. Aber wie gesagt, ich habe wieder herrlich gelacht, der Film, der hat auf jeden Fall, da habe ich mich an sehr vieles wieder erinnert, es sind wieder seine Kostüme, die Highlights, Alter, sein Quasimodo Kostüm und dann bläst sich das Ding zu weit auf, sein Buckel auf dem Rücken und er schwebt halt aus dem Fenster raus Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, für mich auch legendär sein Zahnarzt Kostüm. So langsam kommt die Erinnerung wieder zurück. Von Teil zu Teil ist immer mehr ausgeartet. Ja, total, eben. Und hier die Nummer, wie er erfährt, weil er dann eben da in der Nähe dieses Schlosses, wo Dreyfus wohnt oder seine Basis hat für seine Doomsday Machine, ist er da in der Nähe, in dem Hotel. Dort übrigens der Rezeptionist, jemand, der dann in den späteren Teilen auch sein Partner wurde, also sein Partner als Klosos Partner. Da haben sie den Schauspieler einfach mal kurz noch in einer anderen Rolle besetzt, Vollgell, viel größere Rolle dann auch. Aber er ist dann in diesem Hotel und er fährt eben von dem Rezeptionisten, weil der gerade, der verfolgt ein Telefonat von dem und kriegt mit, Dreyfus braucht einen Zahnarzt. Und dann verkleidet er sich als Zahnarzt, fährt mit seinem klapprigen Fahrrad hoch auf diese Burg, dann ist erstmal dieser sensationelle Moment mit der Zugbrücke natürlich, wo er zu spät drauf fährt und das Ding schon hochfährt, während er noch drauf ist. Natürlich. Alles so am Anfang auch, wie er einfach versucht, da einzubrechen und selber halt über diese Zugbrücke hochzukommen. Das sind geile Momente. Und dann ist er eben als Zahnarzt da beim Dreyfus und behandelt den dann. Dann kommt Lachgas zum Einsatz, was zur Folge hat, dass sie sich halt beide kaputt lachen. Dreyfus wird schon skeptisch, weil er halt glaubt, Klosot zu erkennen. Durch das Lachgas verläuft dann langsam die Gumminase, die er sich halt angeklebt hat in seinem sensationellen Kostüm und die verläuft immer mehr und tropft langsam so runter und parallel lachen sich halt beide kaputt. Dann zieht er ihm natürlich den falschen Zahn, wo Dreyfus halt lachend meint, okay, nur ein Mensch auf der Welt ist blöd gesogen, den falschen Zahn zu ziehen. Und dann kommt auch wieder so ein Moment, wo Klosot halt die Treppe runterfällt. Und deswegen, also das kommt öfter mal vor in den Filmen, dass er einfach wirklich in eine Treppe übersieht und dann mal kurz ein Stockwerk unten landet. Aber ey, die Kostüme in seinen Filmen, das ist wirklich immer wieder zum Schreien. Ohne Scheiß. Jetzt hab ich langsam Bock, mir die Nummer anzugucken. Ja, also den, es gibt so ein paar Teile, die kann man da glaube ich echt rausheben. Das ist auf jeden Fall einer davon. Ist das dein Lieblingsteil? Soweit will ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich hab mich, glaube ich, da mach ich mir ein Bild drüber, wenn ich sie dann wirklich alle gesehen hab nochmal. So viel sind sie ja nicht mehr. Ne, also vor allem die mit Peter Sellers, die werde ich noch in dieser Sendung abhandeln. Also deswegen. Okay, also ist noch dieser Nachklapp, wo sie praktisch so in Rückblenden nochmal über sein Leben berichten und wo David Nevin dann wieder dazukommt, oder? Genau. Okay. Das ist der übernächste. Das war dann aber auch der letzte, oder? Wenn er jetzt nicht die mit Steve Martin und so mit dazuzählst. Das war der letzte, wo Peter Sellers in irgendeiner Form aufgenommen ist. In irgendeiner Form involviert ist, genau. Okay. Ja, dann bin ich richtig informiert. So, dann mal zu den Punkten. Es gibt auf IMDb von den Usern 7,2 für Inspektor Klosot, der beste Mann bei Interpol. Metascore ist bei 60. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,1 und vom Publikum 4 von 5. 3,4 auf Letterboxd. Ui, ui, ui. Das ist ja mal mindestens eine 8. Mindestens. 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 Warte, warte, ich hab mich noch nicht festgelegt. Mindestens eine 8. 8,5. Das ist richtig. Das gibt's doch nicht. 8,5 ist richtig. Ja, das ist goldrichtig, mein Lieber. Okay. Das ist doch alles hier verspätet. Das Geburtstagsgeschenk noch eins obendrauf, Alter. Nee, das ist das hier, Berechnung. 60% of the time it works. Every time. Ach ja. Ach Gott. Sollte ich in der ersten Episode das Wunder klar machen. Und die ersten Nullrunden hängen. Die erste durchgehende Nullrunde. Da wäre ja meine ganze Schmach mit einer Folge wäre ja einigermaßen gedämpft. Das hättest du wohl gern. Mach nicht die Second Year. Ja, ja, also wirklich. Nee, werde ich nicht machen. Ich ziehe das hier konsequent ganz integer durch. Okay. Aber nochmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Pink Panther Strikes Again ist eine klare Empfehlung oder es ist einfach das hier. You'll love it. It's Harry Potter for stupid people. Ja, das passt. Sehr geil. Schlösser und so. Sehr geil. Hört sich gut an. Ich hab Bock auf die alten Inspektor-Klosur-Teile. Wunderbar. Dann du wieder. Dann mach ich jetzt weiter. Und wir haben einen Rekordfilm. Noch einen weiteren Rekordfilm. Wir beide haben einen Rekord aufgestellt. Ach ja? Ja, weil wir haben noch nie so schnell einen Lostop-Film gesehen. Oh stimmt. Wie diesen, der jetzt folgt. Weil wir haben einen Lostop-Film gezogen bei unserer Episode, die wir Heiligabend aufgenommen haben. Und hatten ja noch keinen Film für den Videoabend, den wir danach gemacht haben. Und was haben wir gesagt? Kombinieren wir das Ganze und bringen dann zwei Stunden später nach Beziehung der Lose haben wir dann quasi uns den Film direkt reingezogen. Und das ist der Film The Art of Self-Defense. Inklusive aller Extras haben wir uns den reingezogen. Inklusive aller Extras beigetragen von unserem guten Kumpel, Podcaster und schwer beleidigenden Geburtstagsgruß-Übermittler Alessandro. Ja. Aber natürlich auch Ein Mann. Alt. Auguri an ihn. Natürlich auch Auguri an dich, richtig. Auguri, pagare prego. Genau. Aber da komme ich später nochmal zu, ja. The Art of Self-Defense. Auch hier wieder lustigerweise Action, Komödie, Krimi, Drama, Thriller. Und die haben ja wieder dieses ominöse Mystery mit drin. Hier ist auch Mystery mit drin? Hier ist auch Mystery mit drin. Was ist los da mit IMDb? Also, die müssen mal überdenken, was Mystery... Oder wir sollten das mal neu überdenken. Vielleicht haben wir hier ein Problem, ja. Harry Potter ist kein Mystery, sondern The Art of Self-Defense und im Netz der Gewalt ist Mystery. Und Colors und Platoon. Ja. Ja. Und natürlich Pink Panther. Pink Panther und Police Academy definitiv auch Mystery. Dr. Chivago, Mystery. Charlie Chaplin, Mystery. Habt ihr es verstanden? Ja. Alter, ey, wie Sellers als Zahners. Entschuldige, ich habe ihn schon wieder bildlich so vor mir. Es ist einfach nur lustig, Mann. Ja, das glaube ich, Mann. Aber jetzt zurück zu The Art of Self-Defense. Regisseur und Drehbuch. Der war auch lustig, übrigens. The Art of Self-Defense? Fand ich, ja. Vorerst, ja. Der war am Anfang lustig, aber hat dann eine kleine Kehrtwende gemacht, kann man schon mal sagen. Riley Stearns hat diesen Film inszeniert. Das ist ja sein zweiter Langfilm, ist noch ein relativer Neuling. Und wir haben einen schüchternen Buchhalter, sehr Typecast-mäßig gespielt, von Jesse Eisenberg, namens Casey. Und der Kerl wird hier grundlos auf der Straße einfach von mehreren Motorradfahrern attackiert und verletzt zurückgelassen. Das ist übrigens nicht die einzige Parallele zu Karate Kid, die mich sehr stark erinnert hat an die BMX Kids, die ja auch von diesem Fahrrad abgestiegen sind, um grundlos unseren Helden anzugreifen. Und damit sich das Ganze nicht wiederholt, schließt sich der Sonderling in einer Karate-Truppe an. Angeführt von einem Menschen, der einfach nur Sensei genannt wird. Der wird gespielt von Alessandro Nivola. Und der hat teilweise sehr fragwürdige Methoden, die er so an den Tag legt. Der stellt sich auch als solcher vor. Der stellt sich auch als solcher vor, ja. Da fällt, glaube ich, kein Name während des Films. Oder wie er irgendwie heißen. Ich glaube, das hieß die ganze Zeit nur Sensei. Nee, das ist ... Also wir spoilern damit nichts, aber irgendwann findet er seinen richtigen Namen raus. Stimmt. Und hält ihm das auch vor. Stimmt, stimmt, stimmt. Wie sein Name klingt, ist nämlich auch Teil dessen, was den Film ausmacht. Ja, richtig. Insofern, doch, das spielt sogar eine einigermaßen wichtige Rolle. Aber er stellt sich selber eben auch nur als Sensei vor. Ja. Das ist halt schon so herrlich, Panne. Das ist richtig. Mein Name ist Sensei. Er steht doch bei AMD tatsächlich als Sensei. Ach so, ja. Ja, sein Rollenname steht da. Ja, stimmt, weil das natürlich was spoilern würde. Klar, es würde was spoilern. Ähm ... Der ganze Film fängt an wie so eine skurrile Indie-Komödie. So vom Look, von Optik und vom Humor. Ja. Schlägt aber, wie ich schon irgendwie kurz erwähnt habe, dann eine überraschend düstere und sehr brutalen Fahrt auf jeden Fall auf einmal ein. Ich fand ich ... Wo ich schon so ein bisschen gedacht habe, okay, hätte ich nicht mitgerechnet. Aber wird dadurch nicht weniger lustig. Also es ist ja nicht so, als würde die Comedy dann plötzlich aufhören, nur weil's ... Nee. Also da kommt noch was dazu halt, was man davor nicht hatte. Jein, weil ab diesem Zeitpunkt hast du zwar immer noch einen Comedy-Faktor, aber da hast du schon viele Lacher, die dir auch im Hals stecken bleiben. Weil die Comedy oft gepaart ist mit relativ gewalttätigen Momenten, die zwar immer noch lustig sind. Ja. Aber nicht mehr so dieses unschuldige Humor sein. Nee, nee, eben so. Sondern es wird dann so, es geht halt an Grenzen, wo man sich eben kurz überlegt, oh fuck, darf ich das jetzt noch lustig finden? Genau, darf ich das noch lustig finden. Das mag ich natürlich sehr. Und das ist schon auf jeden Fall ein gewagter Move, aber es hat hier bei dem Film definitiv funktioniert. Es gibt eine Überraschung, was die Story und was die Handlung angeht, die ich aber tatsächlich diesmal relativ schnell gecheckt habe. Du denk ich mal auch. Also das heißt, dieser Twist, den kann man kommen sehen. Ja. Aber das nimmt einem jetzt nicht den Spaß an dem Film. Also das ist ein kleiner Indie-Film, der es aber schon in sich hat. Das ist so ein kleiner, so ein bisschen Fight Club ist mit drin, kann man schon nicht anders sagen. Und ... Ja, was, wie haben wir es, oder wie habe ich währenddessen gesagt? Es hat eben was Karate Kid und was war das andere? Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Karate Kid, Napoleon Dynamite und Fight Club. So würde ich es titulieren. Ich würde diese drei Filme in einen Topf werfen. Und wenn du da, wenn du das Ganze so zusammenmixt, hast du so einen Cocktail aus The Art of Self-Defense. Ja, fuck, mir fällt nicht mehr ein, welchen anderen Film ich da ... Egal. Muss ein Mystery-Film gewesen sein. Ja, unbedingt. Ja, wie fandst du das Ganze? Erzähl mal. Ich war unterhalten. Warst du unterhalten? Ja. Ich mag das, weil es eben überhaupt nicht konventionell daherkommt. Also auch wenn wir dann relativ schnell wussten, was da so dieser Twist ist, da hat das der Sache keinen Abbruch getan. Es kommt trotzdem eben so ein bisschen unbequem daher, weil es eben nicht Schema F Comedy ist. Das ist sehr dunkler, schwarzer Humor auf jeden Fall. Und das mag ich. Ich mag auch diesen Indie-Touch. Ich finde, die haben sich hier auch wirklich sehr detailverliebt eben an Dinge gewagt. Der Regisseur hat es ja dann in den Extras auch erzählt. Ich mochte das sehr, dass die eben die Martial-Arts-Momente, die es gibt, nicht wie Martial-Arts inszeniert haben. So, dass sie da eben eine andere Ranggehensweise gewählt haben. Dann, ich mochte das mit dieser, mit den Farben, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt Gelb so präsent war überhaupt und echt war Look geil und Story hätte vielleicht an manchen Stellen ein bisschen dynamischer sein können. Warum ist Gelb präsent? Würdest du das noch erwähnen oder sagst du, das ist schon ein Spoiler? Ja, könnte man jetzt als Spoiler auffassen, oder? Würde ich jetzt nicht sagen. Nicht? Ja, dann erwähnen das. Also es hat was natürlich mit der Farbe der Gurte zu tun, die man dann auch verliehen kriegt, je nachdem, welche Leistung man bringt. Und das schlägt sich dann auf die Farben nieder, die man dann teilweise auch in anderen Szenen des Films sieht. Das ist ganz interessant gemacht. Ja, weil ich glaube, noch erwähnenswert wäre, dass er eben sich nicht nur lediglich jetzt in der Schule anschließt und dann beschließt, jetzt lerne ich Selbstverteidigung, damit ich besser durchs Leben komme, sondern er ist total obsessiv unterwegs und es gibt für ihn plötzlich nichts anderes mehr als Karate. Ja. Und eigentlich will er 24-7 im Dojo sein, vernachlässigt dann eben auch seinen Job, ziemlich derbe. Und er ist da eben schon sehr hinterher plötzlich, also mehr als das. Also sein einziger sozialer Kontakt, mit dem er zu tun hat, ist sein Dackel, der zu Hause rumhängt. Ja. Und selbst zudem ändert das so seine Beziehung, weil durch dieses Karate-Training kriegt er halt einen anderen Charakterzug. Er wird halt selbstbewusster und er sagt halt, was er will und lässt halt seine Wut auch raus und vorher war er einer, der hat immer unterdrückt, wenn er irgendwas, also er war halt, der hat immer in sich reingefressen, wenn er irgendwas gefühlt hat und jetzt ist es so, jetzt präsentiert er sich halt selbstbewusster und das wirkt sich auch auf seine Umwelt aus. Ja. Aber eben, also das, was jetzt hier moralisch verpackt ist in der Geschichte oder was man daraus so lernen oder mitnehmen soll, ist jetzt nun wirklich nichts, was noch nie da gewesen ist. Nee. Es ist nur schön anders verpackt und das mochte ich. Ja, finde ich auch. Und ich finde, man erkennt diese Verbeugung von diesen 80er-Jahre-Karate-Kid-Kino, weil das hast du, weil es führt zwar, also es orientiert sich zwar an den Faden so dieser Filme von damals, aber schlägt trotzdem einen eigenen Weg ein, finde ich. Und das hat er ganz gut, das hat Rydie Stones hier ganz gut inszeniert. Ja. Also so kommt er im Interview ja auch rüber, er möchte, ihm liegt viel Wert daran oder ihm liegt viel daran, er legt viel Wert drauf, so rum, dass er da was Eigenes macht. Also es scheint ihm sehr wichtig zu sein, das eben nicht wie andere zu machen. Und das wirkt hier aber nicht forciert, das geht gut auf, finde ich. Weißt du, es ist jetzt nicht so, es gibt ja Leute, die machen dann wirklich mit der Brechstange was anders und es fühlt sich aber eben genauso forciert an. Ja. Und das habe ich hier überhaupt nicht so empfunden. Ja, da scheinen wir ungefähr auf einer Wendlänge zu sein. Cool. Groß Funfact mäßig gibt es hier nicht so viel zu sagen. Also Alessandro, danke für den Beitrag. Ja, ich wäre wahrscheinlich erst mal nicht auf den Film gekommen. Ist cool. Ne, ich auch nicht. Wir hatten Spaß. Ja. Also, auch Schauspieler ist gut gemacht. Imogen Poots spielt hier natürlich wieder mit. Die beiden haben wir schon gesehen zusammen in Vivarium. Ja. Den hast du ja gesehen und den hat Dietz auch schon gesehen. Und die beiden Schauspieler wurden hier auch nochmal vereint. Also Schauspieler gibt es hier auch keine Abstriche, wo ich jetzt sagen würde, der sticht jetzt negativ hervor, finde ich alle ganz gut. Auch der hier eben den Sensei spielt, hast du seinen Namen schon erwähnt, ja. Der macht das auch super. Definitiv. Vor allem, weil ich den wirklich gerade in einer anderen Serie gesehen habe, wo der sowas wie ein Sympathieträger ist. Mhm. Was er ja hier nur sehr bedingt ist. Ist er sehr bedingt, ja. Weil er ist trotzdem, also das, was er sein muss, ist ja, er muss ja relativ charismatisch auftreten vor dieser Truppe. Und das schafft er ja trotzdem. Das meine ich ja deswegen bedingt, er macht das super. Ja. Ja, total. Also das ist eben auch so, ich finde es auch cool, dass sie seiner Figur noch was geben, wo man eben auch nachvollziehen kann, warum der so ist. Definitiv, ja. Finde ich schön. Ja. The Art of Self-Defense. The Art of Self-Defense, 104 Minuten geht das Ganze, ist aus dem Jahr 2019, Jesse Eisenberg in der Hauptrolle. Losthema, abgehackt. Losthema Nummer 1, zumindest von 3. IMDb ist hier bei einer 6,7, hat einen Metascore von 65, Rotten Tomatoes 7,3, das ist nicht schlecht, 3,4 von 5 von der Audience und Letterboxd ist hier bei einer 3,6. 3,6? Genau. Du musst meine Punkte raten, ich muss deine nicht raten. Ich glaube, du bist bei 7,5. Du bist einen halben Punkt daneben. Ach komm, wirklich? Wirklich? Das wird doch langsam lame. Na hier. Der Gäste, der 7. So eine Scheiße. Was soll ich sagen? Hallo Dietz. Oh Mann ey, was geht denn ab? Gibst du mehr? Also ich bin nicht müder als sonst, das ist jetzt auch nicht wirklich... Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was hier geht. Im Moment nicht so viel. Du, ey, das ist vielleicht machst du so Second Jan Light, weißt du? Überhaupt nicht. Second Jan Light. Ja doch. Wie krass müssen diese Nuancen sein, dass du dich genau im halben Punkt verfehlst, Alter, wie krass muss ich denn da sein? Ja, was auch immer du da machst, du machst es gut. Gibst du dieses Jahr, ist das hier. Gönn mir doch mal die Promqueen, eher der hier. Na gut. Ach ja. Mit wie viel kann ich dich denn eintragen? Siebenhalb. Siebenhalb? Du hast einen halben Punkt mehr drauf gelegt. Ja, okay. Ich mochte den. Ja, ich mochte den auch, aber kleiner, netter, schöner Film. Jetzt nicht, weiß ich nicht, siebenehalb finde ich ein bisschen zu viel. Für meine, also jetzt aus meiner Sicht, ja. Ja, aber hier, Crown Vic war doch auch nichts Großes und hat doch auch jetzt... War auch eine sieben. Ja, stimmt. Guter Vergleich. Ja, aber da war ich ja auch einen halben Punkt daneben. Ach, pfff. Ja, warst du auch einen halben Punkt daneben, genau. Egal. Hast du auch sieben, weiter im Text mit dem Pink Panther. 1978 ist das Jahr. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier mit dem. Der fünfte Teil. Revenge of the Pink Panther. Oder auf Deutsch, na guess? Sag mal das erste Wort. Inspektor. Naja, vielleicht das zweite oder dritte. Sag mal das dritte Wort. Ich schätze mal, das zweite ist Clueso. Ja. Das dritte ist der. Boah. Nee, keine Ahnung. Der irre Flick. Mit dem heißen Blick. Mit dem heißen Blick. Siehst du? Ich brauch nur den Anfang. Ich brauch nur den Anfang. Ja. Flick, für die, die es nicht wissen, französisch, umgangssprachlich für Polizist. Wenn das nicht ein Louis de Finesse-Film sein könnte. Ja, mit dem Titel. Ja, total. Locker, oder? Klar. Der irre Flick mit dem heißen Blick. Ich glaube, so auch in dem Fahrwasser haben die den benannt. Also, muss doch, ist doch voll auf der Welle. Ja, 78 war ja auch die Hochzeit. Ja, eben. Stimmt. Deswegen, mich überrascht es nicht, aber es ist halt so hart im Vergleich zu Revenge of the Pink Panther. Also, ja. Aber eben, wir haben mittlerweile schon längst den Punkt erreicht, wo halt Pink Panther nichts mehr zwangsläufig mit dem Diamanten zu tun haben muss. Mhm. Beim zweiten Teil, wir erinnern uns, Shot in the Dark, da war es noch so, dass der auch nicht im Titel aufgetaucht ist. Ja. Aber jetzt reicht schon, dass Clouseau dabei ist und dann heißt das Pink Panther. Von 1978, wie gesagt, deswegen relativ dicht an den Teil davor. Und auch hier geht es natürlich wieder drum, dass Clouseau getötet werden soll. dieses Mal allerdings nicht primär von Herbert Lohm, also Dreifuss, sondern es gibt einen Geschäftsmann namens Philipp Duvier und der muss seinen Chefs, die natürlich noch größer und mächtiger sind, irgendwie beweisen, dass er es noch hat und dass er noch an Brücker ist und dass sie nicht einfach über seinen Kopf hinweg entscheiden können, wie das mit seiner Zukunft weitergeht und das hat alles so Mafia-Strukturen und deswegen muss er irgendwie ein Statement seiner Macht setzen. Also überlegt er sich, was können wir machen, damit die mitkriegen, dass sie mit mir nicht Faxen machen können. Wer geht jedem auf den Sack? Wen können wir aus der Welt schaffen und wo würde sich jeder freuen, wenn er weg wäre? Wir töten Clouseau. Also es war richtig John-Vick-Szenario langsam mit Clouseau. Total. So, und dann schaffen die das vermeintlich also auch Clouseau umzubringen. Das hat damit zu tun, natürlich mit einer lustigen Verwechslungsgeschichte, weil Clouseau ist unterwegs, eigentlich selbst auf der Suche gerade nach jemandem, den er verfolgen will, gerät auf dem Weg dorthin an einen Betrüger, der gerade in der Gegend sämtliche Leute überfällt im Frauenkostüm. Das hat zur Folge, dass er Clouseau seine Klamotten abnimmt, Clouseau muss fortan das Frauenkostüm tragen und er nimmt ihn auch seinen Wagen ab, das heißt, er ist im Kostüm von Clouseau und Clouseaus Wagen unterwegs, wird dann Opfer des Attentats, das heißt, der Attentäter und die restliche Welt denkt, Clouseau ist tot, ist er aber natürlich nicht und geht deswegen jetzt undercover mit Cato zusammen los, um rauszufinden, wer ihn hier überhaupt umbringen wollte. Das ist also grob die Handlung von der irre Flick mit dem heißen Blick. Geil. Ja, und wir haben hier natürlich wieder Peter Sellers als Inspektor Clouseau, Herbert Lohm als Dreyfus, Burt Cook als Cato. Haben wir wieder ein Pink Panther Girl neues. Ich nenne es jetzt nicht Bond Girl, sondern ein Pink Panther Girl, weil da kamen ja auch immer verschiedene zum Vorschein. Ja, natürlich. Und da merkt man halt schon auch so ein bisschen, dass die gerne irgendwie sowas wie Bond gewesen wären oder dass es dann auch schon in der Zeit halt Gang und Gebe war, dass du brauchst eine wirklich heiße im Film, sonst wird das nix. Wer war die heiße? Diane Cannon. Diane Cannon? Ja. Ah, ich weiß, wer das ist. Aus Heaven Can Wait und sowas. Ellie McBeal. War die bei Ellie McBeal auch? Ja, das war die ältere Staatsanwältin. Also nicht die ältere, sondern die, hier dieser Fisch, der eine von den, der mochte doch hier Adams Äpfel. Der hat doch immer nie mit Adams Äpfel rumgefummelt. Das war seine Freundin. Respekt, dass du das auf dem Schirm hast. Ja. Aber hat doch damals mit Burt Reynolds, genau, Cannonball und so. Also ich weiß, wer das ist. Ja, natürlich auch ausgesprochen ansehnlich. Dann ist hier natürlich der Antagonist Philippe Duvier gespielt von Robert Weber, den man natürlich auch kennt. Also müsste man zumindest aus Twelve Angry Men kennen, aber der Typ hat 150 Credits, so den kann man auch aus anderen Dingen kennen. Hab bestimmt mit dem ein oder anderen Mystery Film mitgespielt. Und dann haben wir hier eine ganz schöne Parallele, weil aus Citizen Kane damals der Raymond Paul Stewart, der spielt hier Giulio Scalini. Und das ist eben jetzt der letzte Live-Auftritt, wenn du so möchtest, beziehungsweise halt noch zu Lebzeiten von Peter Sellers entstandene Pink Panther-Filme. Und alles, was dann danach rauskam, war bestenfalls eben mit irgendwelchen Outtakes oder gelöschten Szenen von den Filmen davor. Und hier ist es ganz cool, weil hier hört man auch das erste Mal wirklich deutlich, dass sie das Hauptthema von Pink Panther so ein bisschen an die Zeit angepasst haben. Weil das ist hier echt voll Disco-Funk-mäßig aufgezogen. Hier wird es funky, genau. Hat sich ein bisschen, ja, wird total funky und haben es verändert und das hört man und ist voll geil, finde ich. Und weil die Handlungen hier eben, auch aufgrund, weil er wieder durch die Gegend fährt und die ihn dann weltweit verfolgen, haben die hier sehr viele unterschiedliche Drehorte und haben demzufolge wirklich eine Menge Kilometer zurückgelegt, über 40.000. weil die halt nicht nur in England und an der französischen Riviera gedreht haben, sondern auch bis nach Hongkong. Demzufolge sind die gut unterwegs gewesen. In Hongkong gab es auch einen so einen Vorfall, dass Cato rennt da rum und klaut dann so ein Motorrad und fährt damit weg und das hat ein Polizist halt mitbekommen und hat halt den Schauspieler durch halb Hongkong verfolgt, weil er halt dachte, er hat das Motorrad geklaut. Auch nicht schlecht. Ja, also endete dann tatsächlich wohl auf der Polizeistation, wo dann jemand von der Produktion erklären musste, dass das nicht echt war und so. Ja, und auch hier gab es eben wieder eine Verzögerung im Drehprozess beziehungsweise mussten sogar später anfangen, weil im März 77 hatte Sellers wieder mal einen Herzinfarkt. Wieder mal? Leider ja. Hast du mal gezählt, wie viel es war, bevor er letztendlich gestorben ist? Nee. Das weißt du nicht, oder? Nee. Du hast ja gesagt, es waren mehrere, aber krass, krass. Ja, aber eben hier war es dann auch eben sehr offensichtlich, dass sein mentaler und physischer Zustand einfach ziemlich bergab ging, weil er wirklich Probleme hatte mit der ganzen Slapstick-Nummer. Das Schöne ist, im fertigen Film siehst du es nicht. Es funktioniert nach wie vor und ich meine, er wurde ja dann auch für die ganzen Sturzsachen und so, hatte er dann immer irgendwie das gleiche Double. Aber er selber war wohl während des Drehs echt weit entfernt von Fit. Die konnten täglich auch hier wieder nicht viel mit dem drehen und es war für Edwards wohl sehr anstrengend. und das hat wohl eben auch jetzt hier wieder Julie Andrews, die hat 2019 hat die ihre Memoiren, ihre Hollywood-Memoiren veröffentlicht, Homework heißen die. Und da erzählt sie eben auch, dass Blake Edwards große Probleme hatte mit Peter Sellers. Sie charakterisiert ihn hier als moody and paranoid, Superstitious about the color purple, was ich auch abgefahren finde. So, der hatte wohl echt große Probleme mit Lila und hat sich wohl auch am Set regelmäßig mit seiner toten Mutter unterhalten. Also, der muss schon ziemlich abgekackt haben. Und irgendwann, sie erzählt dann auch so Sachen, dass der Sellers dann irgendwann nachts bei denen angerufen hat und erzählt hat, dass er gerade ein Gespräch mit Gott geführt hat, wo er das Problem gefunden hat. er hat jetzt die Lösung für das Problem, was sie am Set hatten mit der Auflösung der einen Szene, dass er jetzt mit Gott zum Ergebnis gekommen ist. Und am nächsten Tag hat er dann am Set dies beschrieben, die Lösung, die ihm Gott präsentiert hat. Woraufhin Edwards gesagt haben soll, Peter, the next time you speak to God, tell him to stay the hell out of show business. Das muss wohl nicht so geil gewesen sein. Aber eben, also, die hatten Verzögerungen durch Sellers ohne Ende, was den Dreh anging. Dann kam auch noch irgendwie die königliche Familie in England ans Set, wo sich dann Prinz Charles wohl auch noch so ein bisschen drüber verhalten hat, der dann irgendwann auch meinte, nachdem er einen dritten Take ruiniert hatte, so, okay, wir gehen dann mal wieder, so, bevor, bevor, also, weil der immer zwischendrin gelacht hat, ne? Die haben halt zugeguckt, wie die drehen. Und dann hat er ins Bild reingelacht. Hat er während des Takes halt losgelacht, weil Sellers sein Ding gemacht hat. Mann, Mann, Mann. Tja, da gibt's auch so eine Szene im Aufzug, wo einer furzt. Da ist dann wohl komplett Cast und Crew so in Lachen ausgebrochen, dass das auch sehr viel länger gedauert hat, als ursprünglich disponiert. Mhm. Ja, wegen so einem simplen Furz. Und jetzt nochmal zurück, weil ich vorhin meinte, wegen, ähm, sag man ja, Entschuldige, dass ich dazwischen grätsche, aber das sagt man bei Jim Carrey Dreharbeiten auch immer gerne. Also die Filmcrew sagt immer, dass, äh, dass viele Szenen wiederholt werden müssen, weil er hat so viel improvisiert, dass halt die Crew und der Kameramann und alle, die da irgendwie beteiligt sind, alle drumherum sich einfach nicht halten können und nicht das Lachen verkneifen können und dadurch viele Takes ruiniert worden sind. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei Jim Carrey. Ja, weil er halt auch viel Impro macht und, äh, aus Momenten halt irgendwas rauszieht, sowas vorher gar nicht geplant ist. Gerade bei Impro, Alter, wenn du nicht drauf vorbereitet bist, auf das, was da kommt, ey, ist viel verlangt, nicht loszulachen. Glaube ich. So, was ich noch erzählen wollte, weil du vorhin hast so kurz, ähm, wir haben es ja von Alessandro gehabt und italienisch und hier hat natürlich wieder ein, eins der großartigen Kostüme, die er hier trägt. Ein Italiener oder was? Ist so ein Godfather-Kostüm, wo er halt so als italienischer Mafiosi ankommt. Mhm. Mit so einem Fettsuit und so einem schwarzen Anzug mit so Pinstripes und einem Hut. Ja, stimmt, stimmt. Und dann spricht er italienisch. Und dann trifft er halt, ich hab's ja rausgeschrieben, was ich so großartig fand, Alter, wie er dann auf ihn zugeht und sagt, Mamma mia, Spaghetti, Spaghetti, Al Pacino, Viva Zapata. Und halt nur so vermeintlich italienische Worte aneinander reiht. Vermeintlich. Ja, eben, aber er bringt das so geil. Okay. Das ist ja, Alter, das ist echt so groß. Ja, und es gibt hier eine schöne Hommage an Dr. Strangelove. Weil, ich weiß nicht, ob du dich an das erinnern kannst, er geht dann ja ab einem gewissen Punkt in den Filmen immer wieder in diesen Kostümshop, wo hier Balls, diese beiden Balls-Brüder ihm die Kostüme geben, beziehungsweise dieser eine Typ heißt Balls, der Chef von dem Laden und der kleidet, schlägt ihm dann immer die geilsten Kostüme vor und er probiert die an. Weiß ich nicht mehr. Okay. Und in dem Teil hier probiert er so ein Midget-Kostüm an, wo er dann halt auf Knien unterwegs ist, weißt du? So, da hat er so an den Knien so Schuhe dran und so und ist dann halt so ein Kleinwüchsiger. Alter, das ist so politisch unkorrekt. Ja, aber das Geile ist, dann übt er halt so zu laufen in dem Ding und dann siehst du so einen Shot von vorne, also halt er vorne und im Hintergrund die anderen beiden und er läuft halt so auf die Kamera zu und sagt halt so I can walk, I can walk. Was halt knallhart einfach seine Rolle in Strangelove gesagt hat, also in Strangelove eben. Zitiert er sich selber. Zitiert er sich selbst. Ja. Also das, den mein Führer Part hat er dann natürlich rausgelassen. Das war ja bei Strangelove noch. Aber fand ich sehr schön. Von den ganzen Kostümen natürlich mal wieder komplett abgesehen. Aber ey, Alter, kannst du dich an dieses Seemannskostüm erinnern? Er kriegt sie gar nicht mehr ein. Der lacht sich hier schrecklich. Ey, kannst du, Alter, das muss, das muss, das muss, Alter, doch, da geht er so abends, nachts da an Bier im Nebel und dann, um sich dann mit so einem Typ zu unterhalten und er hat halt so ein, so, so ein, so ein Hut auf und auch wieder so eine fette Knutnase und so einen aufblasbaren Papagei auf der Schulter, Alter. Und der verliert dann zwischendurch immer wieder so, verliert er halt die Luft und er muss dann immer wieder so mit dem Arm pumpen, um den Scheiß, Papagei wieder aufzupumpen. Ja, Mann, ich erinnere mich. Das ist der Scheiß, Alter. Alter, das ist so geil, wie er halt mitten in der Unterhaltung plötzlich der Papagei so Alter, jetzt wo du sagst. Und er schickt an zum Pumpen. Alter, das ist so geil. Jetzt wo du sagst, auf jeden Fall. Oh Mann, das ist herrlich, Das ist so groß. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, kannst du dir vorstellen, ich hab's sehr genossen, also der ist echt in ähnlichen Farbwasser wie der letzte. Die Kostüme reißen es halt hart raus hier. Also nicht nur Mission Impossible hat Sequels gedreht, die besser werden. Hier haben wir auch welche. Ja, also es ist ja durchwachsen, es ist ja jetzt nicht konstant, wird nicht konstant besser, aber mal so oder so. Aber der erste Teil ist nicht der beste. Nee, das auf keinen Fall. Siehste? Oh. Oh mein Gott. Alter, dieser scheiß Papagei, wie oft er dann diese Luft verliert. Fang jetzt nicht wieder mit dem Papagei an, Alter. Und er, ich hab so bierernst, jedem ist klar, dass das so ein scheiß Kostüm ist, aber er zieht so bierernst durch. Er zieht's durch, ja. Oh. Oh fuck. Ja, ich sag's, du hast so Punkte zu diesem sensationellen Film. 6,7 von den IMDb-Usern. Metascore liegt hier bei 65. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,6 und vom Publikum 3,7. Auf Letterboxd ist der bei 3,1. Das ist ja verhalten. Ja, find ich auch. 12 Millionen hat er gekostet und fast 50 eingespielt. Also das hat immer noch funktioniert. Okay, krass, waren immer noch erfolgreich. Ja, und also wirklich, ich glaub, die beiden Teile, das sind auch die, die ich so noch am präsentesten hab im Kopf, weil eben die Kostüme, die sind irgendwie echt hängen geblieben. Ja, es wird irgendwie mal abstruser so von Teil zu Teil. Aber gleichzeitig extrem lustig. Ja, das ist eine 8. Ah, komm, ich sag wieder 8,5. Obwohl ich erstmal 8 sagen wollte. Ach so. Aber ich sag 8,5. Ja, das ist richtig. 8,5 ist richtig? ich muss gerade hier entziffern können, aber doch, ja, es steht 8,5. Geil. Ja, 5.0. Das passiert. Tränen gelacht und schon kann man die eigene Schrift nicht mehr entziffern. Ja, kann schon mal passieren. Unter Tränen kann man schwer die Buchstaben entziffern dir. Oh Mann ey, Peter Sellers echt. Das ist sehr schade, dass der so früh gestorben ist. Ja, definitiv. Von dem hätte ich auch gerne mehr gesehen. Bestimmt noch, stell mal vor, der so im Leslie Nielsen-Alter solche Sachen raushaut. Auf jeden Fall. Aber gut, wenn er da schon so komisch aufgedreht ist. Ja, eben, das nahm wohl nicht so einen guten Verlauf mit dem, ja. Ja. Okay. So, jetzt du. Dann fahre ich fort und hab hier etwas ziemlich Abstruses. Ich kann ja nicht sagen, woher ich diesen Film im Regal habe. Ich kann mich erinnern, dunkel, dass irgendein Star mal in einem Interview gesagt hat, über den Film, den er am meisten in seiner Kindheit gesehen hat. Also den am meisten in seiner Kindheit gesehen hat und ich glaube, es war Paul Rudd, der dann erzählt hat, dass er diesen folgenden Film tausendmal gesehen hat, weil er den auf VHS irgendwie von seinem Vater gefunden hat und dieser Film immer so ein bisschen was Verbotenes hatte und ich hab noch nie was von dem Film gehört und hab mir den dann blind bestellt und ich glaube, so war das irgendwie, dass der bei mir im Regal gelandet ist, weil ab und zu schnapp ich mal irgendwas in einem Link oder in einem Trailer oder in einem Podcast auf und bestell mir dann den Film und weiß nicht mehr, woher ich diesen Film habe. Ja, kenn ich. Das ist Jahre her. Und diesmal geht's um einen Film aus dem Jahre 1981 und der heißt Private Lessons. Okay. Private Lessons heißt auf Deutsch Zärtlich fängt die Liebe an. Ich wollt grad sagen, weil ich hab da so ein Cover irgendwie gerade vorm inneren Auge. Zärtlich fängt die Liebe an. Das könnte auch ein Schlager sein, oder? Aber das ist schon, wollt grad sagen, mit viel nackter Haut und so. Das ist eine Sexkomödie. Ja. So steht's bei Wikipedia. Bei IMDb wiederum steht nur Komödie. Also die haben das Sex weggelassen. Alter, ich muss kurz gucken, ob ich den kenn. Guck dir das mal an. Regisseur des Ganzen, Alan Meyerson, sein namhaftester Film, den ich gefunden habe, ist Police Academy 5. Da hat er Regie geführt. Okay. Immerhin. Und von dem ist Private Lessons. Und Private Lessons fährt natürlich so im Fahrwasser von Porky's und American Ice Cream so Anfang 80er, diese freizügigen Filmchen. Auch in Europa gab's ja Eis am Stiel und so eine Filme. Mhm. Klingelt da was? Jetzt hast du ihn ja gegoogelt. Ja, nee, beim Cover klingelt nichts. Okay, ich erzähl mal von der Story, vielleicht klingelt ja da was. Ja. Also Philly, der Hauptcharakter, ist aus einem reichen Elternhaus, die Mama ist tot, das heißt nur er und sein Vater und die Bediensteten leben in dem großen Haus. Der heißt Philly? Ja, Philly heißt der Bursche. Aha. Der Hauptdarsteller. Und Philly hat einen dicken Kumpel, der heißt Sherman. Sherman hat so ein bisschen wie so eine 3-4 Jahre ältere Version von Yorkie aus Jojo Rabbit. Ja. Das ist so ein gleicher Typ, Brille, halt ein bisschen füllig und die beiden stellen halt halbnacken Frauen am Pool nach, irgendwie, ob das die Schwester ist von seinem Kumpel Sherman oder sonst wer, ist scheißegal oder beobachten halt knutschende Paare auf irgendeiner Party, auf irgendeiner Garten, Hausparty und so vom Dach. Ja. Also so eine Typen sind das. Die sind halt sehr, sehr frühreif und sind halt horny unterwegs. Mhm. Und eines Tages geht der Vater auf Dienstreise mit seiner Sekretärin, wohlgemerkt, ja. Okay. Dienstreise in Anführungszeichen. Na klar. Und zurück bleibt Philly und der Chauffeur Leicester. Mhm. Leicester wird gespielt von Howard Hesseman. Der sieht ein bisschen so aus, als hätte sich J.K. Simmons als Peter Sellers verkleidet und hätte sich einen Schnäuzer angeklebt und eine Perücke aufgesetzt. So ungefähr musst du dir vorstellen. Also es sieht aus, als wenn J.K. Simmons gerade Peter Sellers spielt. Mhm. Und wer noch im Haus ist, ist die europäische Haushälterin Mellow. Und Mellow wird gespielt von einer Silvia, Silvia Christel. Woher kennen wir Silvia Christel? Keine Ahnung. Die kennen wir primär aus den Emanuel-Teilen. Ach du Scheiße. Okay. Das ist die Original-Emanuel Silvia Christel, die Holländerin. Ach. Oh Gott. Und als seine verführerische Haushälterin dann auf einmal anfängt, ihn recht offensiv anzugraben. Ach, ich verstehe die Richtung. Okay. Ahnt er noch nicht, dass sie zusammen mit ihrem Chauffeur Lester einen perfiden Plan verfolgt. Und dieser Plan ist auf jeden Fall recht hanebüchen. Muss ich mal an der Stelle sagen. Ach, die stecken unter einer Decke. Die stecken unter einer Decke. Ich erzähl mal den Plan. Das ist glaube ich kein Spoiler, wenn ich das erwähne. Mhm. Er, beziehungsweise, genau, es geht nicht darum, dass er sie erwischt, sondern es geht darum, dass Silvia Christel den kleinen minderjährigen Jungen ins Bett kriegt. Mhm. Und sie sich dann so aufregt beim Orgasmus, dass sie stirbt oder sich totstellt. Okay. Und in seiner Panik wird er natürlich den einzigen Mann weit und breit, der noch im Haus ist, rufen, nämlich Lester, den Chauffeur, der eingewalt ist in diese ganze Geschichte. Lester wird so tun, als wenn er die Frau, als wenn er dafür sorgt, dass er sich um die Leiche kümmert und sie dann vergräbt im Garten und so weiter und so fort. Und wird ihn dann um Geld aus dem Tresor erpressen, nämlich um 10.000 Dollar, was natürlich eine Immensesumme ist, um ihn zum Schweigen zu bringen. Was der Vater noch nicht mal wahrscheinlich merkt, dass da 10.000 Dollar fehlen. Und diese 10.000 Dollar will er sich natürlich dann mit seiner Haushälterin Mello teilen. Das ist der Plan. Riesenplan. Riesenplan, oder? Ja, und dann hast du so Momente, wo unser junger Held, Philly, halt so am Pool langläuft und die Haushälterin sonnt sich halt gerade oben ohne halt so mit Brüsten nach unten und dann geht so der Sprinkler an und sie schreckt natürlich hoch und in dem Moment erschreckt er sich so krass oder zuckt er so zusammen, dass er in den Pool fällt. Klar. Oder er fährt dann mit dem Fahrrad vorbei und achtet halt auf sie, weil sie sich ja gerade umzieht vom Fenster, ja, und fährt dann in die Büsche rein und er sitzt halt mit einem Teleskop ungefähr drei Meter vom Fenster entfernt und guckt halt in ihr Zimmer rein. Es ist wirklich nur drei Meter. Sie sieht die natürlich und sagt so, ja komm noch rein, komm noch rein und dann fängt sie an sich vor ihm auszuziehen. Also das heißt, da werden so ein bisschen so diese Jünglingsfantasien werden so ein bisschen zum Leben erweckt. Was sagt das über Paul Rudd aus, wenn der den, oder es war ja, hast du jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass es wirklich Paul Rudd war, sondern... Mir war so, als wäre es Paul Rudd gewesen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich will ihn jetzt nicht hier diffamieren. Aber was sagt das über die 80er aus? Sagt das über die 80er aus, dass Pädophilie damals auf jeden Fall ein Ding war und groß umkommen? Ich weiß es nicht. Dieser junge Mann hat übrigens den Stinker Award, wurde für den Stinker Award nominiert als Worst Performance by a Child in a Featured Role. Ist auch ganz interessant. Da gibt es separate Preise für? Da gab es ein Stinker Award damals, genau. Und dafür wurde er nominiert, hat ihn zwar nicht gewonnen, aber diese scheuspielische Leistung war dann auch so, dass es ziemlich Eindruck gemacht hat. Das klingt alles nicht so gut. Der Produzent John Barry bekam so viele Hassbriefe nach dem Film, dass er nie wieder einen Film drehte. Das ist auch geil. Und jetzt wird es richtig abstrus, weil dieser junge Darsteller noch nicht mal 16 war, mussten die teilweise diese anzüglichen Szenen in einem anderen Bundesstaat drehen. Ach so, klar. Und mussten dann über die Landesgrenze gehen, weil die ja irgendwie rumgemacht haben miteinander und dann verhaftet werden konnten, um bestimmte Szenen abzudrehen und sind dann wieder zurück. Alter. Hammerhart, Alter. Okay, wie krass. Du hast einen Soundtrack von namenhaften Leuten. Ich weiß nicht, ob es damals musikrechtemäßig noch nicht so eng gesehen wird oder ob die da wirklich die Songs zur Verfügung gestellt haben. Aber auch dann hörst du Sachen von Earth, Wind & Fire und von Rod Stewart auf dem Soundtrack und da im Film laufen. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwie die Genehmigung für gekriegt haben oder nicht. Und wir haben einen sehr prominenten Kameramann. Nämlich Jan de Bond. Der hat ja später Filme produziert wie Minority Report und ist unter anderem der Regisseur von Speed und von Twister. Ach. Der hat hier die Kamera geführt bei Private Lessons. Abgefahren. Ja. Zeitlich fängt die Liebe an. Aber war tatsächlich damals in diesem Strom von irgendwelchen sexy, anzüglichen Filmen der 80er Jahre hat er sein Budget von 2,5 Millionen hat er schon ein bisschen was eingebracht, weil er hat 26,2 Millionen Box Office gemacht. Krass. Nicht so ohne. Nö, das ist gut. Also lief ganz gut an den Kinokassen. Ist aber wirklich ein sehr, sehr trashiger Film. Da gibt's schon bessere Vertreter des Genres. Also das ist alles natürlich nicht mehr up to date, aber wenn ich so Sachen wie Porky sehe oder Eis am Stiel und so, dann ist das definitiv, dagegen ist das schon, das sind schon The Godfather dieser Filme. Alter, wie soll ich denn sowas bewerten jetzt? Was soll ich dir sagen? Aber du, ich will, also stapel nicht zu tief, weil dieser Film ist wirklich schlecht, der ist wirklich kacke. Aber ich hab mich trotzdem herrlich amüsiert, weil das ist alles so scheiße. Weil, wenn sie ihn natürlich versucht zu verführen und so, muss sie natürlich, sie muss in jeder zweiten Szene unbedingt ihr Bein irgendwo anwinkeln. Ja, klar. Damit sie nämlich auch diese halterlosen Strümpfe auch so runterziehen kann, damit's für die Kamera auch was hergibt. Das heißt, dieses rechtwinklige Bein irgendwo raufstellen, auf den Stuhl, aufs Bett, auf den Schreibtisch, an die Decke, sonst was, das ist hier absolutes Pflichtprogramm. Das muss sein. Und dann auch gerne halt mal den Shot mit ihm dann im Hintergrund drunter, drüber, wie auch immer, halt mit dem Bild. Und er guckt halt immer mit groß aufgerissenen Augen und mit groß aufgerissenem Mund sabbernd. Und am Anfang wehrt er sich natürlich total dagegen, sagt immer, ich muss weg, ich muss weg. Keine Ahnung, ich hab noch zu tun, ich muss Hausaufgaben machen. Klar. Weil das ist ihm natürlich so horny, wie er ist, ist ihm das natürlich nicht geheuer. Aber später wird er dann langsam zu einem Loverboy erzogen. Und sein Selbstbewusstsein steigt im Laufe des Films. Das ist alles so scheiße, Alter. Aber es ist auch wieder lustig. Es ist auch wieder so typisch 80er. So schlecht wie der ist, der war schon zum Teil ein bisschen unterhaltsam. Okay. Tut mir leid. Ja. IMDb, ich lese mal die Zahlen vor, okay? Geht doch nur 87 Minuten, das Ganze ist von 1981, Private Lessons. IMDb ist bei einer 5,2. Mhm. Beta-Score, hier wird schon sehr rot, 34. Okay. Rotten Tomatoes ist bei einer 3,2. Alter. Von 10. entspricht übrigens einer Empfehlung von 0%. Wer hätte das gedacht? 0%, Alter. Gott. Und die Audience ist hier bei einer 2,7. Letterboxd 2,3. Ist ja noch relativ versöhnlich. Private Lessons zärtlich fängt die Liebe an mit Silvia Christel. Ja, Alter. Okay, also da ist ja nun wirklich jetzt von 1 bis 5 alles drin, weil... Nee, es ist nicht ganz weit unten. Das ist schon... Ja, weil ich finde irgendwie... Naja, ich meine, wem willst du so einen Film empfehlen? Das ist ja nun wirklich was, was noch nicht mal für junge Teenager heutzutage funktioniert, weil es dafür ja schon fast wieder zu wenig explizit ist, wenn es nur darum ginge. Du hast ja so Filme wie Superbad und so, da brauchst du jetzt nicht mit Private Lessons um die Ecke kommen, die hauen dir den Video um die Ohren. Aber so für Retro-Fans und für Fans auch von trashigen 80er-Filmen. Ja. Also was ich neulich vorgestellt habe, war ja Interceptor. Ja. The Wraith. Ja. Und was The Wraith so für den Action-Fan ist, was ja auch im Grunde genommen ein ziemlich schlechter Film ist, ist Private Lessons für diese Sex-Komödie von damals. Okay. Zwar auf eine gewisse Weise unterhaltsam, aber man muss schon ein bisschen retromäßig drauf sein und auch Bock haben auf so einen B-Film. Okay. Aber es ist nicht wirklich gut, was ich hier sehe, aber es ist trotzdem auf eine gewisse Weise unterhaltsam. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir den gekauft habe. Keine Ahnung. Normalerweise kaufe ich mir Filme nicht blind. Also das hier, hätte ich ihn gesehen, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gekauft, aber es war jetzt nicht eine komplette Zeitverschwendung für mich, weil ich hab ja dieses Retro-Gen. Ja, ja, klar. Okay, ich glaub, du bist bei viereinhalb. Ach komm, du hast fünf gegeben? Ich hab fünf gegeben. Ach. Also ich mach heute zumindest eine Sache sehr konsequent. Das ist doch schön. Du bist heute sehr konsequent, was die 0,5 angeht, richtig? Und die hast du durchgezogen bis zum Ende, weil ich hab ja nichts mehr. Ja. Geile Sache. Jetzt kannst du deine Nullrunde durchziehen. Naja. Also wie viel müsst ihr mich jetzt verfehlen? Um drei, damit ich gewinne, oder? Um drei für den Gleichstand und nur 3,5 muss ich... Doch. Doch, ja, tatsächlich. Und 3,5, um noch zu verlieren. Okay. Da musst du schon ziemlich den Second Jan machen. Gib alles. Ich geb mir Mühe. Nee, ich wünschte ja, dass du hier auch wieder richtig liegst, weil dann haben wir es endlich mal hinbekommen. Ja, endlich mal. Ja, weil ich war auch schon mal nah dran, ne? Ich glaub, ich hab auch nur einmal, hatte mal eine Episode, wo ich nur einmal daneben lag. Richtig. Aber, ja, so komplett durch haben wir es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ja, du warst einmal kurz davor, stimmt. Jetzt, wenig überraschend, der sechste Teil der Reihe. Trail of the Pink Panther. Von 1982. Und damit eben der erste, der nach Peter Sellers Tod entstanden ist. Die Handlung ist... Ganz kurz, gab's da einen deutschen Titel? Achso, Entschuldige. Der rosa-rote Panther wird gejagt. Okay. Heißt der. Das ist noch halbwegs sinnvoll, wenn man hier die Handlung berücksichtigt, aber... Ausnahmesweise mal was Sinnvolles übersetzt. Es ist halt so, dass... Die haben vor Sellers Tod hatten die zwei Entwürfe für einen ganz anderen Film als nächsten Teil. Der sollte ursprünglich Romance of the Pink Panther heißen. Wo Sellers halt... Oder Clouseau dann sich verliebt in eine und daraus eine Geschichte gemacht wird. Okay. Dann ist halt eben, wie gesagt, Peter Sellers 1980 gestorben und das wurde alles auf Eis gelegt. Und dann ist das hier entstanden und deswegen ist hier alles, was wir hier von Peter Sellers sehen, ist Archivmaterial aus vorherigen Filmen. Da war... Ach, ja. Also es gab da verschiedene Ansätze. So. Und Blake Edwards wollte ursprünglich dann auch hier wieder eine schöne Parallele, weil sein Ansatz war, das Citizen Kane-mäßig zu machen. Dass der hier eine Narrative erzählt, die so immer mehr an den Punkt kommt, so schneckenförmig, dass du dann irgendwann bei der Auflösung landest. Okay. Dass du dann über die... Warte mal, erzähl ich mir erstmal einmal kurz, wie sie es hier aufgezogen haben, weil dann kann man das vielleicht so ein bisschen besser herleiten. Weil es ist so, dass Clouseau, also der Diamant wird wieder gestohlen, wieder aus Lugers und dann holen die zuständigen Behörden wieder Clouseau dazu, aus Frankreich und auf dem Weg dahin verschwindet sein Flugzeug. So erzählen die das. Aber so können sie eben dann auch seine Abreise aus Archivmaterial erzählen. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Das sind dann eben geschnittene Szenen aus den vorherigen Filmen. Erzählen sie seine Abreise bis eben ins Flugzeug. Und da gibt es dann eben schon coole Momente von diesem Material, weil du hast dann halt, er hat sich für seine Reise im Flugzeug, hat er sich entschieden, also für seine Verkleidung auf dieser Reise, weil eigentlich müsste er nicht verkleidet sein, aber er hat sich halt entschieden, mit einer anderen Identität zu reisen. Verkleidung muss sein. Hat er sich halt ein Gipsbein und ein Verband um den Kopf überlegt. Ja. Und das heißt, wir haben ihn dann mit dem komplett eingegipsten Bein in der Flugzeugtoilette, was halt ein Highlight ist, weil er sich halt versucht hinzusetzen und der Raum aber zu eng ist, weil er das Bein ja nicht anwinkeln kann. Okay. Dann legt er sich halt so ausgestreckte Bein irgendwie halt so oben rauf, weißt du, und ja, das ist schon einigermaßen witzig, aber eben das ist halt alles Archivmaterial, weil die Handlung, die Sann erzählen, ist, dass sich eine Journalistin namens Marie Jouvet, die hier passenderweise auch wieder von Joanna Lamley gespielt wird, die ich vorhin mal hatte, wenn du dich erinnerst. Ja, an dem Außenwaltzfilm. Die ist hier die Journalistin, die sich dann auf die Suche macht nach Inspektor Clouseau, weil es halt heißt, der kann nicht einfach so verschwunden sein, was ist mit dem? Also besucht sie sämtliche Leute, die in Clouseaus Leben eine Rolle gespielt haben und befragt die. Und das, was die dann erzählen, wird so ein bisschen bebildert anhand von Archivmaterial. Weißt du? Verstehe. Und so ist die Handlung aufgezogen und das macht es natürlich ziemlich lame. Weißt du? Weil die haben dann Archivmaterial, was zweifelsohne aus verschiedenen Zeiten stammt, weil die Filme wurden nun mal über einen weiteren Zeitraum gedreht. Das heißt, du siehst, es passt alles irgendwie nicht wirklich zusammen. Es passt wiederum natürlich dazu, dass die dann halt erzählen und da sitzt dann eben David Niven und Capucine, die dann eben erzählen, wie es halt im ersten war und so, weißt du? Und dann passt natürlich das Archivmaterial schon dazu, aber zu dieser Rahmenstory, die sie sich hier halt gebastelt haben, das ist alles irgendwie ätzend. Ergibt keinen Guss? Nee. Also mal so gar nicht. Dann ist es eben so, dass der eine das auch noch verhindern will, also sie besucht eben wirklich, wen haben wir hier? Ja klar, Charles Dreyfuss, Sir Charles Lytton eben, David Niven und seine Frau, Lady Simone in Form von Capucine, George Lytton eben, Robert Wagner Hercule LaJoy, Graham Stark und natürlich Cato und dann wird sie aber eben unnötigerweise auch noch so ein bisschen entführt von so einem Mafiosi, gespielt von Robert Lodger, der dann nicht will, dass Clouseau gefunden wird und ihr dann auch noch seine Version erzählt und im Endeffekt landet sie dann bei Clouseaus Vater, gespielt von Richard Mulligan, der halt auch, also wo man dann sehen soll, wo Clouseau seine bekloppten Gene her hat, der dann halt da auch durch die Weinreben stolpert und so. Robert Lodger mag ich ja normalerweise, so als Antagonist ist er auch immer großartig. Ja, aber eben der ist hier nur so dieser vermeintlich böse Mafiosi, der dann nicht will, dass Clouseau gefunden wird, weil damit seine Machenschaften eventuell gefährdet werden. also ja, ist alles ein bisschen hart forciert, die Story und jetzt ist es eben so, dass bei der ganzen Sache erschwerend hinzu kam, dass MGM und United Artists eben nicht bezahlen wollten, was sie bezahlen hätten müssen für diese verbleibenden Outtakes. Das heißt, die haben nicht das ganze Material bekommen, deswegen ging der Plan von AdWords halt auch nur so semi auf mit dieser Erzählweise und so ist das Ding halt echt nicht rund geworden und schwierig. Dann haben sie es natürlich auch noch versucht mit dem Teil, der danach kam, 83, hier, die Flucht des rosaroten Panthers, haben sie das damit noch kombiniert, da kam dann glaube ich Roger Moore zum Einsatz und den bringe ich jetzt noch nicht, deswegen ist es dann das für die nächsten Episoden, aber also hier ging es dann schon wirklich rapide bergab. Es gab ursprünglich auch mal einen Plan von United Artists, das Franchise weiterzuführen mit Dudley Moore als Chief Inspector, Clouseau. Okay. Aber da bin ich ganz froh, dass sie es nicht gebracht haben, weil da kannst du wirklich nur einen geben. Also vielleicht gucke ich mir irgendwann das alte Ding mit Alan Arkin an, um zu gucken, was da so der Ansatz war, aber ganz ehrlich, mit dem, was Sellers aus dieser Rolle gemacht hat, gibt es für mich echt nur einen Inspektor Clouseau. Ja, kann ich verstehen. Da kommt auch Steve Martin nicht ran, so sehr ich ihn mag. Ja. Ja, und interessanterweise hat dann aber die vierte Frau von Peter Sellers, dabei noch die letzte, Lynn Frederick, die leider auch, die war ja auch Schauspielerin, ist aber halt leider primär wirklich dafür bekannt, dass sie die letzte Frau von Peter Sellers war, die hat gegen, hier gegen die Produktionsfirma geklagt, weil sie eben gesagt hat, hier das Erbe ihres Mannes oder das, was übrig blieb von ihm, wird hier irgendwie in den Dreck gezogen, der kommt schlecht bei der Nummer weg und dann gab es tatsächlich eine außergerichtliche Einigung und die hat 1,4 Millionen dafür bekommen. Ja. Und hier gibt es auch ein kleines Cameo von Julie Andrews, aber das ist nur wirklich zu vernachlässigen. Okay. Okay. Ja, und wo das herkommt, können wir uns ja denken. Also deswegen, es ist schön, weil man hier natürlich dann an so ein paar Szenen erinnert wird aus den Teilen davor, was aber halt affig ist, weil dann kannst du irgendwie auch die Teile davor angucken. Also überflüssig. Ja, weil diese Outtakes, du erkennst, dass das halt einfach eben Outtakes waren aus Szenen, die es zum Teil eben genau so schon in anderen Filmen gibt oder eben von Handlungssträngen, die komplett geschnitten wurden, wie eben sein Trip im Flugzeug und sowas. Also hier The Lost Movie hier von Anchorman ist auf jeden Fall eine andere Liga. auf jeden Fall. Das kannst du nicht vergleichen. Weil ich hab viele, mir fallen viele Serien ein, die das gemacht haben, die dann teilweise so ein Recap machen und dann so Ausschnitte aus alten Folgen dann bringen. So wie bei den Simpsons haben sie schon gemacht und auch so bei How I Met Your Mother und so. Das kann super gut sein. Ja, kann gut sein, aber dann spinnen die so eine ganz billige Rahmenhandlung zusammen, um das irgendwie so zusammenzuhalten und das funktioniert halt selten. Das ist halt oftmals das Problem und das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn du es so bekloppt machst wie Anchorman. Da geht's ja. Ja, eben. Aber das ist halt oftmals das Problem, dass sie da was konstruieren, was halt völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und wenn du dann noch nicht mal aufs ganze Material zugreifen kannst, weil überleg dir mal, wenn die aus sämtlichen Teilen mit ihm die Outtakes oder die geschnittenen Szenen hätten haben können, das wäre unter Umständen echt ein krasser Film geworden. Ja, gut. Aber die Rechnung ging ja nicht auf. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Weil der ja gerade in den Anfängen hat der ja Mörder viel improvisiert und sonst was gemacht und da haben sich ja Regie und er auch wahnsinnig gut verstanden. Da wäre das wahrscheinlich echt interessant geworden, aber so ist es dann halt nix Halbes und nix Ganzes echt schade. Ja, stimmt. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Also der hat auch noch Geld gemacht, hat sechs Millionen gekostet, hat knapp über neun eingespielt, aber damit natürlich weit entfernt von dem Erfolg der letzten Teile. Aber eben, klar, Peter Sellers ist nicht mehr da. Und das dürfte auch den Zuschauern bewusst gewesen sein. 5,0 auf IMDb, Metascore 43, das passt also schon und auch alles sehr zu meinem Eindruck. 4,2 von der Kritik auf Rotten Tomatoes und 2,7 von 5 immerhin dann doch noch vom Publikum. Auf Letterboxd ist der bei 2,4. Ja, das klingt nicht so rosig. Nee, ist alles nicht so prall. Ist ja aber das schwerste Punkte raten für den Schluss aufgehoben. Ja, aber ich meine, das wäre ja nur wirklich Quatsch gewesen, wenn ich mit dem angefangen hätte, weil der ja schon ausschließlich existiert, weil es alles von davor gegeben hat. Ja, das geht darum, dass jetzt... Ja, es ist tricky. Jetzt ist es tricky, wirklich, wo du gelandet bist. Ja. Also ich kann ja laut denken, ich bin hier auch wieder zwischen, also ich weiß nicht, ob da 3,5 ein bisschen zu tief gestapelt ist. Ich bin zwischen da 3,5 und da 4,5. Nehme ich jetzt den oberen Bereich, nehme ich die goldene Mitte. Ich nehme die goldene Mitte und sage eine 4. Schade. Ich bin sogar bei 5. Bei 5? Und damit hast du leider keine komplette Nullrunde hingelegt, aber natürlich sehr souverän gewonnen heute. Ja, das stimmt. Der Punkt geht mal sowas von an dich. Nee, aber hier ist es wirklich so, man freut sich natürlich wirklich über jeden Peter Sellers Moment, aber das, was drumrum ist, kann man sich halt so schenken, dann hast du sogar im Abspann auch nochmal so ein kleines Best-of von den Clouseau-Momenten. Ich erinnere mich daran, auf jeden Fall. Das ist wie so ein ganzer Film als Outtakes praktisch. Ja, ja, ja. Und manche sind lustig und manche nicht. Ja. Ja, und die Story, die man dann künstlich schafft, die funktioniert dann nicht so hundertprozentig. Das verstehe ich. Völlig Banane, ja. Das ist wie du sagst, also das, was ich gerade gesagt habe, dass du ein Simpsons-Meshup hast, da gucke ich mir lieber die Originalfolgen an, wo die Szenen dann raus sind. Eben, klar. Und wie gesagt, also wenn die hier mehr Material gehabt hätten, nochmal ein ganz anderes Thema, aber so beschränkt sich's halt, also das meiste Material ist wirklich eben aus dem vorletzten. Okay. Interesting. Tja. So viel zu Clouseau und Citizen Kane für den heutigen Tag. Ja, und auch so viel generell zu unseren Filmen heute, oder? Na, nicht ganz. Wir haben ja da noch was. Wir haben nämlich eine Premiere heute. Es stimmt. Wir haben nämlich gesagt, nur weil wir jetzt relativ früh über eine Serie berichten und dann die erste Staffel zerlegen und da Details drüber bringen, ist es eigentlich Blödsinn, dass wir diese Serie nie wieder erwähnen, selbst wenn ich sieben Staffeln noch danach drehen sollte, drehen sollten und da ständig jedes Jahr neue Seasons kommt. Deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt mal eine Premiere und wo können wir eine Premiere besser einsetzen als in der ersten Folge des ganzen Jahres und werden jetzt auch mal eine Serie, über die wir schon mal gesprochen haben, nochmal aufgreifen. und werden über die zweite Staffel reden, obwohl wir die erste Staffel schon hatten, nämlich The Boys. The Boys. Und an dieser Stelle können wir eine Entwarnung aussprechen, weil im Gegensatz zu anderen Podcasts, die irgendwie anderthalb Stunden jede einzelne Folge zerlegen, die halt nur halb so lang geht wie der Podcast selbst, werden wir so gut wie gar nicht auf die Story eingehen, weil wir nicht wissen, ob ihr die erste Staffel schon gesehen habt. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass ihr wisst, was da passiert ist, dass ihr wisst, wie die erste Staffel aufgehört hat und deswegen werden wir einfach nur unsere Eindrücke hier raushauen im Vergleich zur ersten Staffel, wie wir das Ganze finden, ob wir finden, dass sich da das eine oder andere verändert hat, aber wir werden nicht Spoiler und wir nicht groß auf die Story eingehen. So viel habe ich erst mal gesagt. Aber jetzt reden wir mal über eine zweite Season von einer Serie, die wir schon mal hatten und die hat bei uns gar nicht mal schlecht abgeschnitten. Im Gegenteil, die hat es sehr, sehr gut abgeschnitten bei uns. Wie viele haben wir damals gegeben? Ich war bei neun Punkten und du sogar bei achteinhalb. Ich bei achteinhalb. Das für deine Verhältnisse ist ja schon auch wirklich gut. Definitiv. Und jetzt ist 2020 die zweite Staffel rausgekommen, ebenfalls mit acht Episoden, so wie die erste. Die dritte ist auch mittlerweile durchgewunken, also die kommt. Und ein paar Sachen haben sich geändert. Unter anderem haben wir hier zwei Charaktere, die dazugekommen sind. Einmal Giancarlo Esposito. Ja. Der wird meiner Meinung nach immer mehr zum Typecast verwurschtelt. Also ob jetzt Mandalorian oder The Boys oder Breaking Bad. Irgendwie taucht er immer wieder als dreinblickender Gestapo Frinks nur mit anderen Kostümen halt irgendwie auf. Ja, stimmt. Er ist in letzter Zeit oft Antagonist. Ja, leider. Weil ich hab ihn schon mal in einer sympathischen Rolle gesehen und da hat er genauso gut gespielt und funktioniert und war super darin. Aber jetzt wird er irgendwie so festgelegt auf diese zwielichtigen Charaktere. Aber es sind fast alles geile Sachen, die er macht. Weißt du? Also gerade das, was du angesprochen hast, das funktioniert ja wirklich alles sehr, sehr gut und ich mein, wer hätte da nicht Bock dabei zu sein? Auf jeden Fall. Und wir haben eine neue Superheldin in der Truppe, nämlich Stormfront. Ja. Spielt von Aya Cash. Aya Cash. Wie fand's denn die Dame? Ich hab mich am Anfang so ein bisschen schwer mit ihr getan. Fand dann aber, als die mal mehr Zeit hatten zu etablieren, was die so kann und was sie so macht und vor allen Dingen dann, wo sie herkommt und was da so dahinter steckt. Wurde schon interessanter. Auf jeden Fall, ja. Aber grundsätzlich ist es schon cool, dass sie von Anfang an so diese Freischnauze-Heldin war, die so drauf geschissen hat, ob jetzt hier der große, weißt du, der große Held vor ihr steht oder nicht, sondern sie hat halt so Freischnauze halt so Girl-Power-mäßig ihre Meinung gesagt und hat auch mal, ist auch mal Leuten gegen Karren gefahren, bei denen sie normalerweise nett sein müsste und das fand ich schon ganz cool. Also sie wurde halt etabliert als frischer Wind, der auf alles scheißt und der auch mal so ein bisschen rebellisch gegen den Strom schwimmt. Genau, ja. Ja. Ja, ich fand das super. Ansonsten, wie fandst du den Vergleich zur ersten Staffel? Also so die Abgründe des Superhelden-Kults, die wurden hier auf die Spitze getrieben, finde ich, oder? Ja, ich fand am, zu Beginn der Staffel, so die ersten paar Folgen, hab ich das Gefühl gehabt, dass die Tonalität so ein bisschen geändert haben. Also dass das, ich hab das in der ersten Staffel insgesamt, so da hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr Action-Anteil. In der ersten? Ja. Fandste? Hab ich, wie gesagt, in den ersten paar Episoden der zweiten Staffel gedacht, ja. Empfinde ich, glaube ich, auch nach wie vor so, dass so der Anfang jetzt der zweiten Staffel nicht groß Action-lastig ist, was fein ist, nur so, ich dachte eben dann so, okay, die haben halt generell was an der Tonalität geändert. Das verändert sich im Verlauf der Staffel für mich dann schon nochmal ziemlich stark, finde ich. Die ist also für dich im Laufe der zweiten Staffel, ist die in der Gunst gestiegen bei dir? Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich hab aber eben so, die erste Staffel, glaube ich, insgesamt so einen Ticken leichter wahrgenommen, also im Sinne, dass es eben auch so ein bisschen mehr Action, ein bisschen lustiger und sowas. Und das fehlte mir eben zu Beginn der zweiten Staffel hier. Hat sich dann aber definitiv wieder eingependelt. Hat sich eingependelt? Ja, ja. Okay. Also nach wie vor eine Serie, die wir empfehlen würden. Das ohne Frage, aber wie ging's dir denn damit? Hast du da keinen Verlauf wahrgenommen? Also was ich gar nicht unterschreiben kann, ist, dass ich hier weniger Action hätte als in der ersten. Also in keiner einzigen Folge. Ich fand das von vornherein, haben die hier bei allem eine Schippe draufgelegt. Ich fand, das waren irgendwie mehr platzende Köpfe als zuvor. Das war mehr Action, mehr Sex und mehr rausquillende Gedärme irgendwie aus allen Ecken. Also die haben hier einfach von allem, was gut in der ersten Staffel funktioniert hat, haben sie hier halt nochmal eine Schippe draufgelegt. Da haben wir halt den Charakteren noch mehr dreckige Tiefen irgendwie reingeschrieben und so. Ich fand das hier halt ein bisschen, also es ist noch nicht so, dass es Overkill ist, dass sie sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, aber es wurde schon comichafter in manchen Momenten. Wenn du dann die Szene mit dem Wal denkst und so, das war, in der ersten Szene wäre das noch komplett irgendwie so ein Fremdkörper gewesen und in der zweiten haben sie halt ein bisschen auf die Kacke gehauen. Das fiel mir schon ein bisschen auf. Aber nicht jetzt in Sachen Tempo oder in Sachen Pacing, also das hat für mich immer noch gut funktioniert. Natürlich die grandiosen Billy Joe Songs für mich als Fan. Ja. War natürlich auch super, dass sie die weiterhin konsequent da durchziehen. Ja. Also auch die zweite Staffel von The Boys, definitiv eine Empfehlung. Ja, nee, also ich hab die auch sehr schnell durchgeguckt und hatte da auch nach wie vor eine Menge Spaß mit. Okay. Wir haben ja bei IMDb nun eine Gesamtbewertung von 8,7. Also es gibt ja nichts, wie wir das irgendwie aufdröseln können, was die Bewertung angeht auf diverse Staffeln. Das ist halt immer so das Gesamtvoting. Wie sieht's denn von deinen ursprünglichen neun Punkten aus? Wie viel würdest du für die zweite Staffel geben? Wie vergeben wir jetzt doch Punkte? Ja, Punkte vergeben wir schon, klar. Wir raten sie nur nicht. Okay. Dann glaub ich, bin ich bei schwierig. Ob ich jetzt weiter neun oder sonst vielleicht tendenziell vielleicht achteinhalb. Ja, vielleicht so ein Tick drunter. Also eine achteinhalb von dir. Ja. Was ja immer noch gut ist. Auf jeden. Ich bleib bei meiner achteinhalb. Ich sehe keinen großen Abfall. Ich find das gut und find halt Stormfront sorgt hier halt für den nötigen Pfeffer auf jeden Fall in der Staffel, die da nochmal dazu kommt. Viel mehr will ich hier eigentlich nicht verraten. Ja, ihre Figur schockt. Auf jeden Fall. Ja. Ist schon ganz cool. Ja. Ja, soviel zu The Boys, zweite Staffel. Wir werden vielleicht in Zukunft mal machen, dass wir die eine oder andere Serie nochmal hier besprechen, obwohl wir die schon mal hatten und dann mal eine aktuelle Staffel raushauen. Aber ich kann mir bei der Serie jetzt auch nicht vorstellen, dass Leute, die die wirklich mochten, auch so von der ersten Staffel an, dass die hier irgendwie groß enttäuscht werden. Nee, das auch keine. Also, weil ich glaub, da sind wir uns schon einig, man kriegt ziemlich genau das geboten, was man in der ersten gut fand, gibt's dann auch. Eben vielleicht, jetzt nach meinem Empfinden, nicht gleich zu Beginn auch in dem Ausmaß. Ja. Also, spätestens gegen Ende ist man da auf jeden Fall wieder voll dabei. Also, das ist keine Serie, wo du von einer Staffel zu anderen auf jeden Fall eine komplette Drehung hast und wenn er da sagt, die erste war mega geil, würde ich hier nicht sagen, das war komplette Scheiße. Sondern wenn, dann gibt's nur Make-up auf hohem Niveau, aber da gab's ganz andere Serien, wo du sagst, die zweite, die erste fand ich nicht so geil und die zweite ist mega, aber so eine Sprünge hast du hier nicht, sondern du überlegst ja selber gerade, ob du den halben Punkt überhaupt runtergegangen wärst. Ja, ja. Das sagt ja schon einiges aus, insofern. Das ist alles jammern auf sehr hohem Niveau. Nee, die machen hier genau das weiter, womit die angefangen haben. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Comic-Vorlage halt vorgegeben, ne? Definitiv. Ich bin auch sehr interessiert, mal die Comics mir reinzuziehen. Ich kenn ja da gar nichts von. Ah, okay. Hab ich Bock drauf. Mhm. Ja. Ja, also nach wie vor eine Empfehlung von uns für The Boys, auch die zweite Staffel reinziehen. Jetzt sind wir ein bisschen, läuft ja schon seit einer Weile. Ja, damit sind wir nun wirklich nicht früh. Damit sind wir nicht früh und 2021 folgt dann die dritte, dann seid ihr da auf dem ersten Stand. Also von den Banhausen muss ich mich mal noch nicht drauf verlassen, dass die wirklich 2021 kommt. Aber ich glaube, angedacht ist das, ne? Angedacht und geplant ist es. Wir hauen hier natürlich nur den aktuellen Stand raus. Das kann natürlich sein, dass die dann auch wieder coronamäßig auf 2024 verschoben wird. Das weiß man immer nicht. Ja. Wir wissen ja immer nicht so, was in Zukunft gebracht wird. Also auf Kino, Starts und so kann man sich auch nicht verlassen. Deswegen arbeiten wir natürlich immer mit dem, was gerade aktuell ist. Ja, und gerade bei Serienproduktionen wird ja jetzt immer wieder geguckt. Kriegen wir das irgendwie umgeschrieben? Kriegen wir dann andere Drehbedingungen aufgestellt? Oder eben bei manchen heißt es dann, ja, alles klar, kriegen wir jetzt hier, was war es? Glow? Glow, ja. Streichen wir komplett. Kriegen wir gar nicht gemacht. Unter den Umständen müssen wir streichen. Hast du denn, ich meine, du verfolgst ja viele Serien und so und bist ja oft auf dem neuesten Stand, dass du sofern eine erste Staffel von einer Serie, auf die du heiß warst, rauskommt, bockst du die dir meistens rein? Ja. Ist da irgendwo Verzug, dass du sagst, okay, hier hätte schon längst eine Staffel kommen müssen, aber kommt nicht? Also das merkt man schon. Klar. Da gibt's jetzt einige so, logisch. Ich glaub, Marvelous Mrs. Maisel hätte auch schon längst jetzt in die nächste Staffel kommen sollen. Succession leidet da aktuell hart drunter. Die sind alle in der Warteschleife quasi. Also bei Succession haben sie schon auch bekannt gegeben, da kommt auf jeden Fall eine dritte Staffel. Die spielen sogar mit dem Gedanken, dass da eben die Pandemie mit integriert wird, aber die sind schon längst nicht mehr in dem Schedule, den sie geplant hatten. Okay. Weil die hätte, glaub ich, auch ursprünglich Ende letzten Jahres kommen sollen. Die dritte Staffel. Und da ist erstmal noch nichts in Aussicht, weil die gerade noch eben drehen oder so noch nicht mal drehen sogar, weil die wollten das viel globaler noch werden lassen, was natürlich aktuell auch noch ein größeres Problem ist. Das heißt, sie müssen überhaupt erstmal checken, kriegen wir die Leute alle, kriegen wir die Sets alle unter den Bedingungen und so. Und dann war wohl der Gedanke, hieß es von Seiten der Produzenten, Will Ferrell, yes, keine Sendung ohne Will Ferrell. Natürlich nicht. Dass sie eben die Pandemie da mit reinnehmen als Thema. Da bin ich ja mal gespannt. Bin ich eh gespannt. Also hab ich mir jetzt auch neulich schon bei Shameless gedacht, da ist ja in der elften Staffel, sind die halt auch schon über weite Schrecken einfach mit Maske unterwegs. Okay. Weil halt Pandemie. Naja, wenn das ganze zehn Jahre geht, dann wird das Gang und Gebe sein in irgendwelchen Filmen, dass sie eine Maske aufsetzen, wenn die im Supermarkt einkaufen gehen. Und das ist ja schon auch, ich merke das tatsächlich jetzt so bei Fernsehübertragungen oder so, wenn man sich irgendwie in irgendwelche Shows oder so, Nachrichten, sonst wo, sobald da irgendwo Bilder sind, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, ohne Maske, Sofort Alarm. Geht bei mir sofort im Kopf so ein Alarmding an, wo ich dir im Moment mal, was ist denn da los? Das ist wie mit den Filmen, wenn du irgendeine Party hast, wo die dann so dicht an dicht stehen, denkst du auch so, Alter, was machen die denn da? Wir halten die keinen Abstand. Genau. Und da ist man jetzt schon so hart konditioniert drauf, das ist echt abgefahren. Das ist echt krass, wie schnell sich sowas festigen kann. Das ist Wahnsinn. Naja, so. Kommen wir zu unserem Los-Thema, oder? Ja, vorab kann ich nochmal sagen, The Boys läuft auf Amazon Prime. Für diejenigen, die ein Prime-Abo haben, für diejenigen, die es sehen wollen, müssen Prime abschließen, um The Boys gucken zu können. Amazon Prime, nicht YouTube, nicht der hier. Was war die YouTube? Prime. Und jetzt zum Los-Thema. Ja, ich hab mir überlegt, ich stelle dir vorab nochmal hier eine Frage aus meinem Action-Movie-Trivia. Willst du wieder mal in Action wissen, Test-The-Bock? Willst du mich wieder diffamieren hier vor da? Bitte, nachdem das heute bei dir so sensationell läuft, kannst du nur noch gewinnen. War das jetzt random, oder hast du jetzt eine schwere ausgesucht? Nee, ich hab einfach die erste genommen hier. Hast du irgendwie thematisch Vorlieben? Nee, ich hab nur gefragt, ob du jetzt irgendwas besonders Schweres ausgesucht hast, weil du mich fordern willst? Nee, nee, ich hab einfach die nächste genommen hier, aber ich glaub, das ist ein Film, den du kennst. Okay. In Air Force One, a terrorist from which country hijacks the president's plane? A. Belarus. B. Kasachstan. C. Afghanistan. Oder D. Ukraine. Äh, nee, also es war definitiv, das ist ja auch echt eine harte Frage, Alter. Ja, aber es war definitiv so russischsprachig und wenn ich mich nicht ganz täusche, war das Gary Oldman. Lies mal nochmal vor, die Antworten. Belarus, Kasachstan, Afghanistan, Ukraine. Also mit Russisch hast du ja dann schon mal Afghanistan ausgeschlossen. Afghanistan kann ich ausschließen, Kasachstan würde ich ausschließen. Bleibt Belarus und Ukraine. Ich tippe auf Belarus. Es ist Kasachstan. Es ist doch Kasachstan. Jep. Okay, krass. Na gut. Naja, war nicht so leicht. So viel dazu. Gary Oldman, ich bin mir nicht mehr sicher. Klappt doch nicht alles heute. Nee, bin halt doch nicht. Keine Ahnung von Actionfilmen. So ein Quatsch. Du weißt doch, erstes Genre Drama, zweites Genre Comedy. Ja, aber hier, also gerade bei Action, ich glaube, da bist du sehr viel besser aufgestellt als ich. Komm, jetzt machen wir noch eine. Jetzt will ich noch eine. So kann ich es nicht stehen lassen. Okay, gut. Ist doch scheiße. Who did Paul Newman play in The Left-Handed Gun? A. Butch Cassidy. B. Billy the Kid. C. Jesse James. D. Wyatt Earp. The Left-Handed Gun. Wyatt Earp. Das ist falsch. Es war Billy the Kid. Das ist aber kein Actionfilm, Freundchen. Das ist ein Betrug. Warum? Naja, weil es ein Western ist. Es ist dann offensichtlich ein Western und damit kein Action. Nee, Western ist kein Actionfilm. Es ist ein Genre. Es ist ein eigenes Genre, Western. Man muss eine Westernbox kaufen. Entschuldige, dass ich hier die Fragen vorlese, die jetzt, hier wäre noch ein Arnold Schwarzenegger Film. Da hast du, glaube ich, reelle Chancen. Ja. Hier steht, in which movie does Arnold Schwarzenegger play the computer salesman Henry Tasker? A. Escape Plan. B. Total Recall. C. True Lies. D. Junior. Henry Tasker. Junior. Nein, das gibt's doch nicht. True Lies, Alter. War der nicht in True Lies ein Autoverkäufer? Mann, den hab ich auch vor 30 Jahren gesehen. Nee, Tom Arnold war der Autoverkäufer. Ein Computerverkäufer war er. Nee, Tom Arnold. Ich hatte einen Autoverkäufer im Kopf. Aber das war Tom Arnold, glaube ich. Ach, Jess. Ja, das wird nichts mehr heute. Der nächste ist auch nochmal über True Lies. Wobei, das weißt du nur wirklich. Who directed True Lies? Weißt du das ohne Vorschläge? Oder? Ich möchte gerne die vier Vorschläge, aber ich hab einen im Kopf. Okay. A. James Cameron. B. Tony Scott. C. Simon West. D. John Woo. Okay, ich hatte recht gehabt. James Cameron war's. Richtig. Sehr schön. Haben wir den Teil doch auch noch hinbekommen. Sensationell. Wieder ein bisschen hergestellt hier, die Ehre. Soll ich mal eine für dich ziehen? Ja, mach. Na komm. Ach so, ich nehm die immer von vorne jetzt, weil sonst tauchen ja immer irgendwann die gleichen auf. Na gut, okay. Dann machen wir's so. Okay, who plays Holly in Die Hard 2? Oh, fuck. Patricia Velasquez oder Patricia Velasquez, Kerry Washington, Bonnie Bedelia oder Katie Cassidy? Alter, Alter. Who plays Holly in Stirb langsam 2? Stirb langsam 2. Patricia Velasquez, Kerry Washington, Bonnie Bedelia, Katie Cassidy. Katie Cassidy. Nope. Bonnie Bedelia. Okay. Scheiße. Tja, so viel dazu. Siehst du? Ist nicht ohne. Nee, ist nicht ohne. Ist nicht leicht. Aber haben wir etabliert, dass wir beide keine Ahnung haben und einen Filmpodcast machen. Ist doch auch was Schönes. Ja, eben. Und mit Rollennamen ist das auch echt immer eine Bitch, finde ich. Das ist schwierig, Alter. Ja, Rollennamen sind mein großes Manko auf jeden Fall bei Filmen. Das hatten wir ja letzte Episode schon so. Ja, siehst du. So Adonzo Harris, Training Day und Tyler Durden, sowas merkt man sich. Ja, und bei der Regiefrage ist es dann gleich eine Ecke einfacher. Ja, ein bisschen. Aber ich bin bei Regisseuren auch schlechter als bei Schauspielern. Ich bin bei Schauspielern besser und so. Gut, aber wenn du den Schauspieler nicht dem Rollennamen zuordnen kannst, was soll man dann über einen Schauspieler fragen? Ja gut, wenn sie fragen, wer war die Hauptrolle in Cool Hand Luke, dann weiß ich, das ist Paul Newman. Wenn sie fragen, wie hieß der in, gut, jetzt habe ich ein schlechtes Beispiel genannt, aber wie hieß der in bestimmten Filmen? Zumal es ging auch um The Left Handed Gun und nicht um Cool Hand Luke. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt nur eins aus dem Ärmel geschüttelt. Achso, Gangster. Ja, apropos aus dem Ärmel schütteln, sollen wir mal unsere Kategorie angehen, weil es war für mich echt so ein Ding, wo ich dachte, ja okay, ich weiß super viele, jetzt geht es darum, die zu ranken und dann habe ich mich aber auch gefragt, Moment mal, nachher kommt Guess wieder an und sagt, ja, das ist ja kein Monster. Ach, da kommt Guess wieder an. Dabei habe ich mir vorgenommen, ich lasse dich heute mal gewähren. Ah, okay, ja gut, dann. Mach mal keine Vetos, weil du musst ja wissen, wenn du eine Top Ten erstellst, ob du das legitim findest oder nicht. Ja, für mich ist ein Movie Monster das, was im Film bedrohlich ist. Also ob das jetzt menschlich ist oder nicht menschlich, ist erstmal egal, finde ich. Also der Vulkan in Volcano ist praktisch ein Movie Monster. So viel zum Thema, ich lasse dich heute mal gewähren. Ich frage ja nur nach, du musst jetzt gerade anfangen zu erklären. Ne gut, dann erklären wir das nicht, sondern machen einfach, oder? Top Ten Movie Monsters, hast du das chronologisch so nach, von wegen gefallen, oder? Ja. Okay. Von 10 a 1, halt nach Beliebtheitsgrad bei mir. Bei mir ist es Gefährlichkeit. Ich habe es nach Gefährlichkeit sortiert. Gut, aber ... Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht nach Gefährlichkeit sortiert. Naja, aber das wäre ja auch, also so subjektiv empfundene Gefährlichkeit wäre ja dann wahrscheinlich auch so ein Ranking in die gleiche Richtung, weil Bedrohlichkeit oder halt ... Ja, wäre schon sehr subjektiv. Aber ich gucke mal, ich habe hier drei auf der Nachrücker-Liste. Wenn du jetzt hier einen von denen hier wegnimmst, dann sind die natürlich nicht mehr chronologisch. Ich habe schon so nach Gefällt mir am besten sortiert. Also doch. Aber ich habe natürlich drei auf der Nachrücker-Liste. Das heißt, wenn du mir hier was wegnimmst, dann stimmt die Platzierung natürlich nicht mehr so ganz. Ich gucke mal. Wir fangen jetzt mal. Okay, ich wollte keinen nachrücken, weil ich habe halt die Top Ten. Wenn du da auch einen von hast, ist ja dein Ding. Ach so, machst du es. Ja gut, ich habe es ein bisschen anders gehandhabt. Ich habe noch Ersatznennung. Okay, auf zehn bei mir Pale Man aus Pans Labyrinth. Ich habe extra nachgeguckt, wie die Figur heißt. Pale Man, okay, das hätte ich nicht gedacht, aber hast du mir Platz vier weggenommen. Dann nenne ich hier was anderes. Den habe ich auch auf dem vierten Platz. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der so heißt. Das wüsste ich nicht. Aber halt dieses Vieh halt, diesen Pan. Nee, Pan ist ja was anderes. Ach so, stimmt, ist ja nicht der Pan. Der Typ mit den Augen. Ja, der Typ mit den Augen und den Händen. Genau. Das Wesen. So geil, wie wir Leute beschreiben, ey. Der mit den Augen und den Händen. Haare hat er auch noch. Aber wenn wir mal sagen, der mit den Augen und den Händen da von Pans Labyrinth, weiß man leider sofort, um was es geht. Aber eben, der war schon beeindruckend, fand ich. Aber das ist schon ein Monster, oder? Das ist jetzt, also hier ist jetzt kein Diskussionsbedarf, oder? Ich frage dich jetzt nicht. Bei mir ohnehin nicht. Okay, gut. Ich habe auf dem zehn Platz die Medusa aus Kampf der Titanen. Und zwar aus dem alten Kampf der Titanen. Die hat mich ziemlich traumatisiert, auf jeden Fall. Ui. Da war er von Ray Harryhausen, der hat ja diese Zentaur und so damals inszeniert und so ein paar Monster und Riesenspinnen und so in diesem großen... Das war auch Stop-Motion. ...Epos, das war richtig Stop-Motion von Frenzen. Der hat ja noch diese kleine Eule beigehabt, als sein Begleiter. Und die Medusa hat es mir besonders angetan, die nur mit ihrem eigenen Spiegelbild zerstört werden konnte. Also die war gruselig. Alter, da hast du ja jemanden ausgepackt hier. Da habe ich was ausgekramt, ja, hier auf dem Zehnten. Ja, ich habe auch was. Wir haben neulich über den Film gesprochen und ich habe nachgeguckt, wie dieses Vieh heißt. Tankerbuck aus Starship Troopers. Tankerbuck, geil. Weißt du, dieser Fette. Ja, ja, genau. Den fand ich krass. Die Oberkakerlake. Ja, das war ja eben keine Kakerlake, sondern ein Käfer. Ja, das war aber zumindest ein Insekt auf jeden Fall. Diese Borkenkäfer oder wie die heißen. Wie hieß der? Tankerbuck. Tankerbuck, okay. Wenn die Frage kommt, dann weiß ich Bescheid. Siehst du? Wir merken. Bei mir auf dem neuen Platz sind diese Höhlenkreaturen aus The Descent. Ich weiß nicht, ob du The Descent kennst, wo diese Höhlenforscher so in diese Höhle eindringen, um da so ein bisschen Spaß zu haben. Mit Hilary Swank? Hilary Swank spielt auch. Ja, dann kenne ich den. Was für Viecher waren denn da? Diese Dämonen in dieser Höhle, die sich da festgelegt haben. Weiß ich, wie man die nennt. Das krieg ich nicht mehr zusammen. Das sind die, die angreifen. War das der Hilary Swank? Schlag mal nochmal nach, bevor ich überschreitze. Okay, eher eben. Vielleicht meinen wir gerade nicht den gleichen Film. Aber jedenfalls Höhlenkreaturen von The Descent hier bei mir an der neuen Stelle. Auf acht bei mir relativ schlicht Freddy Krueger. Okay. Okay, sagt er grinsend. Okay. Äh, ja. Bei mir auf ein Acht. Das Amphibienwesen aus Shape of Water. Im Ernst? Klar. Top Ten Movie Monsters fand ich super. Und gleichzeitig auch ein Tribut an alte Wesen. An alte Wesen. Okay, aber dann hättest du doch das, wonach es... Ja, wobei, nee. Ist halt auch gut nachgemacht einfach. Nee, also wir haben es Hilary Swank gespielt, aber wir fand ich in The Descent. Ah, okay, dann mach ich einen anderen Film. Aber ist trotzdem ein geiler Film. Der ist cool. Von 2005. 7,2 bei IMDb. Hm. Ja, Shape of Water. Gut. Auf sieben bei mir King Kong. Okay. King Kong, der Riesenhafte auf der sieben. Wirklich legendär und da ist, glaube ich, fast schon egal. Weil einfach die Kreatur an sich, finde ich, wurde schon diverse Male in vielen Filmen gut umgesetzt. Ja, das ist eine interessante Frage. Mochtest du den Stop Motion King Kong lieber oder mochtest du den CGI King Kong lieber? Sind ja zwei Arten. Ja. Und lieber wahrscheinlich schon den CGI King Kong, weil der war natürlich für mich sehr viel imposanter. Okay. Aber der Alte hat natürlich auch seine Berechtigung, weil das muss schon auch krass gewesen sein damals. Mit welchen von beiden würdest du eher auf ein Date gehen? Ja, dann schon dem Stop Motion. Ich glaube, da hat man mehr Chancen. Lieber der Stop Motion King Kong. Haben wir das auch klar gemacht. Ja. Ich habe auch ein legendäres Monster auf der sieben. Nämlich Jabba the Hutt. Oh, ja. Aus Star Wars. Den kennt wahrscheinlich jeder. Die Riesenhandtasche. Mhm. Der an siebter Stelle von mir. Auf sechs bei mir. Und ich habe extra wieder nachgeguckt, wie die Dinger heißen. Aus Blade 2 Reapers. Ah, okay. Cool. Die Nummer mit dem aufklappbaren Unterkiefer. Ja, ja. Großartig. Ziemlich geil. Okay. Und witzig, ne? Auch Del Toro. Stimmt. Benicio. Der hat. Ah, nenn ich Benicio. Guillermo. Der taucht ja hier ein paar Mal auf, glaube ich, bei uns. Er wurde ja jetzt schon mehrfach genannt. Ja, bei Panzer Labyrinth war er auch zuständig. Und das ist halt eben. Und na Shape of Water auch. Und er ist ja nun wirklich, also wenn es um Movie Monster geht, hat er halt so eine eigene Handschrift. Ja. Was Creature Design angeht, ist er wirklich groß. Selbst das Ding von Pacific Rim schockt. Auf jeden Fall. Stimmt. Dann kommen wir jetzt von Del Toro zu J.J. Abrams. Der hat nämlich ein Riesenmonster kreiert, nämlich den Clover in Cloverfield. Hab ich gehört. Ich kenn den Film leider nicht. Ich gehöre. Das ist so ein Film, auch der polarisiert extrem. Okay. Es gibt Leute, die lieben diesen Film. Ich gehöre dazu. Und es gibt Leute, die hassen Cloverfield. Ich find den großartig. Weil das ist einer der wenigen Filme, die die ganze Zeit diese Handcam haben und die ganze Zeit eine Kamera haben, die in Bewegung ist. Ja. Aber das zieht dich so in diese Handlung rein und du siehst dieses Vieh halt extrem spät in dem Film. Okay. Das heißt, du siehst, dass da irgendwie Häuser einkrachen und dass da irgendwie das Chaos ausbricht. Aber als dieses Clover zum ersten Mal im Bild war und zum ersten Mal gezeigt wird, fand ich überkrass. Ich fand ihn dann richtig gut. Hat mir super gefallen. Cloverfield, mochte ich. Erinnert mich so ein bisschen an den Hamster bei South Park. Hamster in South Park, okay. Da kann ich nicht mitreden. Nee, Fans werden wissen, wovon ich spreche. Not a fan. Auf fünf bei mir der Rancor aus Star Wars. Ah. Gute Wahl, gute Wahl. Aber zweimal Star Wars. Der hat mich damals echt beeindruckt. Ja, stimmt. Kann man nennen. Fünfter Platz, sicher eine kleine Überraschung. Den wirst du nicht auf dem Schirm haben. Einer meiner Lieblings-Muppets. Animal. Der Schlagzeuger. Aber Alter, wo ist denn da das Monster? Was ist er denn? Er ist ein Tier. Wie ist er ein Tier? Naja, er heißt ja sogar Animal. Aber es ist ein Monster. Es gibt doch bei den Muppets, gibt es doch diese Monster-Abteilung. Und immer wenn irgendeine Monster-Band spielt, sitzt er am Schlagzeug. Das heißt, er gehört schon zu dieser Monster-Familie. Was für ein Tier soll er denn sein, nur weil er Animal heißt? Was ist denn das für eine Frage, Alter? Da geht es um einen sprechenden Frosch. Ja, der Frosch ist aber ein Frosch. Was für ein Tier soll ein Animal sein? Der sieht ja wohl eindeutig mehr aus wie ein Monster. Was für ein Tier ist denn der Wissenschaftler? Hä? Der Wissenschaftler ist ein Mensch. Ach so. Und sein Gehilfe auch, oder was? Ach so, Beaker meinst du? Ja, der auch. Ja, ist auch ein Mensch. Beaker ist ein Mensch? Ja, der ist ja kein Tier. Der hat eine Nase und Augen und ganz normal. Ja, es gibt auch Menschen, die sich komisch verständigen. Einer sitzt mir gegenüber. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Haha, zuerst gekommen. Animal von den Muppets. Hat doch in den Muppets-Movies mitgespielt, für diejenigen, die sagen, ist aber eine Show-Band. Ja, okay. Den Männchen ist für mich ein Monster. Also, ist ein Stretch, aber gut. Fick dich. Finde ich, weil ich finde den Zucker süß. Ich mochte den immer. Süß? Ich hab den immer am meisten gefeiert. Ja, ich auch. Eher so von, ich erkenne mich da voll wieder. Das jetzt mit einem Monster zu identifizieren, das tue ich mich schwer. Mit deiner cholerischen Art stimme ich dir zu, aber es geht ja auch nicht darum, die Scaries-Monster zu bringen. Nee, nee, hab ich verschanden, ja. Sondern es geht ja um deine Favorite-Movie-Monsters. Top-Ten-Movie-Monsters, das ist okay. Das Amphibienwesen aus Shape of Water, mag zwar Katzen nicht besonders, aber grundsätzlich ist es ja auch ein nettes Wesen. Ja, ja. Vollkommen legitim. Jetzt du. Godzilla. Godzilla. Es ist relativ simpel, aber der wurde nun wirklich auch schon diverse Male geil inszeniert. Ja. Godzilla ist legitim. Dann bring ich hier, weil du mir Pan's Lobby-Rindwerk genommen hast, bring ich als Ersatz-Nachrücker Sully und Mike aus der Monster-AG. Das sind nämlich eindeutig Monster, weil das steht sogar im Titel so. Und deswegen wird dieser laufende Org-Apfel und sein Zeugliger-Freund werden von mir hier an vierter Stelle genannt. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Nennung. Ich war da natürlich nicht auf dem Monster-Trip, das siehst du ja. Weil bei mir ist auf vier Alien, also Xenomorph. Okay, mehr so die klassischen Wesen. Ja, sind jetzt bei mir definitiv alles klassische Wesen. Ja, von mir aus. So einen ähnlichen habe ich auch auf dem dritten Platz, nämlich ein ikonisches Filmmonster, nämlich Frankensteins Monster. Ja. Was auch einige Male verfilmt worden ist. Und ich mochte echt viele Filme. Also Frankenstein Junior, die Chameleon mochte ich. Ich mochte den, wo Robert De Niro ihn gespielt hat. Ich mag den alten von 32. Also ich bin Fan von Frankenstein. Ich bin da. Ich finde, das ist ein cooler Charakter. Ist auch so. Dritter Platz. Der weiße Hai. Der weiße Hai. Ein Fisch. Ein Fisch. Okay. Ein Hai. Ein sehr bedrohlicher Hai. Ein bedrohlicher Hai. Ohne Frage. Bei mir an zweiter Stelle sind die Gremlins. Ah, du Sack. Bei mir auch. Die sind natürlich lieb und nett. Ja, sind bei mir auf zwei. Aber eben. Sind auch auf zwei. Wenn die falsch behandelt werden, sind sie halt nicht mehr. Wenn die falsch behandelt werden, genau, und ihr die Regeln nicht befolgt, dann werden die schnell mal zu richtigen Rottis. Deswegen habe ich mich halt gefragt, ey, kann ich das bringen, die hier mit reinnehmen? Aber dann dachte ich mir so, naja, die werden ja zu Monstern. Ja, Logo. Ist ja sogar im Titel, kleine Monster. Ja, aber ich finde halt, Gizmo ist für mich jetzt kein Monster. Deswegen würde ich auch Gizmo nicht nennen. Aber die Gremlins wiederum. So viel zur Erbsenzählerei. Gut. Auf eins bei mir. Ziemlich unangefochten tatsächlich. Der Predator. Der Predator. Okay. Bei mir gibt es auch eine ziemlich unangefochte Nummer eins. Aber es ist nicht der Predator. Ein Monster, was ich nie vergessen habe und was ich so genial finde in der Umsetzung und das Ganze aufzuziehen als übermächtiger Antagonist ist für mich der Marshmallow Man aus Ghostbusters. Ja, okay. Weil eine Werbefigur zu nehmen, sie in Übergröße, in Godzilla-Form irgendwie rauszubringen und den als Endgegner zu nehmen, das ist für mich ein Move, Alter, bis heute habe ich den in Erinnerung. Ja. Insofern nehme ich den Marshmallow Man aus Ghostbusters auf Platz eins. Ja, vor allem dann noch so ein Symbol, was eigentlich überhaupt nicht für was Böses steht. Richtig. So ein unschuldig und er lächelt ja auch noch die ganze Zeit. und so, ja, ja. Genau, er grinst die ganze Zeit und das ist ja so und dieser Marshmallow Man war ja bekannt dafür, dass er bei sämtlichen Truckern und LKWs irgendwie vorne auf dem Armaturenbrett stand oder oben halt so, weißt du, auf dem Dach und hier wird er einfach mal so als böses Antagonisten-Monster irgendwie benutzt. Das ist hammerhart. Fand ich super. Fand ich auch cool. Ja. Da ich dir dann zweiten Platz weggenommen habe, hast du jetzt keinen mehr. Also ist es praktisch nachgerückt. Nee, ich bin durch mit meinen Top Ten. Okay. Willst du, Schad, dass noch einen nennen? Ich hab hier noch zwei Honorable Mentions, die werden bei mir nachgerückt. Ich hab noch Seth von The Fly. Oh ja. Weil ursprünglich ein Mensch wird aber zum Monster definitiv. Ja. Das ist aber auf jeden Fall sehr nennenswert, weil das war krass, so was dieses Creature-Design angeht und so. Das ist halt Cronenberg, ne? Das ist auch ein Ding, wenn du das in Kleinen gesehen hast oder in Jungen, dann wirst du das nicht vergessen. Deswegen stimmt, den hatte ich auch. Und den hast du wahrscheinlich nicht gesehen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. The Thing oder was ist das andere? Nee, The Thing war auch cool, aber gut, sind wir wieder bei einer Abschweifung, weil ich hab jetzt keine Aliens genommen. Bong Joon-Hoo, The Host. Nee, hab ich nie gesehen. Den hast du nicht gesehen, stimmt. Weil wir haben uns mal über seine Filme unterhalten und da hast du, glaube ich, mal erwähnt, dass du den nicht kennst. Ja. Weil da ist ein Unterwassermonster drin, was auch eine Menge in Schott und Asche legt. Okay. Da ist auch ein geiles Vieh. Ja. Den will ich aber auf jeden Fall noch sehen. Ja, guck dir den an. Bei mir steht ja auch noch einiges aus hier. Train to Busan und so und viel mehr noch. Noch so ein paar andere. Ist der nicht von ihm? Der ist doch nicht von ihm. Ist der von ihm? Ja, ist auch ein Zug, ja. Und Okja. Eben, dieser Okja, Okja, wie auch immer. Genau. Der fehlt mir nämlich auch noch. Siehst du. Das sieht aber auch nach einem sehr liebenswerten Monster aus. Ja, das ist eher liebenswert, aber bei The Host ist es auf jeden Fall kein liebenswertes Monster. Okay. So, sind wir toll vorbereitet. Der Lostopf ist nicht in der Nähe, oder? Nee, warum? Müssen wir neue Lose ziehen? Hatte ich nicht auf dem Schirm. Nachdem wir Lost-Timmer besprochen haben? Nein, müssen wir nicht. Ach so, dieses Lost-Ding meinst du? Ja. Hey, toll vorbereitet. Jetzt sagt er, hier ist alles set up, wenn er ankommt und jetzt fehlt eine Sache und prompt heißt es schlecht vorbereitet. Das hast du wirklich. Wir wollten noch akkurat und aufgeräumtes neue Jahr starten. Ja, hat fast geklappt. Hat fast geklappt. Beschwer dich nicht, du hast heute souverän einen Punkt geholt. Ja. Muss reichen für dieses Jahr der eine Punkt, oder? Ja, eben. Wird schon mal nix mit dem Start-Ziel-Sieg bei mir. Aber vorbildlich auf jeden Fall in der ersten Episode gleich unser Los abgehakt. Schönen Gruß an Tom von DropMack. Ja. Der hat uns das Los beigetragen. Mhm. Ich hoffe, wir haben das zu seiner Zufriedenheit hier erfüllt. Ich hoffe auch. Wir haben uns Mühe gegeben. Und jetzt ziehen wir das Nächste. Oh, das ist lange her. Okay. Das ist ein Los von Nora. Oh, shit. Lieben Gruß. Das muss schon eine Weile hier rumkursieren. Ja. Ich lese mal vor. Schauspieler-Pärchen oder Duos, die oft gemeinsam vor der Kamera stehen. Okay. Gut oder schlecht? Geht beides. Ja, ich habe jetzt schon meine Top 1. Top 1, okay. Also wie viele ist egal oder was? Nee, das ist schön. Die hat uns hier keine Top 10 oder so vorgegeben oder hat uns irgendeine Anzahl gegeben, sondern wir können mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und können mal gucken, was wir zusammenkriegen. Schauspieler-Pärchen oder Duos, die oft gemeinsam vor der Kamera stehen. Cool. Und ob die gut oder schlecht sind, ist auch scheißegal. Hat es auch nochmal hinzugefügt. Sehr schön. Geile Scheiße. Freuen wir uns. Schönen Gruß an Nora. Mhm. Die müssen wir auch mal irgendwann mal wieder vor das Mikrofon holen. Ja, wenn die mal wieder am Start ist, machen wir das. Definitiv. Aber, liebe Grüße an der Stelle, geil ist los. Geil ist los, gutes Stichwort und nächste Woche, wenn alles gut geht, haben wir auch noch illustre Gäste am Start. Wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht, ja. Versprechen wir mal nicht zu viel, weil da hängen zu viele Faktoren irgendwie sind da mit im Spiel. Ja, da sind ein paar Faktoren im Spiel, aber schon mal, wir versuchen, wir geben alles. Ja, an uns liegt es nicht. Nee. An uns soll es nicht liegen. Nie. Niemals. Okay. Haben wir es jetzt für die erste Episode? Ja, würde ich sagen. Haben wir es. 61. Abgehakt. It's a wrap. Wunderbar. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nee, Happy New Year haben wir schon ausführlich gesagt. Ihr dürft uns noch unterstützen, wenn ihr wollt und Bewertungen geben, haben wir auch schon gesagt, glaube ich, aber Patreon und Steady dürft ihr mal auschecken. Was wichtig ist, aber in erster Linie? Ja, fast nur noch euch und alle anderen sind egal. Alle anderen sind egal. Ja, auch einer unserer Unterstützer. Ja. Wenn der das sagt, ja, dann muss es ja stimmen. Nee, aber könnt ihr mal auschecken. patreon.com slash bewegtbildbarnausen oder in unseren Linktree gucken. Da steht alles drin. Könnt ihr uns unterstützen. Könnt ihr. Wenn ihr wollt. Coole Sache. Cool. In diesem Sinn sind wir raus. Bye. Tschö. Bewegtbildbarnausen. Bewegtbildbarnausen.